Musik Dad, du hast verschlafen? Ja! Und es ist Sonntagmorgen? 2-0 für dich. Hast du vergessen, was du heute tun wolltest? Habe ich nicht. Ich will endlich mal in Ruhe frühstücken und mich dann mit der Sportzeitung aufs Klo zurückziehen. Du hast es vergessen. Also das glaube ich einfach nicht. Oh ja, deine Fahrstunde. Na komm, lass uns fahren. Vicky, wir haben den ganzen Tag Zeit. Dad, dasselbe hast du letzte Woche gesagt. Und dann durfte ich den ganzen Tag deinen Wagen waschen, weil ein gewaschener Wagen ein aerodynamischer Wagen ist. Damit wirst du nie wieder reinfallen. Dad, jetzt bin ich bereit für die nächste Stufe. Ja, wie verwandtlich unschuldige Fußgänger in eine Straßenpizza. Halt die Klappe, Dalline. Dad, komm jetzt! Becky, es ist Sonntag. Der einzige Tag, an dem die Familie gemütlich zusammen sein kann. Ach, was für ein wunderschöner Morgen heute ist. Also ich möchte am liebsten laut singen. Warum verschwindet ihr nicht? Geht, das Wetter ist wunderschön. Ich muss hier bleiben und putzen. Aber ihr könnt ausgehen. Also macht, dass ihr aus dem Haus kommt. Oder wollt ihr mir helfen? Ich kann nicht. Ich muss Becky eine Fahrstunde geben. Worauf wartest du noch? Gibst du mir die Autoschlüssel? Ja, 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 ja. Hier sind sie. Und jetzt raus mit euch. Was? Keine Witze darüber, was ich mit dem Auto machen werde? Das ist Alins Sache. Ja, ich hab's ja schon gesagt. Na also, dann los. Worauf hartet ihr beiden noch? Ach, und setzt DJ unterwegs bei den Pfadfindern ab. Heute muss ich nicht hin. Ach, und warum hast du die Uniform an, Dümmling? Das ist mein Schlafanzug, Dümmling. Ah, meine Pfadfinderzeit war schön. Ganz besonders das Wildnistraining. Wir hatten keine Wildnis. Also setzte uns der Pfadfinderführer in der Altstadt von Chicago ab und wir mussten uns nach Hause durchschlagen. Ich war einer der Überlebenden. Ben. Pfadfinder-Irgen. Becky wartet auf ihre Fahrstunde. Ja, Dad, können wir endlich losfahren? Kann ich vorher wenigstens frühstücken? Nein, du bekommst nachher was. Mit vollem Magen ist Autofahren zu ermüdend. Raus jetzt, Darlene soll auch mitfahren. Nein, Mama, ich will lieber hierbleiben und mit dir auf den Anruf warten. Wer ist der Anruf? Na, den Anruf von der Polizei. Hallo, wir haben ihren Mann gefunden. Und den Kopf von ihrer Tochter. Muss ich erst die Hunde loslassen oder geht ihr jetzt endlich? Hi, alle miteinander. Rosanne, ich dachte, du wolltest heute Morgen ungestört sein. Tja, das habe ich mir gewünscht, aber die Bande geht einfach nicht. Die sind wie was, das dir an der Schuhsohle kleben bleibt. Und meinst du wie Kaugummi? Nein, nicht wie Kaugummi. Hey, Rosanne, ich komme mir vor wie eine Spionin oder sowas. Ja, ja. Ist es das? Ja, der absolut sicherste Schwangerschaftstest, den es gibt. Gut, dann wollen wir anfangen, ja. Ja, ja, gleich, ganz ruhig. Was treibt dich so? Ich meine, abgesehen von den neun Tagen, Verspätung. Du hast gesagt, dafür braucht man morgen nur reden. Und ich verknallte mir schon seit sieben Stunden. Bist du sicher, dass Dan keine Ahnung hat? Ja, der denkt, ich sei pünktlich. Wie hast du das angestellt? Vielleicht tat so, als wäre es BMS. Ich habe sogar einen extra Tag dran gehängt, weil es so lustig war. Allerdings habe ich es Crystal erzählt. Du weißt ja, dass sie sich die Termine von jedem von uns merkt und immer Glückwunschkarten schickt. Also kann ich jetzt endlich... Erst lesen wir das mal durch. Anleitung. Test Set. Wozu ist das wohl? Das ist für den Urin. Oh, nein, nein, nein. Du machst in den Deckel und dann füllst du es mit der Pipette da ein. Gib mir den Deckel. Nein, den muss ich erst auswaschen. Oh, oh so. Die geben auch Gutscheine, willst du die? Oh, hier steht beim Einkauf von mehr als... Das reicht, das reicht, das reicht, das reicht. Hi. Hi, komm rein, schnell beeil dich. Sind die anderen immer noch da? Was? Ja, aber ich habe ihnen nichts gesagt. Nur hallo und dann bin ich gleich hier rein. Ich mache jede Wette, die glauben, wir sind bei einem teuflischen Rasierritual. Aber wieso hast du es Dan nicht gesagt? Es gab ja noch nichts zu sagen, aber wenn der Test positiv ausgeht, dann muss ich es ihm beibringen, ohne dass er explodiert. Wie hast du es ihm bei den anderen Kindern gesagt? Bei Becky sagte ich, Dan sucht ihr einen Job. Und bei Darlene, da sagte ich, Dan sucht ihr einen besseren Job. Und DJ? Denkst du, ich sollte ihm das von DJ sagen? Komm schon, Roseanne. Diese Schwangerschaftsgeschichte bringt dich wohl ein bisschen durcheinander. Ich kann es kaum erwarten, mich zu übergeben. Also bitte geht's jetzt, ich kann das Wasser kaum noch halten. Roseanne, was zum Teufel ist da drin los? Wir beten den Teufel an, Schatz, aber wir kommen gleich raus. Ja, Roseanne. Also gut, komm rein, die Kinder brauchen das nicht zu hören. Oh, ich verstehe. Dan? Roseanne, ist schon gut. Was ein Mensch aus seinem Leben macht, ist sein Bier. Was ist passiert, Jackie? Hast du zu viel getrunken und vergessen, dass es unzählige Möglichkeiten der Verhütung gibt? Weiß Gary es schon? Nein, Dan, er hat keine Ahnung. Und Gary ist der Vater, richtig? Wenn du das sagst, Dan. Darf ich dir einen Rat geben, von Mann zu Frau? Sag noch kein Wort, solange der Test nicht eindeutig ist. Du willst ihn doch nicht umsonst aufregen, hm? Na, so ein Zufall. Ich wollte gerade fast dasselbe sagen. Ich wollte sagen, warte, ob der Test positiv ist. Dann nimm dein Herz in beide Hände und sag sie mit einfachen, klaren Worten. Ähm, so in der Art, hm. Ich bin schwanger, Dan. Nein, Gary. Dan. Gary. Dan. Gary! Ich kann nicht drücken. Müssen wir das unbedingt in der Öffentlichkeit besprechen? Wir sind ja schon draußen. Christel, komm. Wie lange schon? Neun Tage. Wie ist das passiert? Wahrscheinlich im Bett. Da hab ich doch aufgepasst. Wups! Oh, komm Schatz, ich muss jetzt endlich im Bett. Ja, 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 ich geh schon. Also, ihr habt's schon wieder getan. Was getan? Sie haben an der Tür gelauscht, Dan. Riesig. Hat euch das nicht abgeschreckt, dass schon dieser kleine Unfall hier rumhängt? Wer ist dein Unfall? Wie kann jemand ein Unfall sein? Hey, wieso fragst du das mich? Danke, Darlene. Ich bin geistig überfordert, okay? Wie wär's, wenn du mal denkst, bevor du deine Klappe aufmachst? Ruhe da draußen, sonst läuft's nicht. Na, halt die Klappe. Die Luft anhalten braucht ihr deswegen nicht. Es ist unglaublich, Darlene, wie unsensibel und taktlos du bist. Hör auf zu meckern, du fett Arsch. Schluss jetzt. Hört auf, dauernd zu streiten. Euer Vater hat recht. Und in ihrem Zustand darf sich eure Mutter nicht aufregen. Es stimmt also? Wir wissen noch gar nichts, also haltet euch ein bisschen zurück. Was ist? Komm schon, sag's uns. Oh nein, 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 der Test dauert zehn Minuten, also tut, was immer ihr tun wollt und vergesst das, bis die Zeit rum ist. Noch acht Minuten und sechzehn Sekunden. Danke schön, DJ. Bitte schön. Entschuldige, Roseanne, aber ich bin so aufgeregt, dass es mich richtig kribbelt. Es ist, als würde ich selber ein Baby bekommen. Wieso? Noch ist der Test nicht positiv, Crystal. Ja, sicher, aber ich fühl so mit dir, dass meine biologische Uhr zu ticken anfängt. Tick, tick, tick. Ich hoffe, ich kann damit noch was anfangen, bevor meine Batterie leer ist. Du willst noch ein Kind? Weißt du, es stimmt mich schon etwas traurig, dass mein Lonnie ein Einzelkind ist. Und insgeheim hab ich mir immer gewünscht, noch eine niedliche Tochter zu bekommen. Das hab ich auch. Was ist denn mit dir, Jackie? Ich möchte wetten, deine Uhr ist auch voll aufgezogen. Crystal. Ich bin ein Cop. Cops können ebenso schwanger werden wie normale Leute. Ja, aber wenn sie morgens deprimiert und aufgebläht aufwacht und die ganze Welt hasst, dann darf sie eine Kanone tragen. Noch sieben Minuten und 34 Sie... Oh, oh, danke. Bitte. Crystal, wir sollten vielleicht gehen. Nein, lasst euch nichts stören, ich gehe. Die Reparatur ist komplizierter als ich dachte. Ich gehe in die Garage, da habe ich besseres Werkzeug. Der Toaster ist gar nicht kaputt. Er hält bloß diese Gespräche nicht aus. Dann wäre es besser, du gehst draußen und redest mit ihm. Nein, er soll ruhig mal eine Weile auf was anderem rumhauen. Irgendwie scheint dir ziemlich sicher zu sein, dass der Test positiv ist. Ich verstehe gar nicht, warum. Meine Periode kam nur dreimal zu spät. Hier stehen zwei Phänomen drüber. Mama, wir müssen darüber sprechen. Mama, ich habe nichts mehr dagegen, dass du ein Baby ins Haus bringst, wenn wir uns vorher über ein paar Bedingungen einigen. Du bist wirklich das Letzte, Darlene. Ich war zuerst dran, also raus hier. Nein, was für Bedingungen stellst du, hä? Oh, ich will nichts stören. Ihr könnt euch jetzt erst und sagen. Nein, du darfst zuerst. Hey, komm schon raus mit deinen Bedingungen. Also gut, okay. Stell dir mal vor, ich kaufe mir einen kleinen Hund. Dann wäre es doch mein Bier, mich darum zu kümmern und für ihn zu sorgen, oder? Aber ich fürchte, du wirst nicht genug Zeit haben, dich um deinen kleinen Hund zu kümmern, weil du viel zu viel Arbeit mit dem neuen Baby haben wirst, klar? Du verstehst nicht, oder? Doch, du verstehst. Ich, 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 ich finde es nur nicht fair, wenn du von mir verlangst. Ich soll das Baby füttern und waschen und aufpassen, wenn es schläft. Die Windeln wachsen. Ja, ich verstehe schon, was du sagen willst. Du willst sagen, du hast das Gefühl, drei Kinder sind genug für dieses Haus. Das will ich, ja. Du wirst uns sehr fehlen, Darlene. Was hast du rumzumotzen? Könnten wir das vielleicht nebenan? Verfolgst du das alles, Crystal? Und tickt deine Uhr jetzt auch noch? Mutter, in diesem Jahr werde ich 16, richtig? Ich würde sagen, das hängt davon ab, was du mir zu sagen hast. Das ist ein ganz besonderes Jahr für mich und ich muss eine Geburtstagsfeier zum 16. machen. Das erwarten meine Freundinnen von mir. Und ich möchte auch nicht immer in denselben Kleidern rumlaufen müssen. Oh nein, was würden die Nachbarn sagen? Und? Und Darlene hat gesagt, er holt vom Schrottplatz einen kaputten Wagen und repariert ihn für mich. Ja und? Ja und? Und das alles werde ich niemals kriegen. Ich weiß noch, wie es war, als DJ geboren wurde. Ich war sieben Jahre alt, aber ich weiß noch genau, wie es immer hieß. Oh, das Baby braucht dies und das Baby braucht das. Und ich musste dafür immer auf alles verzichten. Ich war ja bloß die Älteste. Hey, und was ist mit dem Studium? Ihr wollt mich doch studieren lassen. Nein, Becky. Dein Vater und ich wollen, dass du zur Müllabfuhr gehst. Das war schon von Anfang an unser Traum. Wieso willst du einfach nie Verständnis für mich haben? Ich meine, als du 16 warst, hattest du ein Auto. Ja, aber das hat vielleicht entfernt mit der unbedeutenden Tatsache zu tun, dass ich da auch einen Job hatte. Ach was, vergiss es. Was habt ihr euch überhaupt dabei gedacht, als ihr das Baby gemacht habt? Ich kann dir sagen, was ich gedacht habe. Ich habe gedacht, hoffentlich werde ich nochmal schwanger, damit ich Beckys Leben versauen kann. So eine kleine Zimtzicke. Die wird sich noch wundern. Der heizt sich ein. Du hast ganz recht. Die ist sowas von egoistisch. Ich meine, ich bin immer diejenigen... Geh rauf in dein Zimmer und lebe in Furcht. Ich darf gar nicht daran denken, dass ich sowas gesorgt habe. Die sind eben auch aufgehört, Rosanne. Das ist für sie ein bisschen zu viel auf einmal. Wie lange muss ich noch warten, bis dieser Test vorbei ist? Vier Minuten und 19 Sekunden. Dann mache ich jetzt einen Kaffee. Du weißt, Rosanne, du kannst eine Schwangerschaftsunterbrechung machen lassen, wenn du es nicht haben willst. Aber ist das nicht verboten? Nicht vor dem Gesetz. Über die Familienplanung sprechen wir, wenn wir das Ergebnis des Tests wissen. Und solange wir es nicht wissen, sprechen wir über Kaffee, klar? Rosanne, Schlafzimmer. Ja, zur Abwechslung gibt es ein Vorspiel. Das hätte gar nicht passieren dürfen. Wir haben doch aufgepasst. Ja, aber vielleicht nicht scharf genug. Du musst doch wissen, wann deine fruchtbaren Tage sind. Sei, dass mir ein Ei entsprungen ist. So meinte ich das nicht. Aber du meinst sowas ähnliches und machst mich dafür zur Schnecke. Und meine ganze Familie da unten ist derselben Meinung wie du. Nein, Rosanne, ich meine... Ich meine, wir sind zu alt dafür. Ich bin 38. Bin ich vielleicht noch 25? Wir sind beide nicht mehr jung genug, um jetzt noch ein Baby zu kriegen. Wir haben unser Soll erfüllt, als wir jung und dumm waren. Also, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie wir das nochmal schaffen sollen. Du bist genauso schlimm wie die Kinder. Wir haben es noch nie geschafft. Das war ich allein. Aber wenn du meinst, wir müssen es schaffen, dann sollten wir gleich über eine Möglichkeit nachdenken, uns das Kinderkriegen zu erleichtern. Ja, wir teilen es uns. Okay, ich trag das Baby aus, aber Darlene kriegt die Übelkeit. Und Becky die Kreuzschmerzen und dir reserviere ich die Hämorrhoiden. Und wenn unser Kind dann geboren ist, dann kann ich ja die Windeln übernehmen. Und du gibst ihm zwölfmal in der Nacht die Brust. Ist das cool? Du weißt, ich habe dir immer geholfen. Und ich werde dir auch diesmal helfen. Aber du musst mich nicht gleich als Egoisten beschimpfen. Nur weil ich denke, wir haben etwas Ruhe verdient nach 16 Ehejahren. Und dann weißt du es schon seit neun Tagen. Und ich weiß es seit zehn Minuten. Mama, Dad, es ist gleich soweit. Noch eine Minute und 15 Sekunden. Danke, DJ. War ich ein Unfall? Nein, DJ, du warst eine Überraschung. Das ist dasselbe. Der Unterschied ist, ein Unfall ist etwas Unangenehmes, worüber man sich ärgert. Etwas Schlimmes, eine Überraschung, ist etwas, worüber man sich wundert, weil man nicht damit gerechnet hat. War Darlene ein Unfall? Nein, Darlene war eine Katastrophe. Darlene hat gesagt, dann bin ich nicht mehr Mamas Baby. Du musst Windeln waschen und hast keine Zeit mehr für mich. So, dann will ich dir mal was sagen, mein Schatz. Ich verspreche dir, dass ich immer sehr viel Zeit für dich haben werde. Ich wäre sehr froh über das Baby. Das ist lieb von dir. Weil dann endlich einer da ist, den ich verprügeln kann. Tradition in einer Familie ist doch was Schönes. Es ist Zeit, es ist Zeit, es ist Zeit, es ist Zeit. Ich bin vielleicht überhaupt nicht schwanger. Wir machen umsonst einen Haufen Lärm um nichts. Dann haben wir fürs nächste Mal gewippt. Nein, es wird kein nächstes Mal geben, weil ich was dagegen unternehmen werde. Du meinst, du lässt dich sterilisieren? Nein, ich meine, ich lasse mir die Knie zusammennähen. Ich meine es ernst. Das ist wie eine Operation. Du müsstest im Krankenhaus liegen. Was du nicht sagst, Dan. Es ist nur ein kleines bisschen komplizierter als eine Vasektomie. Ja, also weißt du was? Du hast recht. Ich könnte einen halben Tag freinehmen und mit dir da hinfahren. Aha. Also, wollt ihr beide allein sein oder? Nein, kommt rein. Und, was machen wir jetzt, Jackie? Den Teststreifen kontrollieren. Pink ist ja und weiß ist nein. Tante Jackie hat's mir gesagt. Ich will ihn kontrollieren. Ich will ihn kontrollieren. Nee, DJ, denk ja nicht, dass das was wie Löffel abschlecken. Mama. Also gut, du kontrollierst. Halt, 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 halt. Komm her. Erst muss ich noch was sagen. Hört zu. Wenn dieser Test positiv ist, dann erwarte ich von euch Unterstützung und Hilfe. Ich werde euch nicht nochmal drum bitten. Ihr tut es einfach. Ich weiß, dass ihr es könnt. Es ist leicht. Ihr müsst nur so tun, als wärt ihr eine andere Familie. Okay. Gut. Ja. Gut, geh. Okay. DJ, sag uns, was es ist. Pink ist ja, weiß ist nein. Weiß! Das gibt's ja! Hey, wo? Tut mir leid, Roseanne. Wir reden später, okay? Ja, danke, dass du gekommen bist. Du weißt, das ist das, was ich am besten kann. Ich fahr runter zur Schule und werf ein paar Körbe. Okay. Und wenn ich wiederkomme, bist du dann da? Ja, sicher. Was ich gesagt hab, das meinte ich nicht so. Doch, das hast du. Okay, du hast recht. Es tut mir leid. Entschuldige. Okay. Dann, Becky will jetzt ihre Fahrstunde. Warte im Wagen auf mich. DJ, du hast immer noch nicht gefrühstückt, ja? Okay. Hattest du schon einen Namen? Joan für ein Mädchen und Peter für einen Jungen. Mama! Eine neue Riesenpackung steht ganz oben im Regal. Ich komm nicht ran! Natürlich nicht. Rosanne, brauchst du Gesellschaft. Willst du, dass ich da bleibe? Nein, Gesellschaft hab ich. Er hat dein Gesicht, Schatz. Immer wenn ich ihn ansehe, fällt mir das auf. Ja. Und keins von unseren Kindern hat Ähnlichkeit mit mir. Vor Gericht kommst du damit nicht durch. Verdammt. Ich muss jetzt fernsehen. Ich räum's auf. Ja? Nett von dir. Becky. 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 Diese Eierstock-Geschichte, lässt du dir das wirklich machen? Das mach ich nicht. Ja, okay. Oh mein Gott. Was ist passiert? Ja, du bist verletzt. Es war nur ein kleiner Unfall. Alles ist okay. Ich hab sie mitgebracht. Was ist denn passiert? Also, du glaubst es nicht. Ich erzähle die Geschichte, wenn du erlaubst. Wir fahren bergauf. Der Motor fängt an zu klingeln und ich sage, Becky, bitte schalte runter. Becky schmeißt den Rückwärtsgang rein. Und wir fahren den Berg hinunter. Damit haben wir den nachfolgenden Verkehr überrascht. Oh, das ist nicht viel. Ich kann auf deinen Kommentar vorerst verzichten. Ich bin die Uhr selbst. Und sage, Becky, bremse bitte. Sie gerät in Panik, steigt voll aufs Gas. Wir beschleunigen Roseanne. Alles hupt und weicht uns aus. Ich beuge mich rüber und bediene das Bremspedal mit der Hand. Und im selben Moment fehlt Becky ein, wo das Bremspedal ist. Seid ihr irgendwo reingefahren? Noch nicht. Es ist nichts passiert, solange... Kannst du dir wohl vorstellen. Ich bin natürlich aufgeregt. Ich will nicht, dass deine Tochter auch nur noch einen Meter weiterfährt und wir tauschen die Plätze. Aber deine Tochter hat den Rückwärtsgang drin gelassen und ich bin rückwärts in einen Baum geknallt. Mit diesem Kerl, da setze ich mich nie wieder in ein Auto. Ich habe die Sache vertuscht, weil es eine Familienangelegenheit ist. Aber ich finde, der Schuldige muss dafür bestraft werden. Keine Angst, ich erledige das. Dann... Ab ins Schlafzimmer. Nein, Jackie, ich brauche nie mehr zu kochen, weil ich jetzt eine Mikrowelle habe. Die werfe ich einfach an, wenn der nach Hause kommt. Ja, für einen Hackbraten brauche ich nur noch lächerliche zwölf Minuten. Ja, sicher war er grässlich. Aber er war so heiß, dass es niemand gemerkt hat. Mutter, du musst mit DJ reden. Ich war gerade im Badezimmer, vollkommen nackt, als er plötzlich reinkam. Oh, großartig. Du hast ihm einen Schock fürs Leben verpasst. Der wird schwul, darauf wette ich. Oh Gott, ich hasse dich so, Darlene. Mutter, hörst du jetzt endlich mal zu? Dein Sohn ist krank. Kein Wunder, wer dich nackt sieht, kann ja bloß das Kotzen kriegen. Du hältst gefälligst deine freche Schnauze, oder ich stopfe sie dir. Na, versuch's doch, Barbie. Bloß auf, du alte Zicke. Oh, wie originär. Ich glaube, ich höre Streit. Sekunde, Jackie. Was ist? Mutter, er ist jetzt das dritte Mal ins Bad geplatzt. Das war nur aus Versehen. Ach, du lügst doch. Ich muss Schluss machen. Die Narkosetropfen, die ich den Kindern ins Frühstück gemixt habe, hören aufzuwirken. Ich rufe da an. Also los, sieh mir in die Augen und sag, es war ein Versehen. Aber merk dir eins. Ich seh's, wenn du lügst. Es war ein Versehen. Hast du's gesehen? Oh, DJ, ich seh, ich muss dir noch viel beibringen. Jemand zu Hause? Ich bin's, Arnie. Ja, hi, komm rein, Arnie. Mutter! Ich rede später mit ihm. Ja, das kenn ich. Nein, ich mach es und du mach dir keinen Fleck ins Hemd. Sehr witzig. Ähm, es passt wohl gerade nicht. Das ganze Leben passt mir gerade nicht. Ich muss jetzt das Abendessen machen, weil Dan jeden Augenblick nach Hause kommt. Nun, auf gutes Essen fahr ich voll ab. Ach ja? Na, dann fahr einfach los. Bist du immer witzig? Nein, nicht immer. Ich geh zu Nancy zum Abendessen. Du weißt doch, dass wir zusammenziehen. Oh ja, wie romantisch. Ich bin aus meiner Bude rausgeflogen und da trifft sich das ziemlich gut. Wir werden uns jetzt auch viel öfter sehen. Praktisch sind wir immer zusammen. Hast du ein Glück. Nichts ist schöner, als dauernd mit dem Menschen zusammen zu sein, den man liebt. Ja, aber es kann auch nerven, immer dasselbe Gesicht vor sich zu haben. Hey, hab ich dir gesagt, dass wir heiraten? Wann kriegt sie das Kind? Das soll ein Witz sein, ne? Ja, das sollte ein Witz sein. Ich gratuliere. Ich wusste es. Kaum dreht man dir eine Minute den Rücken zu, stielst du einem den Mann. Wie geht's, Mann? Danke, Mann. Wie geht's dir? Warte einen Augenblick. Hey, Dan. Warum hast du mir nichts von Arnys Heiratsplänen gesagt? Weil man nicht über ungelegte Eier redet. Arni, bevor du mit dem Legen anfängst, solltest du erst dein Nest bauen. Dan, ich bin dir sehr dankbar. Kein Problem. Ich geb dir das Geld in sechs, sieben Wochen zurück. Bis dahin hab ich's. Ist dein Schreck okay? Bist er gedeckt? Danke. Rosie, wiedersehen. Ist er gedeckt? Wie viel Geld hast du Arni geliebt, Liebling? Nur ein paar Dollar. Wie viel? 1.500, Schatz. Hast du sie noch alle? Rosanne, er hat mir schon so viele Jobs vermittelt. Wie kannst du Geld verleihen, ohne mich zu fragen? Keine Angst, uns fehlt nichts. Ich hab bis Weihnachten zu tun. Das ist egal. Ich hätte niemals so viel Geld verliehen, ohne dich zu fragen. Nun reg dich ab, Rosanne. Einmal im Leben kann ich doch wohl einen Scheck ausstellen und einem Freund helfen, ohne dich zu fragen. Es ist für sein Verlobungsring. Hey, wie gefällt dir der neue Mikrowellenherd, den ich auch gekauft hab, ohne dich zu fragen? Uuuuh. Du hast recht, ich hätte dich fragen sollen. Was ist meine Strafe? Den Kopf in den Ofen stecken? Okay. Kinder, kommt essen. Heute gibt's gebackenen Hintern. Dad? Dad? Wenn DJ auch nur noch ein einziges Mal in mein Badezimmer kommt, dann bring ich ihn um. Ich spreche später mit ihm. Jetzt hab ich keine Zeit. Du sagst, du redest später mit DJ. Mama sagt, sie redet später mit ihm. Wollt ihr beide ihm das etwa durchgehen lassen? Wie wär's, wenn du einfach die Badezimmertür abschließt? Ach, so ist das. Jetzt gibst du auch noch mir die Schuld. Na wunderbar. Ich hab an allem Schuld, was in dieser Welt schiefläuft. Hast du das erst jetzt rausgefunden? Du sollst tot umfallen. Mama, du musst sofort mit DJ reden. Dieser Perverse hat sich schon wieder ins Bad geschlichen. DJ, hör auf, Becky nachzuspionieren. Okay. Jetzt ist Ruhe. Mutter. Ich rede später mit ihm. Erst räume ich die Einkäufe weg, okay? Hi, Darlene. Hey. Hey. Becky ist wieder in einer Stimmung? Becky ist immer in Stimmung. Was tust du da? Ich muss einige Angebote machen. Du, meine Güte, übertreib deinen Ehrgeiz nicht. Ich denke, du hast genug Arbeit bis Weihnachten. Nicht mehr. Die Firma ist pleite. Und meine restlichen 6.000 Dollar kann ich in den Wind schreiben. Warum muss sowas immer uns passieren? Halb so wild. Ich habe noch ein paar ganz gute Jobs in petto. Jetzt hab ich... Naja, wir müssen ein paar Rechnungen bezahlen. Nur Kleinigkeiten. Was für Kleinigkeiten meinst du? Ach, naja, die Hypothek, die Rate fürs Auto, Kreditkarte. Oh, komm, lass das, Ruhe sein. Das geht schon nicht. Oh, blick mal, Dan. Wie meinst du das? Was geht in Ordnung? Becky kann studieren. Geht das in Ordnung? Oder meinst du, für Mittellose gibt's bei der Sozialhilfe Gratis-Käse? Uns fehlt gar nicht mal viel. Ich weiß, was du denkst. Aber wenn ich mein Geld jetzt von Arnie zurückverlange, dann fehlt uns immer noch was. Und wie viel? 20 Dollar. 20 Dollar. Rosanne. Ich konnte nicht wissen, dass wir in so eine Lage kommen. Na und, Arnie, würde das nichts ausmachen? Wieso rufst du ihn nicht einfach an und verlangst von ihm dein Geld zurück? Unmöglich, das geht nicht. Vielleicht hat er den Ring überhaupt noch nicht gekauft. Verliehenes Geld verlangt man nicht einfach so zurück. Wieso nicht? Ein Kerl tut das nicht. Ein Kerl? Ist das ein männliches Geschlechtsmerkmal, so leichtsinnig zu sein? Keine Angst, ich hab alles unter Kontrolle. Und wie würdest du das deinem dummen Frauchen verraten? Durch einen netten Kleinkredit von der Bank. Kein Problem. Warum gehst du zur Bank? Weil da das Geld rumliegt, mein Putzelchen. Ja, aber warum fragst du nicht deine Verwandten oder meine Verwandten? Ja. Ja, warum baug ich's mir nicht von deinen Eltern? Ja, warte mal. Aber die Bank berechnet dir dafür doch einen Haufen Zinsen. Rosanne, das ist eine Sache des Verhandlungsgeschicks. Hör zu, ich gehe morgen früh in die Bank und tu so, als würde ich das Geld gar nicht brauchen. Tu lieber so, als hättest du eine Kanone in der Tasche. Ja, hier ist er. Ja. Der Verkehrsregelungs- und Stauauflösungsapparat. Oder wie wir Polizisten vereinfacht sagen, der weiße Handschuh. Ohne ihn sind wir nichts weiter als ein paar hilflose Idioten im Verkehr. Ja, mit diesen Dingern siehst du irgendwie... Stopp! Siehst du die Macht des weißen Handschuhs? Dieses Dirigieren lernt ihr wohl auf der Polizakademie, ja? Nein, bei schwulen Kollegen. Und, wie ging's? Wie geschmiert. Hey, warum hast du dich so rausgeputzt? Wieso, die Jacke ist alt? Spuck's aus, Dan. Jackie, haben die Worte, das geht dich überhaupt nichts an, irgendeine Bedeutung für dich? Na los, erzähl's ihr, Dan. Sie gehört zur Familie. Na schön, ich war wegen eines Kleinkredits auf der Bank. Und für was wolltest du den? Ich wollte Schulden machen. Auf Wiedersehen. Hey, wofür? Ich hab diesen Monat nicht so gut verdient und ich könnte sonst nicht alle meine Rechnungen bezahlen, okay? Ach ja? Ich hab schon ganz schön was zusammengespart. Ich könnte Dir was borgen. Nein, danke. Oh, Dan, komm schon. Wie wär's, wenn ich Dir was borge und Du gibst es mir zurück? Das ist wie ein Spiel. Rosanne, bitte stell sie ab! Na, sie ist meine Schwester und ich finde, wir sollten ihr alles abnehmen, was sie auf der hohen Kante hat. Wie viel würdest du brauchen? 1500? Ist das alles? Jeder Trottel hat so viel Kleingeld. Nein, nicht jeder Trottel hat so viel Kleingeld, entschuldige. Keine Angst, Jackie, ich schaffe es. Na, ich weiß nicht. Wie viele Zinsen nehmen Sie dir auf der Bank dafür? Was für einen Unterschied macht das... Ich will es wissen, denn! Sie verlangen 150 Dollar Kreditgebühr und 19,5% Zinsen, okay? Wow, du hast sie richtig in die Knie gezwungen und tolle Konditionen rausgeholt. Ben, ich sag dir was. Ich verlange weder eine sogenannte Kreditgebühr noch irgendwelche Zinsen. Ich verlange nur, dass du, ähm, vor mir ein paar Wochen auf den Boden kriegst. Na, großartig. Da kann ich nur sagen, nein! Hey, warum holst du dir das Geld von der Bank und bezahlst dafür einen Haufen Zinsen, anstatt es dir von Jackie zu borgen, die es dir gratis nachwirft? Es ist der bessere Deal, Schatz. Okay, vergiss das auf dem Boden rumkriechen, sei nur dankbar. Jackie, hör auf. Ich sagte nein. Hey, schrei meine Schwester nicht an. Ich hab sie nicht angeschrien. Ich will nur kein Geld von ihr borgen. Aber denn! Steck deine Nase nicht in meine Angelegenheiten, okay? Hatte er sie nicht alle? Warum ist er so grob? Ich weiß auch nicht, warum er sich so aufführt. Ich hab geglaubt, er würde sich freuen, ein bisschen vor dir rumkriechen zu dürfen. Ich hab ihn doch nur auf den Arm genommen. Es war ein dummer Scherz. Bitte entschuldige, Rosanne. Nein, 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 nein. Hör zu. Ich weiß, wie du es wiedergutmachen kannst. Stell ihm einen Scheck über 1500 aus. Ach, lass den Unsinn. Nein, doch, vertrau mir, er wird den Schick nehmen. Du musst ihn nur auf Rosanne Connor ausstellen. Ich hab dich überhaupt nicht getroffen, du kleine Kräfte. Am schönsten ist es daheim. Daheim ist es am schönsten. Am schönsten ist es daheim. Daheim ist es am schönsten. Mama! 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 Oh, verdammt. Sie hat mich gehauen. Ich hab ihn beim Spannen erwischt, als ich mich anzog. DJ, ich hab dir gesagt, du sollst das lassen. Du hast mir gesagt, ich soll's bei Becky lassen. Das ist wahr, er hat mich ausgetrickst, Darlene. Was ist denn los? Jetzt spioniert der kleine Perverse mir nach. Wieso denn? Hör zu, es war wirklich ein Spaß, solange du bei Becky gespannt hast. Aber jetzt wird's dir verdammt wehtun. Nein! Nein! DJ, komm her! Darlene, geh weg! Darlene hat gesagt, ich bin ein Perver. Nein, du bist kein Pervers, Schatz. Du bist ein Perverser. Das bist du auch nicht. Nein, es ist nur natürlich. Jungs in deinem Alter sind eben neugierig. Aber du magst es auch nicht, wenn jemand dich nackt sieht, oder? Und deine Schwestern sind da genauso empfindlich. Und sieht Daddy dich nackt? Ja, aber das ist was anderes, wenn man verheiratet ist. Ehepaare müssen sich nackt sehen, weißt du? Klopf, klopf, ist zufällig jemand zu Hause? Ah ja, nee, ich hab gleich Zeit für dich. Also, versuch die Privatsphäre deiner Schwestern ein bisschen zu respektieren, okay? Okay. Oder eine von den beiden schlägt dir den Schädel ein. Und jetzt geh und mach, dass du ins Bett kommst. Okay. Der Junge ist ein Spanner. Das bringt mir meine Jugend zurück. Was, hast du auch Schwester? Schön wär's. Ja, das ist für dich. So was wie ein Dankeschön. Oh, ich bring's gleich in die Küche. Ich hoffe, du hast nicht schon einen. Nein, ganz sicher nicht, Arnie. Ich hab noch keinen. Seifen- und Weinkopfchen. Äh, das hab ich in der Autowaschanlage gekauft. Und, ähm, hast du auch Nancy ihre kleine Überraschung schon gekauft? Natürlich. Gefällt er ihr? Ja, und wie. Sie wird ihn also behalten, ne? Klar, die gibt ihn auf keinen Fall zurück. Das verstehe ich, aber stell dir mal vor, es gäbe einen wirklich wichtigen Grund. Ich meine, es ist doch nur ein Ring. Ich hab ihr keinen Ring geschenkt. Ja, aber was hast du ihr dann von unserem Geld gekauft? Na, eins von diesen Brustentwicklungsgeräten. Hä? Äh, du weißt schon. Du hast dir ein Busenwunder gekauft? Ja, zwei, weil sie sich's gewünscht hat. Wir haben dir 1500 Dollar für sowas geliehen? Zwei kosten 3000 und ich hatte nur die Hälfte, also musste ich euch anpumpen, damit sie sich nicht schief entwickelt. Welche Hälfte ist unsere? Hey, Arnie. Arnie, wie geht's? Äh, Danny? Ja? Nun, es gibt da was, worüber wir uns unterhalten müssen. So, zum Beispiel? Über Nancys Verlobungsgeschenk zum Beispiel. Bitte sag mir, du hast dir eine Kamera geschenkt. Nein, aber wir haben für die Entwicklung des Bildes bezahlt. Äh, du hast dir... Ein Geschenk gekauft, das ihr ständig etwas schenkt. Guter? Ich dachte, du kaufst dir einen Ring. Wenn sie hat Ringe. Äh, nee, äh, setz dich doch hin. Trink dein Bier zu Ende. Schatz, Schatz, Schatz. Ähm, ich dachte, es war für einen Ring. Was nicht? Er soll Zinsen dafür zahlen, dass wir es ihm geliehen haben. Gemacht war das nicht. Und, und? Seinetwegen bezahlen wir jetzt Zinsen an die Bank. Und was machen wir, wenn er nicht bezahlen kann? Ihm das Ding wieder wegnehmen? Ja, und dann geben wir es Darlene. Dann kriegt DJ endlich was zu sehen. Dann mach ich nicht mit. Ja, ich bin noch da. Hast du unser Gespräch gehört? Nein, dass du mir Zinsen berechnen willst, hab ich nicht gehört. Tut mir leid, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich dir erzählt, ich hab ihr einen Ring geschenkt. Ja, das weiß ich, Arnie. Aber das spielt keine Rolle mehr. Inzwischen hab ich mir das Geld von Jackie geliehen. Ich hab Dan nur noch nichts davon gesagt. Das solltest du auch lieber nicht. Wieso nicht? Das ist meine Familie und mein Haus. Ich hab das Recht. Ja, das hast du. Ja, da hast du gesagt, das sollte ich lieber nicht tun. Ich will nicht, dass du sauer auf mich bist, weil ich euch Geld schulde. Aber wär's nicht besser, ich gebe Dan einen Scheck? Dein Scheck ist seinen feuchten Schmutz wert. Das weiß jeder, aber... Gib mir doch Jackies Scheck, dann ist meiner gut. Das ist wieder eine von diesen blöden Männerideen, oder Arnie? Ja, aber nur so würde Dennis akzeptieren. Wenn er von der Bank oder von mir Geld kriegt, sorgt er für seine Familie. Aber wenn's von Jackie ist, dann sorgt sie für seine Familie. Begreifst du, ich hätte Nancy auch nicht sagen dürfen, dass das Geld von Dan ist. Ich will auch nicht, dass sie denkt, das wäre ein Dance-Möpse. Ich bin der Mann, das sind meine Möpse. Ist das Bier schon wieder, alle? Ich kaufe Neues. Kommst du bitte, Arnie? Klar. Okay, Baby, bis gleich. Oh, das hätte ich beinahe vergessen, Danny. Ich hab dein Geld. Arnie? Du hast doch gesagt, sechs, sieben Wochen. Es kam früher rein, als ich dachte. Ich gebe dir gleich einen Scheck. Warte mal, Arnie. Wo hast du auf einmal das Geld? Hier. Auf der Rennbahn hab ich einen Gaul gesehen, der hieß Lucky Arnie. Dan? Na, richtig, es war Lucky Dan, krasse Außenseiter, 300 zu 1. Arnie. Lucky Arnie, Lucky Dan, halt doch einmal zu mir, ja? Warum musst du solche Freunde haben? Okay, ich habe das Geld von Jackie angenommen. Du hast den Scheck von deiner Schwester genommen? Also, ich mach mich da mal dünn. Äh, viel Freude mit der Seife. Gib es zurück, Rosanne. Das tue ich nicht, das ist auch meine Familie, Dan. Du hältst dich da raus, ich sagte nein. Und ich sage, ich nehme von meiner Schwester den Scheck. Ach ja, und was sagst du jetzt? Wo ist der verfluchte Tesafilm? Hey! Hi Dan, wie geht's? Was machst du hier? Ich warte nur auf Gary, und du? Ich bin von zu Hause weggelaufen. Magst du einen Drink? Nein, lass mich bezahlen. Ja, ich nehme ein Bier. Hey Willy, zwei Bier bitte. Gerne, komm sofort, Willy. Alles okay mit dir und Gary? Ja, sehr gut, ja. Und mit dir und Rosanne? Hm. Ich hab deinen Scheck zerrissen. Wo bleibt Gary so lang? Jackie, du wolltest nur helfen, das weiß ich, und ich war ein bisschen grob zu dir. Bitte entschuldige. Ach, schon gut, ich hab's verdient. Ja. Aber Dan, die ganzen Jahre lang war ich bei euch zum Essen, hab bei euch gewaschen, Ferngespräche, auf deine Kosten ge... Das ist nicht der springende Punkt. Ich fand nur, ich müsste es ein bisschen gut machen, verstehst du? Ich bin dankbar dafür, Jackie, aber ich hab mir früher schon mal Geld von Verwandten geliehen und glaub mir, es funktioniert nicht. Oh, ja, du hast recht. Weißt du noch, wie du mir das Geld für meinen ersten Wagen geliehen hast? Und ab. Hab keine Angst, Jackie. Ich gehe mit dir mit und wir finden ein nettes, solides Transportmittel für dich. Aber Danny, ich will doch gar kein nettes, solides Transportmittel. Ich will eine Rostlaube, die richtig abzüßt. Und die hab ich gekriegt. Oh, ich weiß. Ich weiß. Erinnerst du dich noch, wie wir anfingen, als Becky unterwegs war und... Und wir brauchten Geld für das Haus? Naja, da musste ich's mir von meinen Verwandten leihen und von deinen. Und jetzt muss ich seit 14 Jahren so tun, als ob ich sie gern hab. So geht's mir auch. Also, dann... ...beschließen wir, dass wir nie wieder von der Familie was leihen. Ja. Aber du würdest dir von einem Freund was leihen. Sicher, sicher. Weißt du, Dan, ich seh dich nicht so sehr als Familienmitglied, sondern eher als Freund. Oh, Gott. Okay, ich seh dich mehr als Familienmitglied. Oh, nun hab dich nicht so, Dan. Ich würde mich wirklich darüber freuen, wenn ich euch helfen könnte. Ihhh... Also, du bist mein Freund, he? Ja, das bin ich. Und du hast wirklich so viel Geld? Du brauchst nichts weiter zu tun als Fragen. Du kriegst es, Kumpel. Hey. Wo bist du gewesen? Einen Trinken mit einem Freund. Oh, Mann. Ich liebe Männer, die wissen, wann sie kriechen müssen. Westerlich, Süße. Sie hat mich angefläht. Was machst du da? Ah. Auf Nanzys Bild hier sieht's aus, als ob sie dich verfolgen. Ja, das ist gespenstisch. Es waren doch ein halbes Dutzend Fotos. Die dürfen wir nicht so rumliegen lassen. Wo sind die anderen? Ich dachte, du hättest sie. Wozu? Ich hab keine Quittung verlangt. DJ. Oh, ein totaler Kampf ist das. Es ist unglaublich, dass der kleine Venezuelan noch steht. Und da liegt der Ladies and Gentlemen Arturo Guadeloupe ist K.O. Steh auf, Jammerlappen. Du blutest ja noch nicht mal, du Schwächling. Reg dich ab, Darlene. Vielleicht ist er tot. Ach, es ist aus. Begrabt den Knaben. Mama, hilf mir mit meinem Haar. Was ist damit? Ich hasse es. Es liegt nur da und lässt sich nicht frisieren. Versuchst du dich aufzupolieren für Robert? Halt die Klappe. Der soll ja schon Studentinnen anmachen. Wow, ich hoffe, dafür bekommt er eine einzelne Sozialkunde. Ach, er kennt nur einen aus der Oberstufe, die mal einen Abendkurs an der Uni hatte. Dabei ist doch nichts, oder? Nein, natürlich nicht. Was meinst du denn, Zöpfchen oder Affenschaukel? Von mir aus beides. Darauf kann ich verzichten, ich mache es selbst. Ich hoffe, du schaffst es, dir alle Mitesser auszudrücken, Prinzessin. Dir stinkt es ja nur, dass ich eine Figur habe, die anatomisch korrekt ist. Oh ja, und ich wette, du kannst es gar nicht erwarten, sie Robert zu zeigen. Du alte Jungfer, du. Hey, 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 hey. Jetzt hast du es ihr gegeben. Sie kann nicht mitreden, sie hat noch niemals von dem Jungen einen Kuss gekriegt. Wozu auch? Spucke habe ich selbst genug. Ihr beide wart ein wundervolles Paar. Danke, dass ihr unser Spiel gespielt habt. Du wirst sterben, bevor du deine erste Erfahrung gemacht hast. Ach, kuss doch den Mond. Daniel, geh in die Küche und wasch ab. Becky, geh rauf und rasier dir irgendwas ab. Und du? Leider werden sie nicht immer so süß sein. Ja, ich weiß, wenn sie auf die 30 zugehen, werden sie ihre eigenen kleinen Persönlichkeiten entwickeln und so weiter. Hast du ihr was von Empfängnisverhütung erzählt? Ja, ich habe zu ihr gesagt, Becky, tu es nicht. Wieso? Das ist nicht nötig. Sie wird sich sowieso nie von einem Jungen ausziehen. Sie denkt, ihr Hintern ist zu fett und schämt sich. Sie muss es erfahren. Ich kann mit ihr reden, wenn es dich geniert. Ja, mach mal. Das ist eine gute Idee. Tja, aber ausnahmsweise hast du recht. Also gut, ich werde mit ihr darüber sprechen. Aber sag's ihr nicht so, als würdest du sie dazu ermutigen, Sex zu haben. Unsere Erlaubnis braucht sie nicht, Dan. Ja, aber sag ihr wenigstens, dass sie niemals einem Jungen trauen soll, weil wir alle lügen, um die Mädchen rumzukriegen. Ich hatte mal einen Freund, der bei Mädchen einen Wahnsinnserfolg hatte. Er hat ihnen immer gesagt, wenn sie hinterher ein paar Mal vom Tisch bringen, passiert nichts. Ja, Phil D'Angelo. Ja, Phil. Woher weißt du davon? Also, ich gehe da mal rauf und rede ein ernstes Wort mit Becky. Ach, hab ich dir das erzählt? Räge dich ab. Eine 9 für Brian und eine 7 für Chicago Skinny. und seinen aufrechten Freund Schrumpfling. Hey, sag nie wieder Schrumpfling zu mir. Ach, sie will uns nur aus der Ruhe bringen. Sie ist eine gerissene Geberin, Sohn. Gib her. Gut, 21. Klasse. Das ist unfair. Er kann zählen. Was wollt ihr Flaschen dagegen machen? Gib mir eine. DJ, wir haben 17 und auf 17 kauft man keine mehr. Besonders nicht, wenn man um 5 Brezeln gewettet hat, klar? Ja. Gib her. 10 und kaputt. Euer Pech, ihr Tränen. In einer Stadt in der Wüste, da warten sie schon auf dich, um dir das Fell abzuziehen. Dass du heute Abend mit Mama ins Kino gehen musst, ist schade, Dad. Ja, das Spiel von den Bulls wird sicher toll. Sollten sie sehen. Tja, leider. Aber ich muss mir ansehen, wie sich Deborah Winger im Roxy die Seele aus dem Leib hustet. Im Dolby? Ja, wieso unternehmen wir nie was wirklich Lustiges mit Gary und Jackie? Weil sie zur Familie gehören. Hast du schon mit, Becky? Das tue ich jetzt. Warte. Danke. Du siehst ja unglaublich aus. Wirklich? Ja. Komm in die Küche. Ähm, was weißt du über Empfängnisverhütung? Nichts, ich schwör's. Ehrlich. Oh, nein. Jetzt kommt die große Rede. Habe ich recht? Setz dich. Es ist leichter, sich im Sitzen zu genieren. Mutter, ich hab nicht vor, mit jemandem zu schlafen, falls du dir darüber Sorgen machst. Das weiß ich doch, Becky. Wolltest du mir das aber auch auf die Bibel schwirren, nur damit es offiziell ist? Mama, ich weiß wirklich alles über Empfängnisverhütung. Dann weißt du sicher auch, dass man nicht schwanger werden kann, wenn man nach dem Vergnügen ein paar Mal vom Tisch springt. Hey, Brian, was hältst du davon, wenn wir draußen ein paar Körbe werfen, bis es anfängt? Okay. Kann ich mitkommen? Nein. Okay. Hey, Gary. Hi. Hey, Dan. Äh, Jackie, war das Absicht, dass ihr einen Frauenfilm ausgesucht habt, weil die uns faltern? Ach, was soll das denn? Hast du Angst vor ein bisschen Gefühl und Zerrschung? Oh, ja, und wie. Ich liebe dich, aber ich muss sterben. Oh, nein. Du kannst nicht sterben, weil ich sterben muss. Wirklich? Was tötet dich denn? Eine Frauenkrankheit. Mich auch. Ja, ja, als ob ihr beide dieselbe Krankheit haben könntet. Wo ist Roseanne? Sie hält Becky in der Küche die Nullbevölkerungszuwachsansprache. Sie braucht vielleicht meine Hilfe. Ich will ja nicht protzen, aber ich bin die Expertin, wenn's um Schwangerschaftsverhütung geht. Ich habe so ungefähr jedes Buch gelesen, als es darüber gibt. Hi. Hi, Jackie. Hau ab, wir unterhalten uns. Oh. Äh, ich hol mir auch nur ein Glas Wasser. Du meinst also, ich soll selber in die Apotheke gehen und Kondome kaufen, Mutter? Wie peinlich. Na schön, wenn dir das zu peinlich ist, machst du es am besten wissenschaftlich nach der Temperaturmethode. Und das funktioniert? Frag deinen Bruder. Durstig. Und, äh, und was ist mit dem Schwämmchen? Ist das wenigstens zuverlässig? Tja, weißt du, ich habe ja nicht gerade Statistiken zu all diesen Sachen gesammelt. Oh, warum lassen wir nicht einen Experten zu Wort kommen? Sie sind dran, Professor Jackie. Wenn du meinst, ich soll. Das meine ich nicht. Also gut, dann hör zu. Schwämme sind ziemlich nützlich und bieten Schutz gegen bestimmte Krankheiten. Sie sind aber nur zu 80 Prozent wirksam gegen eine Schwangerschaft. Also ist es am besten, du verlässt dich auf eine Kondom-Schwamm-Kombination. Korrekte Anwendung vorausgesetzt, gewährt sie so viel Sicherheit wie ein Geldschrank und der Preis ist erschwinglich. Das verrate ich morgen. Ja, drücken diese Verhütungsmittel nicht auf die Stimmung? Nicht mehr als ein plarrendes Baby, denen du die Windeln wechseln musst. Oh, das ist Robert. Wir sind fertig, nicht wahr? Wenn du alles kapiert hast. Na klar, Mom, aber ich tue es ja sowieso nicht. Gut, das ist mit Abstand die beste Methode. Ja, Mom sprach mit uns nie über Schwangerschaftsverhütung. Noch nicht mal über Sex. Sex? Doch, sie hat mir mal erzählt, sowas machen nur die Leute in Europa. Ich weiß noch, wie sie versucht hat, uns beide aufzuklären, aber dabei war sie so entsetzlich lahm. Sie hat gesagt, wenn wir einem Jungen alles erlauben, dann würde man uns das ansehen und die Leute würden uns Flittchen oder Schlampe nennen. Als ob uns das gestoppt hätte. Sie hätte uns sagen sollen, dann nennt man uns bald Mami. Und was sagst du deinen Mädchen? Was? Ich meine über Sex. Na, was ich ja gerade gesagt habe, du hast es gehört. Da ging es um Schwangerschaftsverhütung. Ist doch dasselbe. Ist es nicht. Ist es doch. Rosane, ich spreche hier nicht über mechanische Dinge, klar? Ich spreche darüber, was passiert, wenn ein Junge sie an einer gewissen Stelle hinterm Ohr küsst und sie fängt an, mit den Augen zu rollen und ihre Gefühle gehen mit ihr durch. Sie ist meine Tochter. Wie kannst du nur sowas von ihr denken? Rosane, sag mal, spinnst du? Das sieht dir gar nicht ähnlich. Du redest ja genauso... Halt den Mund, ich rede nicht wie Mom. Hau schon wieder vorbei. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass Jordan drei viel Versuche hatte. Ja, er wirft nicht locker aus dem Handgelenk, weißt du, er schubst den Ball. Ja, er sollte ein bisschen mehr ausholen. Genau, dann bekäme er mehr Schnitt. Ja. Sie haben es kapiert und nehmen Auszeit. Oh, klasse, jetzt kommen diese blöden Cheerleaders. Irgendwie schafft er es nicht, den richtigen Boden hinzukriegen. Ich glaube, er sollte mehr in die Knie gehen. Was denkst du, Brian? Brian! Hey, Brian! Ja? Was findest du da bei diesen Hupfdohlen zuzusehen, hm? Ach, keine Ahnung. Oh, Wahnsinn, die können ja alle Spagat. Oh, Entschuldigung, hab ich Hupfdohlen gesagt? Ich hab mich geirrt, das sind alles Genies. Und, ähm, was ist mit den Cheerleaders in der Schule? Was ist damit? Na ja, findest du sie hübsch? Na ja, einige sind hübsch. Du wirst nicht glauben, was Vicky Lomax neulich gesagt hat. Ich schau mich auch bei den Cheerleaders bewerben für nächstes Jahr. Ja, ja, guter Witz. Ja, das hab ich auch gesagt. Ich bin doch gar nicht hübsch genug dafür, oder? Ähm, du bist nicht der Typ, das ist alles. Und dann glaub ich, Cheerleaders sind blöd. Ja, das glaub ich auch. Hey, Brian! Was? Wofür war das? Dafür, dass du Cheerleaders für blöd hältst. Oh, ich halt sie nicht nur für blöd. Ich halt sie für Obertrottel. Oh Gott, dieser Film war so traurig, so warm, so voller Herzensschmerzen. Ich brauch ein Bier. Das hab ich im Wagen vergessen. Oh, Vicky ist im Wohnzimmer mit ihrem Freund. Vicky! Darlin? Hi, Mami. Wir müssen jetzt gehen, komm. Warum hasst sie wohl nicht mehr alle? Hey, Sportfans, wie war das Spiel? Ja, ich will auch wissen, wie das Spiel ausgegangen ist. Die Bulls haben verloren, glaub ich. Hey, Kinder, habt ihr gecatcht? Haben wir noch einen gehabt, Brian? Brian, es hat mir viel Spaß gemacht, das Spiel mit dir anzusehen. Aber ich glaube, du solltest jetzt nach Hause gehen. Mach's gut, Darlin. Ich seh dich nach der Schule beim Training. Okay. Hey! Komm bald wieder, Kumpel. Ich muss ins Bett. Nachtschätzchen. Was ist? Ben, die haben nicht gecatcht, sondern geküsst. Hast du das gesehen? Ihre Bluse sah aus. Als wäre sie nicht den ganzen Arm zugeknöpft gewesen. Das ist ja klasse, das ist echt klasse. Wo willst du hin? Ich will dafür sorgen, dass der kleine Brian gesund nach Hause kommt. Ja, ein kopfloser dicker Kerl könnte ihn sonst mit seinem Laster überfahren. Was ist, hast du deine Schrotflinte vergessen? Darlin! Nein, Dan, das ist keine Lösung, das Kind jetzt anzuschreien. Ich will ihr nur klar machen, solange sie unter diesem Dach wohnt, hat sie keine Jungs anzufassen. Wenn du das tust, dann schwöre ich dir, sie hat eine vierköpfige Familie, bevor sie mit der Schule fertig ist, Dan. Ja? Hier in dein Zimmer. Also im Grunde ist es ja nichts Schlimmes, oder? Nicht jetzt, Jackie, okay? Doch, ich war ungefähr im selben Alter, da haben Doc Brock und ich uns zusammen ein Footballspiel angesehen. Wir waren aber im Footballstadion und nicht vor dem Fernseher. Und wir haben dich da am Spielfeldrand unter einer Decke ge... Jackie, Schatz, komm mit auf den Kaffee. Ich muss ihm helfen, Gary. Ich bin zu Hause, Roseanne. Keine Panik, Dan. Ja. Roseanne, Darlene ist 14 Jahre alt. Aber Becky war auch 14, als sie zum ersten Mal einen Jungen geküsst hat. Becky ist nicht Darlene. Genau, die ist nicht so blöd und würde sich nie von ihren Eltern dabei überraschen lassen. So habe ich das nicht gemeint. Darlene interessiert sich mehr für Sport und sowas. Na und, das ist für sie ein neuer Sport. Du regst dich doch nur deshalb darüber auf, weil du zu Darlene ein besonders gutes Verhältnis hast. Das habe ich zu Becky auch. Es hat dich aber nie aufgeregt, wenn Becky dasselbe getan hat. Becky ist älter. Nein, es regt dich bloß deswegen auf, weil ihr euch dauernd zusammen diese Sportsendung im Fernsehen anseht. Weil sie dir im Garten hilft und, äh, ihr dauernd Körbchen draußen in der Einfahrt schießt. Körbchen. Glaub mir, ich bin davon genauso wenig begeistert wie du, aber davon geht die Welt nicht unter. Ich meine, gewöhn dich an den Gedanken, dass dein Sohn sich langsam zur Frau entwickelt. Hi. Hi. Na, wie war's? Klasse. Ich gehe jetzt drauf und werde ein paar Mal vom Tisch springen. Gute Nacht, Becky. Ach, du bist es nur. Entschuldige. Wie war's? Erzähl. Oh, er kann toll küssen. Aber davon verstehst du ja sowieso nichts. Und, habt ihr noch mehr gemacht? Nein. Wir schon. Ich glaub dir kein Wort. Es ist wahr, ich hab mit Brian beim Fernsehen rumgeschmust. Was? Aber ihr seid ja noch nie miteinander gegangen. Wir spielen miteinander Basketball, das reicht. Aber das ist nicht dasselbe, Darlene. Und was machst du jetzt, wenn er in der Schule vor den anderen damit groß angibt? Ich hab ihm gesagt, dann hau ich ihm eine rein. Das könnte funktionieren. Mom und Dad haben uns erwischt. Oh, ist ihnen die Sicherung rausgeflogen? Noch nicht. Und? Wie war's? Ach, das Küssen fand ich eigentlich ganz schön. Was ist mit dem anderen? Hat's dir auch gefallen? Naja, besser als Volleyball. Allerdings nicht ganz so gut wie Hockey. Darlene, hör zu. So leicht darfst du's ihnen nicht machen, okay? Du musst die Jungs dazu bringen, dass sie dir gehorchen, dass sie genau das tun, was du sagst. Du meinst, sie betteln lassen? So ungefähr. Ja. Meine begehrenswerten Töchter. Ich bin auf euch beide furchtbar stolz. Seit wann hast du uns bespitzelt? 15 Jahre. Langsam werde ich gut, hm? Und jetzt bekomme ich lebenslänglich Hausarrest, oder? Hausarrest? Ganz im Gegenteil. Wir geben dir einen Debütantinnenball zur Feier dieses besonderen Moments. Euer Dad ist am Telefon und engagiert eine Band. Ach so, erst folgt ihr mich und dann kriege ich Hausarrest. Nein, nein, ich will bloß, dass du mir die romantischen Einzelheiten erzählst. Nein, warte, ich hab eine bessere Idee. Es ist viel spannender, wenn ich beim Aufräumen dein Tagebuch ausgrabe und es ganz heimlich lese. Du hast einen ganz schönen Knall. Also, wie gefällt es dir, das romantische Zusammensein mit einem Jungen? Davon halte ich gar nichts. Ich wollte nur wissen, wie das ist. Also habe ich ihn geküsst, ohne mich erst stundenlang anzumalen wie eine gewisse Puppe, der einen Namen mich jetzt nicht nennen möchte. Also, du wolltest es Becky zeigen, ja? Nein, das habe ich eigentlich nicht gewollt. Am Anfang vielleicht, aber dann habe ich nicht mehr daran gedacht. Und dann bist du vielleicht ein bisschen zu weit gegangen. Das bin ich vielleicht. Glaubst du, er wird mich nie wieder ansehen? Tja, ich weiß nicht. Du hast ihn als Objekt fleischlicher Begierde benutzt. Die Jungs lieben das. Und was ist mit dir und Robert? Habt ihr Heiratspläne, von denen ich wissen müsste? Ich frage ja nur, weil Vater die Band noch am Telefon hat. Als ob ich dem die Musikauswahl überlassen würde. Setz dich hin. Hör zu. Sex ist etwas, das eigentlich gar keine Freude macht. Das heißt, solange ihr nicht etwas älter seid. Mutter! Nein, nein. Wir hatten noch niemals eine richtige Unterhaltung über Sex. Und ich denke, wir sollten das jetzt erledigen. Na gut, erledige das. Also, okay. Wenn ihr jetzt schon damit anfangen würdet, ja, ihr hättet sicher einen gewissen Spaß dabei, aber... Es wäre bestimmt schöner und besser, wenn ihr... Was du sagen willst, ist, dass wir eigentlich noch zu jung sind, um aufs Ganze zu gehen. Und dass wir von der körperlichen sowie von der geistigen Entwicklung her noch nicht reif genug sind. Ja. Und es würde uns nachher nur leid tun. Und wir sollten denjenigen lieben, mit dem wir es tun. Ja, na ja, wisst ihr... Und dann sollte man sicher sein, dass... Dass man ihn auch respektiert. Oh, sonst ist es sinnlos. Oder dass er... Dass er dich genauso respektiert. Dass er dich respektiert, richtig. Damit es wundervoll und echt ist. Genau. Stimmt, genau. Tja, also das war's. Und ich bin richtig zufrieden mit unserer kleinen Unterhaltung. Seid ihr auch zufrieden damit? Ja, klar. Sehr zufrieden. Absolut. Sehr zufrieden. Tja, dann sind wir uns hier einig. Wundervoll. Großartig. Gute Nacht, Kinder. Gute Nacht, Mama. Ich liebe dich, Mama. Ich liebe dich. Ich liebe euch auch. Gute Nacht. Oh, wie schwach. So ein Gesülze. Hey, komm her. Versuch an mir vorbeizukommen. Los. Na los. Na los. Jetzt bin ich dran. Hör zu, Rosanne. Ich weiß, du meinst es gut, aber ich brauch keinen Trost. Unsinn, ich will nur ein paar Körbchen schießen. Na komm, versuch mich doch mal auszuspielen. Diesmal passe ich auf. Okay, gib mir den Ball und ich werde dir einen Innenpass zeigen. Was ist Innenpass? Ein anderes Wort für reinlegen. Hast du Darlene gesagt was mit... Ich hab ihr gesagt, sie soll's lassen. War das alles? Tja, weißt du, ich hab beiden gesagt, es wäre überhaupt nichts dran am Sex und man hat eigentlich erst was davon, wenn man 27 ist. 27? Zumindest gilt das für mich. Naja, eigentlich spricht das für mich und nur darauf kann es auch. Ist vollkommen unwichtig, was ich gesagt habe. Was die beiden jetzt miteinander reden, ist viel spannender, wetten? Wenn du Lust hast, mach ich dir Popcorn und wir gehen sie belauschen. Nein. Wir können ebenso gut fernsehen. Bonanza läuft. Nein, ich bleibe lieber hier draußen und schieße noch ein paar Körbchen, okay? Okay. Na komm schon, du stehst völlig frei. Komm schon, tu was für dein Geld. Wirf den Ball. Wirf schon, wirf, wirf in den Korb. Ich seh mir das Spiel an. Und dann sehen wir uns eben das an. Gib das hier. Hey, du gehst mir auf die Nerven mit deinem italienischen Basketball. Oh, Leute, seht, die Fernsehansagerin von hinten. Irre. Becky, ich kann nichts sehen. Tut mir leid, Darlene, ich bin dir doch nicht im Weg. Wir haben einen 40 Zentimeter Fernseher und du einen 80 Zentimeter Hintern. Es gibt leider nur noch ein Programm, meine Show. Dann werde ich Mama leider sagen müssen, dass ich zuerst am Fernseher war. Geh in den Kindergarten, Petzel. Alte Schachtel. Hey, Babe. Wie lange hacken Sie schon aufeinander rum? Sekunde. Darlene ist jetzt beinahe 14. Hallo? Mutter. Sie war zuerst am Fernseher. Ja. Ja, liebend gern. Freitagabend? Ich kann's kaum erwarten. Du bezahlst das Essen. Und was ist für dich drin? Oh, das lohnt sich bei mir immer. Das weiß doch jeder. Darlene, auf was lässt du dich da ein? Keine Angst, der glaubt, es ist Becky. Oh, gut. Mutter! Ich mach dich kalt, Darlene. Lass so ne Mördergeschichte aus mir. Schluss machen. 37, zwanglos. Ich bring dich um. Ihr zwei geht seit Wochen aufeinander los wie die Irren. Jetzt ist Schluss damit. Mutter, sie hat angefangen. Heute, sie gestern, du. Sucht euch ne andere Beschäftigung. Raus, raus. Und hört auf, mich Mutter zu nennen. Danke, du warst ne große Hilfe. Wieso? Du hast doch gehört, was Darlene gemacht hat. Und du sagst nichts? Doch. Um Freitagabend auszugehen, ist sie noch etwas zu jung. Der Thermostat geht wieder. Du drehst einfach das kleine Einstellrad hier, im Keller wird's gemütlich warm und deine Schriftstellerkarriere ist nicht mehr aufzuhalten. Wirklich schade, Schatz. Aber ich muss meine künstlerischen Pläne zurückstellen, denn seit heute hat sich meine berufliche Situation geändert. Heißt das, du hast den Kellnerjob? Ja, und mir ist jetzt noch ganz schlecht. Sie haben die andere Bewerberin auch genommen und die ist noch dicker als ich. Besser als im Schönheitssalon zu putzen. Viel hat sich aber nicht geändert. Ich hab immer noch mit Haaren zu tun, nur dass sie jetzt ins Essen fallen. Du warst gut. Ja, das war ich. Und zur Belohnung massierst du deiner lieben Frau die Füße, Sklave. Zeig her, die Kartoffelstampferchen, Schatz. In der ersten Woche hab ich Spätschicht. Das heißt, du übernimmst dann zu Hause das Kommando. Das mach ich schon, keine Sorge. Und das bedeutet, du darfst nicht vergessen, den Kindern Futter hinzuwerfen, wenn sie vor Hunger schreien. Du musst für die Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung sorgen und du musst sie davon abhalten, sich gegenseitig abzumorxen. Das schreib ich lieber auf. Mama, Darlene hat sich ihr Badezimmer eingeschlossen und macht Hausaufgaben. Sie lässt mich nicht rein und ich muss so dringend. Hast du gehört, Darlene macht Hausaufgaben? Was sagst du jetzt? Das müssen wir im Kalender ankreuzen. Nimmst du das in die Hand denn? Nein, erst wenn du deinen neuen Job antrittst, nehm ich das in die Hand. Du hast einen Job? Ja, ich arbeite in dem Restaurant gleich neben dem Kaufhaus Rybell und mein Schatz. Das zu Rybell gehört? Ja. Wo ich mit meinen Freundinnen hingehe? Ganz genau. Meine Mutter ist da als Bedienung? Ein schöner Tritt in den Hintern, ne? Du vernichtest mein Leben. Sonst, hast du gedacht, dass es mir bloß ums Geld geht? Schluss jetzt! Benehmt euch gefälligst! Kann ich Ihnen helfen? Ähm, ja. Hey! Bitte setzen Sie sich, ich komme gleich. Ihr lause Jungs hört jetzt auf, mit Löffeln zu werfen. Kaffee? Ja, das wäre nett. Ähm, wissen Sie, ich... Oh, es ist keine Sahne mehr da. Hinten ist noch frisch, ich bin gleich zurück. Ach, was soll's, ich hatte schon schlimmere Jobs. Löffel. Löffel. Hier ist die Sahne. Danke. Eigentlich... Entschuldigung, ich muss Sie bitten, die Kinder zur Vernunft zu bringen. Sie schießen mit Papierkügelchen auf meine Frau. Ja, Entschuldigung, ich bin schon unterwegs. Ich bin gleich wieder da. Hört zu! Ihr Stolche hört sofort mit dem Quatsch auf, okay? Ja, genau. Tut mir leid, Sir. Entschuldigung. Tut mir leid. Entschuldigung. Sie sehen aus, als könnten Sie Hilfe gebrauchen. Ja, heute ist mein erster Arbeitstag hier. Und es sollte auch noch eine andere kommen, aber leider ist sie noch nicht da. Na so, ein Jammer. Machen Sie mal die Augen zu. Es sieht aus, als hätte man uns nach der Geburt operativ getrennt. Das ist dein Revier, Schwester. Die sind eigentlich ganz niedlich, hm? Ich weiß, wie man die dran kriegt. Ich habe auch Kinder. Keine Angst, das gewöhne ich denen schnell ab. Gut. Raus! Joseen, weißt du, wann unsere Essenspause ist? Ich bin am Verhungern. Ehrlich? Ich habe keinen Hunger. Ich frage mich, wieso. Okay. Ich habe ein Salisbury-Steak und ein Schweizer-Steak. Wer kriegt das Salisbury-Steak? Das kriege ich. Okay, dann kriegen Sie die Preisfrage. Welches ist es? Rosen! Rosen! Gesegnete Mahler, denke ich. Rosen! Der koffeinfreie Kaffee ist alle. Ich finde keinen mehr. Ach, du kennst den alten Kammentrick noch nicht. Okay. So, siehst du, jetzt ist der normale, alle. Hi, hi, Becky. Wie geht's dir, Schatz? Mama, komm hier. Komm sofort hier. Mutter, würdest du dir was ausmachen, wenn wir uns von der anderen Frau bedienen lassen? Ja, erstens, weil sie drüben an der Bar zu tun hat und zweitens sitzt ihr doch nur eine Stunde vor eurem Sprudel. Und so wie ich euch kenne, fällt höchstens ein Viertel Dollar Trinkgeld ab. Miss, ich warte. Na, wir halten's wohl noch eine Sekunde aus. Also, setz dich erst mal. Ich komme gleich. Na schön, aber ich flehe dich an. Komm nicht an den Tisch und spiel Mutter wie bei uns in der Küche. Ich hab nicht vor, dir die Brust zu geben. Keine Angst. Oh Gott. Miss! Ja, ja, ja. Nun, haben wir gewählt. Also, ich möchte bitte ein Kaffee und ein großes Glas Wasser. Und zu essen wollen Sie nichts? Nein. Das ist nicht mein Tisch. Kann ich deine Tochter bedienen? Das ist dir vielleicht peinlich. Ja, ich mach mir schon Sorgen um sie. Hallo Kinder, wie geht's euch? Also, ich finde, das ist echt Wahnsinn, Mrs. Conner, dass wir von Ihnen bedient werden. Ja, ihr dürft euch auch so benehmen, als wärt ihr bei uns zu Hause zur Kast. Jetzt zwingen Sie mich nur, mir die Hände zu waschen, bevor ich das Essen serviere. Mutter, das ist ja widerlich. Sie meint das nicht ernst, ehrlich. Oh, meinst du, Becky? Reg dich ab, Beck. Ja, reg dich ab, Beck. Echt. Können wir jetzt endlich bestellen? Schieß los. Okay, ich nehme einen Cheeseburger und Fritten und... Warum kommst du zum Essen hierher? Ich meine, Dad muss heute Abend für euch kochen. Dad hat nichts dagegen. Bescheiden, wie er ist, lässt er sich zur Halbzeit nur eine Pizza kommen. Ich hab euch heute früh doch einen Hackbraten gemacht. Darauf hat er vielleicht keinen Appetit. Was du nicht sagst. Willst du uns nicht endlich fragen, was wir wollen? Ja, ja, ihr esst, was auf den Tisch kommt. Er hat seinen Fritten hinter, dann zieht sich das blöde Spiel an und ich hab für nichts und wieder nichts Hackbraten gemacht. Und diesmal hab ich sogar echtes Fleisch drin. Becky scheint ein furchtbar nettes Kind zu sein. Ja, das scheint aber nur so. Es muss wirklich das Größte sein, eine eigene Familie zu haben. Bloß verheiratet zu sein ist schon wundervoll. Bist du erst frisch verheiratet? Ja, das bin ich seit drei wunderschönen Monaten. Oh, genau wie ich. Nein! Komm schon, wie lange? 17 lange Jahre. Ist es noch genauso schön wie am ersten Tag? Oh, besser! Und es wird echt mit jedem Tag besser und besser und besser. Und du wirst eines Morgens aufwachen und so verdammt glücklich sein, dass du platzt! Gib das sofort her! Da liegt das hier jetzt meine Seite, damit du klar sehst. Das Badezimmer ist auf deiner Seite und das Zimmers blöde Kuh! Na und? Das ist dein Problem, du Stinktier! Hey! Schluss jetzt, ihr Bestien! Hey, gib das her! Rüfft ihr doch! Du sollst das hergeben! Was willst du? Was sollst du sein? Was sollst du sein? Ich, lass du's! Hier, die Schmarrer, die! Und abends geht die Brust ins Küste und nach Baden. Fuck! Das fliegt auf! Dad, sieh mal! Also, sowas Tolles sieht man nicht im Fernsehen. Nein, 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 Dallin! Komm jetzt! Das ist mein Lieblings-T-Shirt! Das ist mir doch egal! Das kriegst du zurück! Was sehe ich denn da? Dallin! Dallin Conner! Schulmannschaft 88! Das fliegt dich auf! Nein, nein, nein! Nicht! Gib das her! Wenn du das rausschmeißt, fliegst du hinterher! Ich hab dich gewarnt! Jetzt fliegst du raus! Hey! Hey! Aus Seitenanbau! Ah! Also, was ist hier los? Dad, hör zu! Sie machen keinen Zufall, nicht längere Satz vom Zimmer kommen! Sie sind unterschiedlich! Schulst jetzt raus! Wenn ihr nicht mit dem Zufall zusammenleben könnt, vergesst es! Dann werdet ihr getrennt! Dallin, du suchst dein Zeug zusammen und ziehst um in den Keller! Was? Du machst witzig! Nein, ich mein es todernst! Ihr hört niemals auf zu streiten! Jetzt lernt ihr mal, wie das ist, wenn man allein ist! Da seid ihr wohl sprachlos, hm? Du bist der Größte, Dad! Du bist ein Hammer! Und heute noch kapiert! DJ, räum dein Zimmer auf! Wieso? Ich hab meinen strengen Tag! Ich könnte noch mehr Kinder erziehen! Hallo, Schatz! Willkommen in der Connor-Villa, wo die Kinder zufrieden sind, das Geschirr gewaschen und alles ruhig ist! Wo BHs und Schlüpfer dekorativ im Vorgarten verstreut sind! Hörst du, die meisten Hausbesitzer hätten da lieber ein paar Gartenzwerge stehen! Ha! Billiger Massengeschmack! Ich werde unsere Töchter dort aufstellen! Da haben wir in der Zeitung stand, dass du Becky Schwerge demütigt hast! Ja, ja, ich finde, dieser Job hat viele angenehme Seiten! Apropos, wieso war Becky eigentlich im Restaurant essen? Sie wollte keine Pizza! Und der Hackbraten im Kühlschrank! Niemand wollte Hackbraten essen! Ich hätte ihn nicht mal verschenken können! Wo wirst du denn mit dem Zeug hin? Ich halte es mit Becky nicht mehr aus, drum ziehe ich ihn in den Keller um! Wessen blöde Idee war das? Meine! Ich regle das schon! Ich habe das schon geregelt! Sie hörten nicht mehr auf zu streiten, da habe ich sie getrennt! Bei aller Liebe denn, sowas kann man doch wohl anders lösen! Du warst nicht da! Ich habe hier das Sagen! Willst du nach Hause kommen und alles umstoßen, was ich anordne? Nein, aber die werden nie wieder ein Wort miteinander reden! Ach, Unsinn! Wie kannst du nur seelenruhig daliegen und in die Röhre glotzen? Locker! Es war ruhig! Bis du gekommen bist! Ach nein, ich finde, Dan hatte da eine gute Idee! Als wir Kinder waren, hätte ich auch gerne ein eigenes Zimmer gehabt! Wenn wir getrennt aufgewachsen wären, würden wir uns niemals so gut verstehen! Und was haben wir miteinander für Spaß gehabt? Spaß? Es war grauenvoll! Du hast immer warmes Wasser in mein Bett geschüttet, wenn ich im Tiefschlaf war! Und ich dachte, ich wäre Bettnisser, bis ich dich mit zwölf erwischt habe! Wie Musterschwester warst du auch nicht! Wenn ich abends länger wegblieb, hast du die Tür verriegelt! Und ich durfte mitten in der Nacht unseren Vater aus dem Bett klingeln und bekam eine stundenlange Standpauke! Und du hast drum erzählt, ich würde auf Ronnie Edison stehen! So war es doch auch, Jackielein! Nein, so war es nicht! Oh doch! Das ist eine Lüge! In deinem Tagebuch stand es doch ausführlich! Ronnie Edison ist so süß! Ich liebe ihn über alles! Du hast mein Tagebuch gelesen? Nein! Du hast mein Tagebuch gelesen? Ich habe zu tun! Mama, kriege ich deine Personaleinkaufskarte? Ich bin jetzt beschäftigt, Darlene! Warte eine Minute! Jackie! Leih mir deine Kreditkarte! Wofür? Ich will mir doch diese tolle Stereoanlage kaufen! 1000 Dollar habe ich aber nicht! Und auf Mamas Karte kriege ich 20%! Und die gebe ich zum vollen Preis zurück! Das Ganze mache ich fünfmal und dann habe ich meine Stereoanlage gratis! Nicht übel, was? Darlene, das ist ungesetzlich! Woher willst du das wissen? Was habe ich denn hier an? Bin ich vielleicht als Clown verkleidet? Vergiss den Blödsinn, Darlene! Auf Wiedersehen! Ich werde es nie zu was bringen! Sie muss doch die Quittung vorlegen, wenn sie was zurückgibt! Siehst du? Da hast du es! Siehst du! Sehe ich was? Darlene geht glatt an Becky vorbei und sagt nichts! Na und? Sie geht sicher öfter an ihr vorbei! Ja, aber wenn sie normalerweise an ihr vorbeigeht, sagt Darlene zum Beispiel, Hey, du hohle Nuss! Und Becky antwortet, Hau ab, Zwitterverschnitt! Und sie hatten wenigstens noch eine geschwisterliche Beziehung! Rosanne, hast du dich schon mal gefragt, ob du vielleicht deshalb so sauer reagierst, weil Dan entschieden hat, dass die beiden in getrennten Zimmern wohnen und nicht du? Das ist absolut lächerlich! Nein, 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 nein! Ich glaube, das ist dein Wunderpunkt! In deinem Revier röhrt jetzt ein anderer Hirsch und das gefällt dir nicht, richtig? Verdammt, ich schätze, ich werde noch als Detektiv-Karriere machen! Für den Anfang bist du der erste Cop in der Geschichte, der brav für seinen Kaffee bezahlen wird! Ich gebe's auf, Rosanne! Ich kann nicht einfach sagen, nach mir die Sintflut und Dan machen lassen, was er will! Hast du Vertrauen zu Dan? Muss ich das haben? Wieso lässt du ihn nicht einfach das tun, was er für richtig hält? Gut, aber auf jeden Fall muss ich ihn kontrollieren! Nein, wieso willst du dich nicht an eure Abmachung halten und es ihm überlassen? Lass ihn machen, was er für richtig hält! Kann ich nicht! Bloß, weil du dir einbildest, du musst immer die Stärkere sein! Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man schwach ist! Warte, ich hab's! Du bist schwach! Trainiere mich! Hi, Babe! Hi! Hey, Mom! Wieso ist der noch auf? Wir haben einen Deal! DJ darf länger aufbleiben, weil er abgewaschen hat! Einen Deal? Okay, schon, wir machen uns einen Kaffee! Wie kann er ihn so lange aufbleiben lassen? Dann krieg ich ihn morgen früh unmöglich aus dem Bett! Er kommt zu spät zur Schule und mir ist wieder der ganze Tag versaut! Er wird pünktlich sein! Und sieh dir das an! Wie kann ein DJ ihn nur abwaschen lassen? Alles ist schmutzig! Tief! Warum tut er mir das an? Atmen! Okay! Rosanne, ich weiß, das Geschirr ist noch schmutzig! Ich wollte nur warten, bis DJ im Bett ist! Ich mach's! beim Abwaschen und du rührst nicht einen Finger! Verstanden? Schatz, soll ich abtrocknen? Nein, vielen Dank! Aber ich liebe mein Geschirr luftgetrocknet! Zick! Mama, ich kann die Wolldecken nicht finden! Wo hebst du sie auf? Frag deinen Vater! Gut, gut! Dad? Willst du schon ins Bett gehen? Welches Bett? Ich muss noch Mathe machen und erfriere da unten! Darlene, du bist doch nicht draufgekommen, weil dir kalt ist, hm? Eigentlich schon! Ich denke, das ist nur eine Ausrede, weil du wieder in dein altes Zimmer willst, richtig? Nein! Oder muss ich wieder zu Becky ziehen? Ich atme hier nur ein bisschen mit Tante Jackie! Darlene, du kannst im Keller bleiben, solange du willst! Wenn du willst! Also, es ist ein bisschen einsam da unten, ähm, und ich würde gern wieder raufziehen, aber Becky wird dann sagen, es ist ihr Zimmer! Und ich würde bloß zurückkommen, weil ich sie brauche und sie mir fehlt und tüdelüdelü dummdumm! Ich sag dir was! Warum schiebst du es nicht auf mich? Sag ihr, ich hätte gesagt, im Keller wäre es zu kalt! Okay? Na gut, danke, Dad! Nichts zu danken! Hey, Becky! Dad hat mir befohlen, wieder umzuziehen! Also räum dein Gerümpel aus meiner Seite raus! Danke, danke! Danke, kein Applaus! Du bloß nicht so, als hättest du sie absichtlich frieren lassen! Rosie, Rosie, Rosie! Sie ist doch nicht raufgekommen, weil ihr kalt war! Ich hab im Keller eingeheizt! Sie hat nur nach einer Ausrede gesucht, damit sie wieder umziehen darf! Überrascht mich, dass du es nicht gemerkt hast! Aber andererseits ist nicht jeder Erziehungsberechtigte so perfekt wie Dan Conner! Ich versinke in Demut vor deiner überlegenen Erziehungskunst! Sei bedankt! Und weißt du was? Ich denke, für diesen Abwasch lasse ich mir Zeit bis morgen, meine Damen! Ich bin begeistert, Roseanne! Du hast dich tadellos beherrscht und Dan alles tun lassen! Aber jetzt darf ich doch an! Du hast es verdient! Vielen Dank! Oh, entschuldige, Jackie! Drehst du bitte das kleine Ding am Thermostat nach rechts, damit die Heizung im Keller wieder angeht? Du kleine Schlange! Danke, danke! Keiner Platz! Ja, und weißt du noch, wie du mir beigebracht hast, wie mein Lippenstift aufträgt? Nicht auf die Lippen, nein! Außen um die Lippen, damit es nicht schmiert, wenn ich einen Kuss kriege! Du warst so dämlich! Ich hab dir vertraut! Aber du warst auch nicht gerade ein Engelchen als Schwester, weißt du? Ich hab dir nie was getan! Oh, als ich anfing mit Dan zu gehen, hast du ihm erzählt, du wärst meine Tochter! Er war ja auch so blöd! Und was ist mit deiner erfundenen Schwester, hä? Meine erfundene Schwester? Du hast damit angefangen! Oh ja, aber sie war nicht nur meine erfundene Schwester, sie war auch deine erfundene Schwester! Ja, aber sie hat nur mit dir geredet! Das hat sie gemacht, weil sie dich gehasst hat! Roseanne! Was meinst du wohl, was ich alles anstellen musste, damit sie dich nicht im Schlaf umbringt? Du kannst es ruhig zugeben, du warst die schlimmste Schwester, die es je gab! Ich glaub, ich hab es nicht nötig, mir das von dir anzuhören! Und du auch nicht, Vanessa! Wirklich sehr witzig! Nein, sag das nicht, Vanessa! Du verletzt ihre Gefühle! Sie trägt ihr Haar doch gern so! Hör jetzt auf mit diesen kindischen Spielen, okay? Hey! Was sagt sie über mein Haar? Du kriegst auch so'n heißen Stuhl, Gary! Das ist die wahre Freiheit! Mann, Jackie wäre wild auf so'n Ding! Darum geht's nicht! Das ist wie bei einer Tätowierung, auch wenn der Name von der Brot draufsteht, du tust es nicht für sie! Oh ja, ja! Sag mal, wär's nicht billiger, wenn ich mir so'ne japanische besorge? Nein, 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 nein! Du willst doch keinen Ofen, der säuselt wie Barry Manilow! Deiner muss röhren wie... ...Steppenwolf! Steig auf, genieße das Gefühl! Ja, sie macht mich an! Wow, ich fühl's noch immer! Ja, das Gefühl kenn ich! Wie wär's mit der Zigarette danach, Jungs? Können wir jetzt gehen? Nein, Jackie ist noch gar nicht aufgekreuzt! Wär ja auch was Neues! Hör mal, tu mir den Gefallen und beschmier dich nicht mit Öl! Wir gehen in ein wirklich feines Restaurant! Es kommt ja nicht alle Tage vor! Aber, aber, Marvin, wollte Eddie bloß meinen Tretroller vorführen! Tutschiges Kleid, Mrs. Cleaver! Für wann hast du reserviert? Für vor zehn Minuten! Das macht sie immer mit mir! Ich warte volle 45 Minuten unten vor dem Roxy, während sie oben im Revier Finger abdrückt! Sagt sie tatsächlich, Finger abdrücken? Ja, sie badet förmlich in diesen Bullenslenken! Jedes Mal, wenn ich da bin, erzählt sie mir, sie hat entweder eine bekiffte Laus gefilzt, Ah, irgendeinen Spanner entspannt oder einen Penner geweckt! Oder ein Wachmann eingeschläfert! Ich hasse diesen stumpfsinnigen Job! Mom, ich hab mit Becky ausgemacht, sie bleibt hier und passt auf DJ auf und ich geh aus! Und warum sollte sie sich darauf einlassen? Weil ich was weiß von ihr! Was weißt du? Wenn ich das sag, muss ich zu Hause bleiben! Na? Was denkst du? Wie sollte diese Strafe ausfallen? Was meinst du? Darlene hat's mir gebeichtet! Die kleine Ratte! Ich hab gesagt, ich würde nichts unternehmen, bis ich deine Version kenne! Na, wir waren... Moment mal! Ah-ah! Du hast gelernt! Diese Jackie bringe ich um! Du kannst dich auf was gefasst machen! Oh, Entschuldigung, ich hab sie verletzt! Ja, das bin ich! Was? Was ist passiert? Erlebt sie noch? Oh mein Gott, Tante Jackie! Angeschossen! Nein, nein, nein! Psst! Nein? Okay, wo liegt sie? Okay, wir werden gleich da sein! Was? Was ist passiert, Rosanne? Okay, wo sind die Schlüssel? Sie wurde bei einem Streifengang verletzt, wir müssen sofort los! Die Schlüssel! Wie schlimm ist es? Wissen Sie nicht! Wieso nicht? Weiß ich nicht! Soll ich zurückrufen und fragen also? Wo ist mein Schlüssel? Ja, ich fahre, verdammt! Ich wusste, dass sowas passiert! Komm, ich fahre! Oh Mann, lass sie durchkommen! Ruft an, wenn ihr was wisst! Etwas gegen die Schmerzen! Bitte entdoppelten! Jackie? Ja, komm schon rein! Hier ist sie! Bist du okay? Keine Schwester weit und breit! Was ist passiert? Es war ein Albtraum! Ach was, Prellung des Steißbeins! Wollen Sie es Ihnen erzählen, Schwester? Nun, es war ein... Es war ein 311er! Da ich auf Streife war, war ich als Erste vor Ort! Mir war augenblicklich klar, dass die verdächtige Person vollkommen unter Drogen stand! Was bedeutete, dass es nicht nur ein 311er, sondern auch ein 402er war? Er leistet Widerstand? Und es kommt zum Duell! Ein 979er! Und jetzt wird's ungemütlich! Er greift nach der Knarre! Welche Knarre? Ihr Partner sagte, er war vollkommen nackt? Es war dunkel! Es hätte eine sein können! Dann sind beide Kopfe über die Treppe runtergepurzelt! Du fällst einen nackten Kerl an und purzelst mit ihm die Treppe runter? Dafür werde ich mir nur bezahlt, Rosal! Wisst ihr, wenn wir uns beeilen, schaffen wir es noch rechtzeitig ins Restaurant! Kommst du mit, Jackie? Mit meiner gebrochenen Wirbelsäule können wir irgendwas für dich tun? Nein, lass nur, ich werd schon wieder! Mir tut's bloß leid, dass ich euch den Abend versaut habe! Aber Jackie, wir freuen uns doch, dass du lebst! Was sagen denn die Ärzte? Wie lange musst du bleiben? Sie sagen, ich muss ein paar Tage zur Beobachtung hierbleiben und dann anschließend zurückschalten! Ihr wisst ja, Bettruhe, keine körperliche Anstrengung! Lasst ihr mich kurz mit ihr allein? Nein, keine körperliche Anstrengung! Okay, wir warten draußen und lauschen! Schlimm, dich da liegen zu sehen, mit diesen Schmerzen! Also, seit der Drachen mir den Schuss gesetzt hat, fühle ich mich ganz gut! Ich muss dir jetzt was beichten, Schatz! Als die uns anriefen und sagten, es hätte dich erwischt, bin ich erschrocken wie nie zuvor in meinem Leben! Oh, du süßes Bärchen! Es ist wahr! Du und deine niedliche Bärchennase! Oh, danke! Nein, wirklich! Weißt du, jeden Tag, wenn du zur Arbeit musst, mache ich mir Gedanken, dass man dich erschießt oder erwirkt! Wieso fragst du? Darüber sprechen wir lieber später! Nein, nein, ich bin okay! Du hast gesagt, erschießt oder erwirkt! Okay, dieses Mal ist nichts passiert! War bloß ein Treppensturz! Aber ich meine, im Krankenhaus bist du trotzdem! Und schließlich, was passiert, wenn nächstes Mal so ein armer Irrer wirklich eine richtige Kanone hat! Ja, Jackie, ich weiß, wir haben's durchgekaut! Aber ich glaube... Ich glaube nicht, dass ich das noch lange verkrafte! Was für ein Mann! Ich frag mich, wer das war! Mann, warum räumt die Janet selbst auf? Gott, was für ein Schwein! Wie soll Tante Jackie in dem Saustall schlafen? Was ist das? Seine Unterwäsche, Becky! Wo soll ich bloß hin mit dem Schrott? Weiß ich nicht! Schmeiß ihn unters Bett! Was ist denn da drin? Oh mein Gott! Was? Ist ja voll mit kleinen Köpfen! Das ist ja wie ein Psycho! Was macht der? Hackt die Köpfe ab und wirft die anderen Teile weg? Nein! Das ist wirklich übel, Darlene! Stellen wir wieder alles dahin zurück, wo's war! Hi! Was macht ihr da? Nichts! Ordnung! Wir machen Ordnung! Auch in meinem Schrank? Nein, nein! Wieso? Nur so! Vorsicht! Lässt du sie fahren, musst du sie zahlen! Sehr witzig! So, leg sie einfach hier aufs Bett! Okay! Vorsichtig! Wie fühlst du dich, Tante? Ein bisschen steif, Becky! Können wir dir was holen? Nein, es wird schon! Bin okay, glaub ich! Oh, Zen, bitte! Mach nicht so viel Wind! Doch! Doch! Gute Besserung! Hab ich selber gemalt! Oh, DJ! Sieh mal einer an! Oh, was bist du für ein braver kleiner Junge! Die fallen alle drauf rein! Ich bring das gleiche, Meister! Wo lass ich's fallen, Meister? Wo immer du willst, Igor! Nicht mehr Meister! Kannst du mir doch schnell eins überziehen! Mal sehen! So geht ich! Wie geht's dir? Wie geht die erste Räume? Nein, hey, nee! Ich bin okay, es wird schon wieder! Ich brauch einfach nur Ruhe! Okay, ich schau später rein! Okay, Gary! Stimmt was nicht? Nein, 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 ich bin spät dran! Ich muss gehen! Los, Herrschaften! Kommt schon! Sie braucht ihre Ruhe! Kommt schon! Lass sie jetzt allein! Roseanne? Na? Kannst du noch bleiben? Ja, ich wollte sowieso nicht weg! Oh! Was gibt's? Mir ist klar geworden, dass ich wegen meines Rückens hinterm Schreibtisch landen könnte! Ach, du armes Ding! Darf ich einen kleinen Freudentanz aufführen? Roseanne, wie kannst du sowas sagen? Du weißt, ein Cop zu sein bedeutet mir eine Menge! Ach, komm schon! Bis jetzt ist nichts passiert! Es passiert immer wieder! Dich erwischt es, du kannst deinen Job nicht mehr machen, du kriegst eine kleine Pension, man schickt dich heim! Was tue ich, wenn man mir die Marke abnimmt? Oh, du könntest eine ganze Menge tun! Ich will aber nichts anderes tun! Ich ziehe die Uniform an und man respektiert mich! Ich tue etwas, das was bedeutet! Ich beschütze Menschen! Ich helfe Menschen! Selbst wenn ich mein Leben dafür geben muss! Jackie! Du springst einen nackten Kerl an und greifst nach... Ich hätte schworen, es war eine Knarre! Was machst du da? Seh den Motorradmarkt durch! Oh, da ist ein Schnäppchen! 78er Harley, bester Zustand! Können wir uns nicht leisten! Ist für Gary! Gary und ich haben was vor, wir gründen eine Gang! Und du, deine Schwester, ihr werdet unsere Hasen! Dann brettern wir ins Grüne und ziehen über die Dörfer am Wochenende, wenn das Wetter mitspielt! Wie geht's, Jackie? Ja, sie macht Fortschritte, aber ich halte es für besser, wenn sie noch bleibt, bis sie in der Lage ist, sich um sich selbst zu kümmern! Ich glaube, du gefällst dir als Engel der Geplagten! Tue ich nicht! Tust du doch! Du warst doch in den letzten Tagen ganz selig, dass du jemanden zum Bemuttern hattest! Och, weißt du, es ist nicht unangenehm, jemanden zu haben, der einen braucht, den ich füttere und den ich auf den Topf setze! Abgesehen von dir, Schatz! Du, Mom! Angenommen, DJ tut was Irres, ich meine nichts normal Irres, ich meine etwas Irres Irres, dann müssen wir ihn weggeben, ja? Ja, der Kim mit Sicherheit wieder angedackelt, wie ihr jedes Mal! Was ist denn los? Er macht schon etwas wirklich Irres! Also, ich hab das so satt, wisst ihr, ihr seid ehrlich, ehrlich die Pest! Jedes Mal, wenn das Kind was macht, kommt er hier angerannt und quakt mir die Ohren voll! Ich hab's schon mal gesagt! Er macht die Dinge nicht, wie ihr sie macht! Er macht sie anders! Er ist eben ein Junge! Ganz anders! Oh, das ist aber mal ein apartes Hobby! Mutter, das sind meine alten Puppen! Oh nein, der spielt doch nicht etwa mit Puppen, oder? Ach, ich atme auf! Findet ihr das etwa normal? Naja, der da sieht irgendwie aus wie Darlene! Ja! Ja, es scheint so, als hätte sie sich heftig gewehrt! Ihr seid ja krank! Kommt schon, zurück damit, wo ihr es her habt! Weg damit! Mutter! Becci, jetzt mach mal einen Punkt! Ich hab gesagt, er ist ein Junge und Jungen machen sowas und jetzt verkrümelt euch bitte! Aber wenn wir das Killerbaby doch noch in den Keller sperren müssen, ich werd ihm nicht die Windeln wechseln! Ben, als du so alt wie DJ warst, hast du sowas auch gemacht, hm? Nein! Ich war normal! Hey! Hey, Mann! Hier ist deine Maschine! Hey, toll! Wir sehen sie uns heute Abend an! Jetzt brauchen wir für dich nur noch einen beinharten Spitznamen! Gebombt! Wie wär's mit, äh, Psycho! Nein, den heben wir uns für DJ auf! Na, ich spring schnell rauf zu Jackie! Wie geht's ihr? Die liegt oben im Bett und jammert! Oh, das bin ich gewohnt! Hi! Gary! Wie fühlst du dich? Ach, frag mich nicht! Oh, das hat aber gut getan! Hier? Für dich? Vielen Dank! Gary, iss was! Wir haben seit meinem Unfall nicht mehr geredet! Na ja, äh, ich kauf mir diese Harley! Toll! Und, äh, dann viel Arbeit im Büro! Hey, hör mal, du weißt doch, Hank hat den Schilderladen neben mir! Also, zufällig geht seine Sekretärin genau Ende dieses Monats! Gary! Ist ein toller Job! Ich habe einen Job! Würdest du dir's überlegen? Geht das wieder los? Gary, ich war schon ein Cop, bevor wir uns kennenlernen! Aber ich dachte immer, dass du... Du dachtest immer, ich gebe es auf! Es wäre nur eine Phase, sowas ginge vorbei! Heute spielt sie den Polizisten und morgen, was weiß ich, vielleicht die Bardame! Ach! Du bist verletzt! Nun sag schon, ich hab dich ja gewarnt, Jackie! Nein, ich sage, so kann ich nicht leben! Pass auf, vergessen wir, dass du nie zu Hause bist und vergessen wir, dass wir niemals Pläne machen, weil wir nie wissen, wie dein Leben aussieht an dem Tag! Und vergiss, dass ich zu deinen Freunden nie Kontakt finde, weil ihr nichts anderes macht, als im Bullenslang zu fachsimpeln! Aber Jackie, ich will verdammt sein, wenn man mich ans Telefon holt und sagt, meine Frau liegt halbtot irgendwo im Krankenhaus! Also, ich muss etwas, das ich will, aufgeben, weil du es nicht verkraften kannst! Meinst du nicht, dass das ein kleines bisschen selbstsüchtig von dir ist, mein Schatz? So ist es eben! Gary, ich lasse niemanden über mein Leben bestimmen und das wird sich auch nicht ändern! Und ich werde nicht auf diesen Anruf warten! Was bitte schön soll das heißen? Trennen wir uns! Du brauchst mir nur zu sagen, dass du kein Cop mehr bist und alles ist wieder wie früher! Nein, nicht verkaufen! Ich weiß, Sie haben jemand, der scharf darauf ist, aber mein Freund nimmt sie! Ja, wir kommen gleich! Gary, wir müssen! Ach, lass ihn in Ruhe! Vielleicht küsst er sie und sie springt aus dem Bett! Sonst ist die Maschine weg! Der Entfasch um mich mit der Maschine nicht jetzt! Ich hab was anderes im Kopf! Was ist denn passiert? Habt ihr wieder mal Streit? Es war mehr als nur ein Streit, Roseanne! Was war's? Etwas zwischen ihr und mir! Ich mein, ein Problem, mit dem wir kämpfen! Von Anfang an! Es ist persönlich, Roseanne! Fahne! Jackie wird es mir sagen! Klingt schlimm! Es ist vorbei! Oh Mann! Tja, sowas kommt vor! Gary, die Kiste holen wir aber trotzdem, oder? Ja, klar, machen wir! Ja, na wie, rufst du mich an? Aber sicher! Hey, Gary! Ja? Halt die Ohren steif! Ja, du auch denn! Warum, Jackie? Wie konntest du sowas machen, ohne vorher mit mir zu sprechen? Er ist nicht dein Freund, Roseanne! Ach komm schon, der Kerl ist klasse, er findet doch jeden Blödsinn, den du machst, richtig süß! Der marschiert hier rein und stellt mir ein Ultimatum, er redet mir einfach, Schluss zu machen! Und ich rate dir von Anfang an, Schluss zu machen! Und ich hab versucht, mit dir Schluss zu machen, aber so wie es aussieht, gehst du nicht weg! Um Kopf zu werden, hab ich sehr, sehr hart gearbeitet. Was würdest du tun, wenn Dan von dir verlangen würde, sein Heim aufzugeben und den Job und die Kinder? Ja, gut, war ein blödes Beispiel. Ich sag dir, was ich mit Dan tun würde. Ich würde es mit ihm besprechen. Da gibt es nicht mehr viel zu besprechen. Ich mache nämlich Schluss. Was? Jetzt bietet man mir einen Schreibtischjob und ich mache nicht mit. Ich hocke doch nicht von morgens bis abends auf meinem Po und tippe. Aber du hast doch nur auf deinem Po gehockt und Kaffee getrunken. Ja, aber ich hatte ein Funkgerät und ein Auto. Jetzt tust du doch haargenau das, was Gary von dir will. Nein, ich tue genau das, was ich tun will. Aber es ist nun mal dasselbe, was Gary will. Warum mieten wir uns nicht einfach eine Kirche und bringen es hinter uns? Nein, vergiss es. Dann wird er denken, ich höre auf, weil er es so wollte. Aber du wüsstest doch, wie es wirklich war. Lass ihn im unklaren Männer lieben das. Roseanne, ich werde genau das tun, was du tun würdest. Du würdest auch keinem Mann erlauben, dich zu bevormunden. Ich brauche jemanden, der mich liebt und zu mir hält, egal was passiert, genau das, was du von Dan bekommst. Hast du eine Meise? Weißt du, wie viele Jahre ich in Dan investiert habe? Meinst du, vielleicht den habe ich schon so gekriegt? Warum opferst du nicht genauso viel Zeit für Gary, blöde Henne? Er ist der perfekte Kerl für dich. Nein, Roseanne, er ist der perfekte Kerl für dich. Du willst sie doch nur verheiraten, damit er dir deine blöde Schwester abnimmt, damit du dich nicht mehr um sie kümmern musst. Hab keine Angst, du wirst dich nicht mehr um sie kümmern müssen, denn der, du wirst lachen, geht's prima. Okay, vielleicht, vielleicht war es richtig so. Wie ich das hasse. Oh, Sam. Nein, es ist ehrlich, ehrlich ätzend, Jackie. Tja, war wohl ein schwerer Tag für dich. Ja. Willst du weiter weinen? Nein. Willst du mich anbrüllen? Nein. Willst du eine Pizza? Ja! Käse extra? Mhm. Pöperoni? Schinken? Was ist mit Sardellen? Kein Mann ist es wert, Sardellen zu essen. Vorsicht! Stufe. Geht schon. Ich weiß nicht, warum du so plötzlich nach Hause willst. Ich war fast eine Woche hier. Zehn Tage. Bring das raus ins Auto. Ich werde dich vermissen, Dan. Willst du wirklich gehen? Da hast du niemanden, der sich um dich kümmert. Niemand, der mit dir redet. Ich meine, das ist doch bloß ein Rattenloch und kein Apartment. Du deprimierst mich. Wenn du deprimiert bist, solltest du nicht gehen. Es wird langsam Zeit, dass ich mit meinem Leben allein fertig werde. Was hast du vor? Weiß ich noch nicht. Ich habe eine kleine Invalidenrente und endlich einmal Zeit, das zu machen, was ich schon immer machen wollte. Und was? Wird ich dir nichts sagen. Jedes Mal, wenn ich was Neues versuche, lachst du mich doch nur aus. Genau wie bei der Polizeischule. Das machst du jedes Mal. Ach, sowas würde ich niemals tun. Du kannst sagen, was du vorhast. Ich werde hinter dir stehen, was auch immer du tust. Okay. Ich hätte Lust auf irgendwas Künstlerisches. Etwa Bildhauern oder Malerei oder ich könnte irgendwas am Theater machen. Ich meine als Schauspielerin. Ja, oder? Als Ballerina. Wie wärst du ein Ballerina? Oder lieber Astronaut? Ja, du wärst ein toller Astronaut. Dann gingst du in die Luft, hoch, hoch, hinaus, ins Weltall. Danke für den Zuspruch. Oder du wärst Kickboxer. Nein, Schlammringerin. Aufbücher. Nein, ein Medium. Aber das wüsstest du ja dann schon. Oh, jetzt nicht, denn. Okay, aber beeil dich. Die Matratze bringt mich um. Ich hab mitten im Rücken ne Sprungfeder. Hab ich versucht. Versuch's nochmal. Komm, tausch mit mir, Rosent. Nein. Komm schon, ich brauch ein bisschen Schlaf. Ich mach kein Auge zu, wenn du mir deinen heißen Atem ins Gesicht bläst. Grüber. Nein, du. Bitteschön. Das ist noch nicht optimal. Komm schon, hilf mir die Matratze umdrehen. Okay. Komm schon, Rosent, du musst aufstehen. Du hast nicht gesagt, dass das dazugehört. Komm jetzt. Du meinst ein nagelneues? Nein, eins, wo ein alter Mann drin gestorben ist. Ja, nur, oder? Dan, äh, liegst du jetzt bequem? Aha. Ich hab die Feder nämlich jetzt auf meiner Seite. Hm. Okay, aber beeil dich. Hör auf! Hör auf! Ich warn dich! Ich warn dich! Schluss damit, Zwerg! Schluss damit, Zwerg! Dad! Dad! Der DJ! Der DJ! Ich bring ihn um! Ich bring ihn um! Wieso, was macht ihr? Mom! Mom! Was ist? Darlene sagt alles, was DJ sagt, eine Sekunde bevor es DJ sagt. Ja! Gott, ist das infantil! Ja! Das ist rasend! Rasend! Wenn er nicht damit aufhört, garantiere ich für nichts mehr! Für nichts mehr! Hey, Darlene, versuch doch mal, deinen Kopf mit aller Wucht auf den Tisch zu schlagen. Sie machen sich dann kaputt. Danke für die Hilfe! Danke für die Hilfe! Du bist tot! Du bist tot! Huch! Wie geht's uns denn? Huch! Wie geht's uns denn? Hm. Das musst gerade du fragen. Weißt du übrigens das Neueste? Rybell macht einen Bettenausverkauf. 40 Prozent Rabatt? Wenn du meinen Angestellten Rabatt von 20 Prozent dazu nimmst, ist das, glaube ich, ein Wink mit dem Zaunpfahl. Rosanne, ich hab nachgedacht. Was ist, wenn meine Manneskraft gar nicht von mir kommt, sondern von der Sprungfeder? Ich dachte, das wär die Sprungfeder. Was ist, wenn ich's im neuen Bett nicht bringe? Als der neue Küchentisch ins Haus kam, hattest du keine Probleme. Richtig. Falls es euch interessiert, DJs Kopf passt perfekt in die Toilette. Weißt du, ich sag's ja, DJ ist winzig für sein Alter. Bis dann! Hey, wo willst du hin? Weißt du doch, Mom, sein Name ist Mark Healy und wir gehen zu einer Party. Healy? 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 Ich glaub nicht, dass wir irgendwelche Heelys kennen. Ich weiß nicht. Vielleicht vom Bowling? Oh Gott. Nicht der Erzbischof, hm? Vielleicht kennen wir uns von einem Bankett in der Spaghetti-Bühne. Ich kann mich nicht erinnern, Liebste. Es sind vielleicht keine Typen, die sowas essen. Oh Gott, denn, das sind doch keine Neuarmen. Bitte lass mich jetzt gehen. Nein, es ist das erste Mal, er soll reinkommen. Kann er nicht ein anderes Mal reinkommen? Wir haben es ziemlich eilig. Du weißt, wie es bei uns läuft. Der sitzt da draußen und denkt, ich versetze ihn. Dann soll er den einsamen, langen Gang zur Tür machen und nachforschen. Ich mach auf. Nein, Darlene, lass. Wir müssen deine Schwester, wie es sich gehört, in Verlegenheit bringen. Gott, ich hasse diese Familie. Was ist los? Ich hub's an der Ewigkeit. Meine Eltern wollen dich kennenlernen. Oh Mann. Mom, Dad, das ist Mark. Mark, das sind meine Eltern. Hi, Dan Connor, das ist meine Frau Rosanne und das ist die liebliche Darlene. Okay, gehen wir. Mark, ich weiß, du möchtest nichts wie raus hier, aber so läuft das bei uns nicht. Nein, also setzen wir uns erst mal gemütlich, fahren die Fühler aus und beschnuppern uns ausfühlig. Also, ähm, Mark, in, ähm, welche Klasse gehst du? Zwölfte. Donnerwetter. Puh. Spielst du Football? Nein. Oh, schade. Wir haben, ähm, ein echtes Klasse-Team dieses Jahr. Aha, ja. Ja, ich hab dich gerade hupen hören. Was für einen Wagen fährst du? Es ist kein Wagen, es ist ein Laster. Rosie? Nun, Mark, ähm, ähm, Hast du keine Fragen an uns? Bitte, Mann, wir müssen jetzt echt los. Es war sehr nett. Komm nicht zu spät. Hey, Mark, zwei plus zwei? Was? Dacht ich's doch. Nacht, Becky, viel Vergnügen. Oh, so ein Kotzbrocken. Die fühlt sich gut an. Wie viel? Viel zu hart, viel zu hart. Oh, guck mal, dein Wasserbett. Der Traum unserer Jugend. Hey, wenn wir uns schon keinen Pool leisten können. Bauchklatscher! Moment mal, Moment mal, Augenblick. Haben Sie irgendeinen Wunsch? Ja, wie wär's mit zwei Margaritas? Ohne Salz. Wir liegen Probe. Ich bin dann da drüben. Zieh mich hoch, ich blick. Na, komm, ab. Guck mal, genau so ein Bett hat meine Mama uns empfohlen. Oh, das da ist schön. Das ist ja doppelt so groß wie unseres. Tun wir so, als wären wir reich und berühmt und unser Zimmer wäre so groß, dass das Bett reinpasst. Ja, und wir werden geweckt von Duft von frischem Kaffee und Corsants, die unser sexy Pariser Au-Pair Pierre für uns gebacken hat. Du denn? Weißt du noch, wie du mir auf unserem alten Bett gesagt hast, das du liebst nicht? Nein. Aber so war's und so bleibt es auch. Bist du beschwimpst? Soll ich einen Schlauch holen? Nein, aber das Licht runterdrehen. Wir nostalgieren. Hübsches Wort dafür. Sie entscheiden sich für das King Size? Nein, wir nehmen das Doppelbett da drüben. Und für die Lady? Ich gehe meinen Block holen. Dan, Liebling, ich glaube, das ging gegen meine Figur. Nein, ich glaube, das ging gegen meine. Oh. Du Cavalier. Danke, Timmy. Ein Toast. Ein Toast? Aufs alte Bett. Oh, okay. Also, was einst die Wiege unserer Liebe war, ist jetzt Sperrmüll. Das war gut. Mal ein Bier verspielen. Gib mir deins. Hey, ist das nicht Beckys Freund da? Was zum Teufel tut der denn hier? Der scheint zu trinken. Wo willst du denn hin? Hallo sagen. Nein, du flippst aus und scheuerst ihm ein oder zwei. Warte. Hey, ich glaube, wir kennen uns. Ja, allerdings. Bestens, und dir? Man lebt. Was hast du hier drin zu suchen? Auch Jugendliche brauchen mal einen Schluck. Schluck das? Rosie. Rosie, Rosie, Rosie. Hey, wir haben uns gefragt, wie du hier reingekommen bist. Durch die Tür da. Nein, ich meine, du bist keine 18, klar? Guter Mann, ich habe ein Papier, da steht drauf, ich bin 21. Wie alt bist du, wenn du mit unserer Tochter ausgehst? Komm, komm drauf an. Ich frage dich noch mal und vergiss nicht, du sprichst mit dem Vater des Mädchens. Machen Sie einen Punkt, kein Terror, Mann. Zeig's ihm, Ben, zeig's ihm, zeig's ihm. Rosie. Okay, Vorschlag zur Güte. Du lässt ab sofort meine Tochter in Frieden. Sie glauben, Sie können verhindern, dass ich Becky sehe? Ich kann verhindern, dass du den Sonnenaufgang siehst. Und ich erst. Bitte? Und wenn Becky mich sehen will, dann sieht sie mich. Klar? Am liebsten würde ich zu ihm nach Hause gehen und seine Mutter verprügeln. Komm schon, Darlene! Komm schon, Darlene! Lass mich raus! Lass mich raus! Ich tue's auch nicht wieder! Ich tue's auch nicht wieder! Bitte! Bitte! Mom, bist du's? Darlene, wieso ist DJ noch so spät auf? Mom! Entschuldige, wir haben so schön gespielt, dass ich die Zeit vergessen habe. Man denkt, man sieht nicht recht, wenn ihr euch mal vertragt. Dad, bist du das? DJ, ich wünsche, dass du ins Bett gehst. Aber Mom! Keine Widerrede! Na schön, komm raus, du Zwerg. Beim nächsten Mal sitzt du im Trockner. Becky? Becky, komm runter! Nachtmall! Nachtmall! Hab nur gute Nacht gesagt! Und was hab ich diesmal gemacht? Gar nichts. Auffallend, oder nicht? Wir haben Marc gesehen. Wo? Drüben, im Lobo beim Biertrinken. Es wird dich vielleicht vom Sockel hauen, aber er hat einen falschen Ausweis. Er hat sich von dir fernzuhalten und du hältst dich fern von ihm. Jetzt komm und gib mal mir einen Kuss. Unglaublich, ich kann es nicht fassen. Musst du aber. Wieso? Ich gehe nicht aus und trinke mit ihm. Das wirst du auch nie. Wie könnt ihr mich so bloßstellen vor dem Jungen? Das ist so typisch für euch zwei, sich in fremde Angelegenheiten zu mischen. Dann haben wir dich ja nicht enttäuscht. Du bist kein Fremder. Alles, was mit dir zu tun hat, ist unsere Angelegenheit. Also erlass die Tua. Und es ist offensichtlich, dass ihr ihn nicht mögt und das lasst ihr nun an mir aus. Es gab mal eine Zeit, da war sie so süß, so unschuldig, so liebenswert. Ich erinnere mich auch. Ich würde sagen, es war ein Donnerstag. Hört ihr das an? Ich habe im Sommer immer kleine rote Pickel auf meinem Pony im Winter. Wie kriege ich die Pickel? Das ist stark. Hoffentlich hast du nicht mit deinem Namen unterschrieben. Nein, mit deinem Namen. Was schlagen die vor? Eine Kräutergesichtsmaske. Okay, ich werde jetzt das Bett abholen, bevor die Lade schließt. Hey Schatz, bring uns beiden auf dem Rückweg zwei Kräutergesichtsmasken mit. Für unsere Post. Okay. Mom, ich werde zum Essen nicht da sein. Ich gehe rüber zu Judy. Warum fragst du nicht Deb? Der bringt dich. Nein, nicht nötig. Ich laufe das Stück. Okay. Was habt ihr beiden denn vor? Weiß nicht, bloß ins Kino oder sowas. Hey, das ist eine gute Idee. Vielleicht haben Jackie und ich auch Lust aufs Kino. Ja, eine gute Idee. Wir wissen noch nicht, ob wir ins Kino gehen. Das entscheiden wir erst dann, wenn wir da sind. Und warum rufst du mich nicht an, wenn du bei Judy gelandet bist und sagst uns wieder was? Vielleicht bringen wir dich nach Hause. Fein. Also sowas. Ich habe kein Portemonnaie. Da hast du es. Sie trifft sich mit Mark. Na klar. Der Alte. Ich verbringe den Abend bei meiner Schulfreundin Käse. Na ja, sie entwickelt jetzt wahrscheinlich schon Plan B. Wahrscheinlich eine blöde Story wie Judys Familie ist armisch und hat leider kein Telefon. Ich war sogar erst elf. Mom, ich und Judy gehen einfach auf eine Party, okay? Okay. Hey. Ist Mark zufällig auf dieser Party? Mom, ihr habt mir verboten, ihn wiederzusehen. Was heißt das? Ja oder nein? Nein. Wo ist die Party? Ich muss erst. Ich ruf an und geb dir die Nummer, wenn ich da lande. Und warum können wir dich nicht rüberfahren? Uns ist langweilig. Weißt du, vielleicht gehen wir zu der Party, vielleicht nicht, weißt du, vielleicht treffen wir uns nur mit ein paar Mädchen bei Judy. Die Kleine geht auf Nummer sicher. Ah, okay. Okay. Ach, Becky. Ja? Ähm, Judys Nummer hängt oben am Brett, ja? Ja. Okay. Okay. Viel Spaß. Danke. Bye, bye. Bye. Tja, da geht sie hin. Machst du dir Sorgen? Klar, mach ich mir Sorgen, Jackie. Willst du darüber reden? Was gibt's darüber zu reden? Sie zieht los mit dem Kotzbrocken, geht Gott weiß wohin und tut Gott weiß was. Jetzt weiß ich, wie Mom sich gefühlt haben muss. Die musste da sitzen und zusehen, wie du dein Leben verpfuscht. amüsierst du dich? Ich liege sie nur ein. Oh, Zeit, wieder mal Judy anzurufen. Ja, genau. Alle 15 Minuten. Hi, Judy. Hier Mrs. Connor noch mal. Du, ich hab vorhin glatt vergessen, Becky was zu fragen. So, sitzt sie schon wieder mal auf dem Klo, die Arme. Ach, ist sie krank? Dann kommen wir bei dir vorbei und holen sie ab. Okay, ich melde mich sicher noch mal. Becky ist krank? Nein, sie ist aus mit Mark. Was? Was zur Make-up macht sie mit Mark? Wir haben ihr verboten, ihn zu sehen. Und gerade deshalb lügt sie und sagt, sie wäre bei Judy. Warum hast du sie denn gehen lassen? Ich hatte keine Wahl, ich musste sie gehen lassen, um sie zu erwischen. Du hockst hier rum, während sie sich draußen mit diesem Punker rumtreibt. Keine Panik, ich rufe Judy alle 15 Minuten an und Judy ruft Becky an, wo immer sie ist und Becky ruft dann mich an. Und was bringt das? Ich vermassle Becky den Abend. Und ich bin sicher, dass sie okay ist, ne? Hallo, Becky. Sag mal, du magst doch Schweinekoteletts. Nichts, Walter? Nein. Alles in Ordnung. Ja, okay, Judy. ist schon über eine halbe Stunde. Solltest du von ihr hören, sag ihr, sie soll ihren Hintern nach Haus bewegen. Wenn sie den Typen liebt, fein, dann soll sie abhauen und mit ihm leben. Uns lügt sie ja sowieso nur an. Vergiss es, Judy. Du verlässt dieses Haus nie wieder. Wieso? Wieso, weswegen? Na, wie war der Abend? Okay, bin aufgeflogen. Ich war nicht bei Judy. Und? Ich war bei Monica. Und da ich weiß, dass ihr sie nicht leiden könnt, habe ich Judy als Vorwand benutzt. Das ist eine. Wo warst du? Ich sag's doch, bei Monica. Okay, ihre Eltern waren nicht zu Hause. Ich wusste, ihr würdet motzen. Das sind zwei. Zwei was? Zwei Wochen Arrest. Willst du lieber drei oder hören wir von Mark? Du hast gewonnen, das darf nie im Leben wieder passieren. Ist das klar? Klar. Und du siehst Mark nicht wieder. Niemals. Okay. Im Ernst, Becky. Ich weiß. Du brauchst keine Angst zu haben. Dank meiner Mutter, die ich jede Viertelstunde anrufen musste, wird es vermutlich keine zweite Begegnung geben. Vermutlich. Und was, wenn vermutlich doch? Ich werde ihn nie im Leben wiedersehen. Okay? Niemals. Das war für deine Mom und mich ein ganz schöner Schock heute Abend. Tut mir leid. Kann ich jetzt gehen? Ja, geh nach oben. Du warst gut. Gut ist gar kein Ausdruck. Du wusstest haargenau, wo sie war und du warst ihr immer einen Schritt voraus. Hast du das jemals bezweifelt, denn? Ich bin die Beste. Aber auf den nächsten Kampf muss ich mich noch besser vorbereiten. Nicht zu hart. Nicht zu weich. Gerade richtig. Weißt du denn, nur weil Becky Mark in Zukunft nicht mehr trifft, bedeutet das nicht, dass sie irgendwann mit jemand geht, den wir akzeptieren. Ich meine, wenn wir Pech haben, ist es ein Lustmörder. Das ist ein Lustmörder. Bitte, Bitte, Mr. Conner, lassen Sie mich raus. Bitte, Mr. Conner, lassen Sie mich raus. Ich verspreche, ich sehe Becky nicht wieder. Ich verspreche, ich sehe Becky nicht wieder. Ich kriege hier drin keine Luft. Ich kriege hier drin keine Luft. Ich ersticke. Gut. Sweet. Eine Lusche für den Monsignore, einmal Niete und ein Lichtblick für den Geber. Du eröffnest, Kumpel. 25. Wundervoll. Wundervoll. Jury, Bewertung bitte. Fünf. Danke sehr. Und fünf von der kommunistischen Partei. Ist dir das Neueste von Vetter Leon? Nee. Wo geht's denn denn? Bestellt sich zwei Versandhausbräute aus dem Katalog? Katalog, ne? Und UPS setzt sie ihm vor die Tür. Splitternackt. Das ist nicht dein Ernst. Doch, Sie sahen aus wie Michelle Pfeiffer, bloß, dass sie riesen Köpfe hatten. Okay, wer ist mit dir etwas für Annis Therapie? Okay, also, ihr wisst, dass ich was mit dieser Bauchtänzerin habe. Ja, Jungs, hört euch das an. Ja, ja, genau. Die Süße hat so eine Muskelkontrolle, dass sie mit ihrer... Hallo. Hey. Hey, Schatz. Kann ich schon jetzt mein Halloween-Kostüm haben? Aber klar, zieh's an und amüsier dich. Was war denn so lustig? Ach, nur was Handwerkliches. Ich meine, man könnte ja den elektrischen Schlagbauer benutzen, aber ich bevorzuge die alte Messe. Ja, ihr wisst schon, mit der Hand. Ja, ist am besten. Hey, benutzt eure Untersetzer. Ach, reingefallen. Schlagbohrer. Du, das ist so ein Männercode für Weibsbilder im Anmarsch. Ich möchte nicht wissen, was die reden, wenn wir das Zimmer verlassen. Ich weiß, sie reden übers erste Mal und übers letzte Mal und wie viele Male und dann multiplizieren sie das Ganze mit fünf und dann übertrumpfen sie sich und gehen heim. Warum tun sie das? Ich weiß nicht. Wir sprechen über das einzige Tier auf der Erde, das zu Bermudas schwarze Socken trägt. So, und jetzt setzen wir unsere Öhrchen auf. Warum muss ich das denn tun? Weil Jackie ein Halloween-Kostüm braucht. Ich verzichte auf Deins blöde Idee mit seinem schwachsinnigen Spukhausquatsch. Für Witwen und Waisen. Aber es ist nicht komisch, wenn mich irgendein 60-jähriger Bierbauch anspringt und blökt Uga Booga. Hat mich schon mit acht erschreckt. Heute bekomme ich einen Schock. Aber ich möchte, dass du wieder unter Menschen kommst. Ich bin auch nicht weg über Gary, bin deprimiert, bin lustlos und unglücklich. Sieh ich süß aus? Ich krieg dich, mein Mäuschen. Hey, grandios. Schreckend. Ich brauche einen Besen. In der Küche. Hey, 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 seht mal alle her, DJ ist ne Hexe. Warum fliegst du nicht rauf und steigst in deinen Pyjama? Ohne Besen kann ich nicht fliegen. Kinderleicht, siehst du? Ab mit dir. Ich komme gleich nach, Freund. Was? Zwei Töchter reichen dir wohl nicht. Wovon redest du überhaupt? Er geht als Hexe. Weiber sind Hexen. Wir sind in den 90ern, denn Hexen sind Frauen. Und das erlaubst du ihm? Er durfte selbst auswählen. Die Hexe hat ihm gefallen. Warum nicht was Normales wie Vampir oder Giftmörder? Wie Lucrezia Borgia? Es gibt männliche Giftmörder wie Santa Mero, sie. Oh ja, alles klar. Du willst am liebsten einen männlichen Kraftprotz von Giftmörder. Dein Connors Söhnchen geht nicht in Röcken zum Kostümball. Mein Sohn geht nicht als Mädchen. Darlene ging immer als Pirat vier Jahre hintereinander. Das war lustig. Wenn er so was macht, kommt er mit einer blutigen Nase nach Hause. So ein Blödsinn. Ich muss wieder da rein. Sprich du bitte mit ihm. DJ! Geh nicht als Hexe. Komm lieber gleich als Madonna. Ich hab mein Bestes getan. Ja, hi, Mom. Ja? Na, wie lang brauchst du noch? Okay, ja, ich sag's ihm. Okay, bye. Dad? Mom kann doch nicht weg. Sie sagt, sie und Tante Jackie treffen uns dort. Okay, ich bin gleich soweit. Darlene, du bist ja noch nicht mehr umgezogen. Wir wollen doch gleich weg. Ich fühl mich nicht gut. Was fehlt dir? Ich hab Bauchweh. Oh, oh mein Gott! Na, wie wärst du mit einem Pfefferminztee oder Kamille? Gehen wir, Herrschaften. Wo ist DJ? Wir holen ihn. Erschreckend schön, Schatz. Dank dir. Ach, Dad, ich soll dich erinnern, die Plätzchen mitzubringen. Oh. Hörst du, Schwachkopf, wo sind die Plätzchen? Boing! Au, au, au! Hey, lass ihn in Ruhe! Ein Witzbold, ha? Hey, mach keinen Zopf! Ich hol' die Plätzchen. Hey, hey, hey! Oh, wer ist das? DJ! Ah ja, ich dachte, die Hexe wäre für dich längst gestorben. Nein. Du, ich hab' mir gedacht, das Kostüm ist toll und das passt zu dir. Warum sagst du nicht, äh, du wärst der Merlin? Wer ist der Merlin? Das ist ein Hexer. Okay. Also, äh, brauchst du den Besen nicht? Wieso? Weil Hexer keine Besen haben. Dann ist mir die Hexe lieber. Nein, 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 nicht doch, DJ. Mädchen sind Hexen. Hexer sind Jungs. Die sind genauso geschickt wie Hexen. Die verwandeln Prinzen in Frösche, die machen Blitze und Donner, die erfüllen Wünsche. So was machen doch wie in einem Märchen. Tolle Hilfe. Okay, hör zu. Oh, hey, sieh mal. Aha, ein Zauberstab. Bing! Den nimmst du und sagst, du wärst ein Zauberer. Den will ich nicht. Ich will gar nicht. Na, schön, gehen wir. Macht euch schlank. Ja, Sir. Komm rein, Roseanne. Außen ist es eiskalt. Nein, in dem Aufzug gehe ich da nicht rein. Roseanne, du benimmst dich lächerlich. Du hast die Nase und die Ohren auch abgenommen. Schön, dann raus aus dem Kostüm. Nein, dann komm ich nicht wieder rein. Jetzt zieh dich nicht. Du siehst köstlich aus. Meinst du wirklich? Rein mit dir. Oh, ich hab mein Portemonnaie im Auto. Nein! Nimm das und trug dein an, damit wir hier wieder rauskommen. Ich komm mir vor wie in einem Traum, wo man im Schulhof steht, nur an der Unterwäsche. Komm schon, es ist Halloween. Warum ziehst du dich so? Weil ich hier die Einzige bin in einem Kostüm. Hallo? Wer ist da? Eddie? Oh, Arnie. Äh, Frage, ist Dan schon da? Ach, könntest du ihn suchen und ihm sagen, wir hätten eine Panne und Jackie und ich sitzen fest im Lobo und es wäre am besten, er holt uns ab und Sacki mir soll schnell machen. Schreck, lass nach. Ja, auch für dich, Arnie. Was dauert ein Weilchen? Wir warten im Wagen. Nein, es ist mir zu kalt. Komm, ich spendiere dir einen Trink, hm? Okay. Na, Bent? Was darf ich Ihnen bringen, Lady? Ich nehme einen Weißwein. Und was trinkt der Kumpel? Los, meine ich, abzutun. Was darfst denn sein? Ähm, bring mir ein Bier. Rosanne, tu das nicht. Das wird für uns beide nur peinlich. Nenn mich Bob. Weißwein für die Lady und ein Bier für den Herrn. Ich sehe keine Action hier. Action? Weiber. Ich weiß nicht, Mann. Es ist eben Dienstag. Der Darm-Bowling-Verein kommt gegen zehn. Bis zehn ist noch lange hin. Gut, dass ich die kleine Quetschkommode bei mir hab. Oh nein, du alter Macho. Klar, deshalb stehst du auf mich. Habe ich recht, Püppi? Macht vier Mücken. Zahl du mal, Mädchen. Wieso? Warum denn ich, Mann? Du bist der Mann. Du bezahlst. Du weißt, ich hab meine Börse im Auto. Na, wenn's sein muss, dann zahl ich mal wieder. Ich weiß auch nicht, was mich immer wieder reizt an solchen Versagern. Gott, die Dame muss mal wieder ihre Migräne haben. Bist nicht umsonst ein Single. Als Flirp bist du ne Null. Du, Bob. Ich werd nochmal den anläuten. Fein. Ich misch mich unters Volk. Nein, nicht. Das ist nicht dein Ernst. Ich und die Jungs, wir machen einen drauf. Hast du was einzuwenden, Babe? Verzeihung, Sie hätten auch was Besseres verdient. Sie sind ganz ohne Begleitung. Du machst Witze. Kernwort. Die Braut war so heiß, ich dachte schon, die schafft mich. Und dann klappt sie nen Koffer auf, voll mit Sexspielzeug und ihr dämmert, die Braut hat ne Meise. Na klar. Solange man dir die Batterie auflädt, kann's dir doch egal sein. Ja, ich meine, wenn man dir den Wagen wäscht, kann man ihn doch auch gleich polieren, oder? Ja. Das Einzige, was ich wissen will, ist, wozu sie dich braucht, wenn sie nen Koffer voller Spielzeug hat. Uuuuuh. Soll das ein Witz sein? Ja, doch. Oh. Jedenfalls, wir geben mächtig Gas und ich laufe zur Hochform auf und zeig, was mich zum Mann macht. Und ihre Freundin platzt rein und sagt, darf ich mitmachen? Oh Mann, oh Mann. Und was hast du gemacht? Ich meine, erzähl weiter. Also, die zweite Braut zieht sich aus und ich muss mit beiden fertig werden. Hey, Sekunde, Sekunde, ja? Ich hab ne Frage an dich, okay? Ja, was? Die Geschichte hast du doch einfach erfunden, ne? Dann nennst du mich einen Lügner. Nein. Badabumm, badabing. Ich meine, solange du Kreider auf deinem Kö hast, ist es egal, welchen Ball du triffst. Okay, na dann, halt auslassen, okay? Mach Schluss, mach Schluss, beeil dich, komm. Ball, was? Oh Mann. Was denn? Oh Mann, es war umwerfend. Du, das erinnert mich an einen Film, wo sich eine Lady mit Gorillas einließ, die sie als ihresgleichen akzeptiert. Boah. Und was, haben Sie gequatscht? Pass mal auf, der Light-Gorilla. Okay, der stellt sich hin und erzählt seine Sex-Stories und die nicht-dominanten Gorillas stehen um ihn rum und glauben das. Na und, ist das so neu für dich? Also, ich glaube, ich weiß, warum und wieso Sie es tun. Oh, erzähl. Also, wenn einer von Ihnen wirklich Sex hat, dann hat, glaube ich, der Rest von Ihnen auch eine kleine Scheiß. Aha, so läuft das also. Ja, ja, Sie glauben dann, dass Sie noch hoffen dürfen. Hey, bestell mir noch ein Bier, ich bin gleich zurück. Wo willst du hin? Ich gehe für kleine Jungs. Nein, nicht, nicht, Rosanne, bitte, bitte nicht, du's nicht. Nein, nein, lass nicht, ich berichtige nur deine Telefonnummer. Gott, stinkt das hier. Gott, stinkt das hier. Na, wie läuft's? Fein. Hast du das Blackhawks-Spiel gestern gesehen? Nein. Na, ein Bulls-Fan, hm? Schon kapiert, es ist, als ob man in einem Fahrstuhl steht. Schreck, lass nach. Hallo, Mr. Thompson. Hi, Mädels. Ach, das ist ja noch lahmer als letztes Jahr. Tja, aber dieser Frankenstein hat mich fast verschlungen. Becky-Lein, da waren 19 Frankensteine. Welcher hat dich nun verschlungen, hm? Der Hübsche. Ist das nicht toll? Na, ihr drei. Rosie rief an, sie hat eine Panne. Sie und Jackie hocken im Lobo. Du sollst sie abholen. Oh Mann, diese Mistkarre. Du, Arnie? Ja. Sag mal, als was gehst du? Als der Geist von Elvis, Mann. Also, holen wir Mom ab. Wo ist DJ? Das letzte Mal habe ich ihn in der Schreckenskammer gesehen. Ja, er maulte wegen dem doofen Besen. Oh Gott, ihr zwei wartet hier. DJ? DJ? Hey Jimmy, hast du DJ gesehen? Nein, den habe ich nicht. DJ? 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 Hey Andy. Hör mal, mein Junge ist weg. Der geht als Hexe, äh, Hexer. Gib es auch den, der ist eine Hexe. Andy? Andy! Was? Du hast doch drei Bengels. Das ist nur eine Phase, ja? Oh ja. In einem gewissen Alter benehmen sie sich kurz. Komisch, du weißt schon. Ja, ich fürchte, er versteckt sich vor mir. Jetzt läuft er mit einem Trauma rum. Tja. Der arme Junge wollte unbedingt einen Besen, damit er wie eine Hexe fliegen kann. Was bedeutet, er wird mal Pilot, ja? Dan, Dan. Sieh nicht in allem, was das Kind macht, eine Karriere. Kapiert? Glaub mir, dir bedeutet es mehr. Viel mehr als ihm. Aber wenn er so weitermacht, dann kommt noch irgend so ein Typ daher und gibt es ihm. Komm, Dan, wir waren Kinder. Wir haben es überlebt. Sieh uns an. Dad? Dad? DJ? Dad? DJ, wo warst du, mein Junge? Leute erschrecken. Ach ja? Mich hast du erschreckt. Ich wusste nicht, wo du warst. Bist du wütend auf mich? Nein. Und du auf mich? Nein. Okay. Suchen wir einen Besen. Okay. Jedes Mal, wenn meine Frau mir mit dem Quatsch kommt, von wegen Mann und Frau werden gleich, sag ich nur, gleich willst du sein? Also, dann pinkel erst mal ein Lagerfeuer aus. Hey, Bob. Da, deine alte hat einen neuen Feuerwehrmann. Tja, na, wir haben eine offene Beziehung. Deshalb bleibt sie nicht bei der Stange. Na ja, eine Frau, die aufblasbar ist, hält man leichter im Zaun. Du Schlampe! Du kannst mich nicht lächerlich machen vor den anderen Jungs. Hey, ich sehe keinen Ring an diesem Finger. Hi, Jackie. Hi, Crystal. Was machst du hier? Ich muss meinen Kummer ertränken. Junge, mach mir eine Pink Lady und sorg für einen Nachschub. Das war vielleicht eine Pleite. Und ich bin selber schuld. Hätte ich mal das Huhn bestellt, das wäre vernünftig gewesen. Aber nein, ich musste den Hummer nehmen, womit ich signalisierte, ich bin ihm verpflichtet. Und dann, als ich nicht wollte, wie er wollte, war er weg. Crystal, wann hörst du auf, dir selbst die Schuld zu geben? Du hast das Recht zu essen, ohne dass du für ihn gleich zum Menü gehörst. Du bist doch mehr wert, Crystal. Ehrlich? Ja, ehrlich. Crystal, du bist eine Frau und das musst du dir auch immer wieder sagen. Hör endlich auf, dich so zu sehen, wie dich die Mannsbilder sehen. Wie ist ihr Name? Erkennst du mich denn nicht? Nein, helfen Sie mir bitte auf die Sprünge. Wann, wobei und wo? Bei Rosanne Connor. Rosanne? Schreck, lass nach. Aber, aber ja, ich hab dich erkannt. Nein, hast du nicht. Ich hab mir so getan. Nein, du wärst sogar mit mir ins Bett. Aber vorher hättest du den Dinner springen lassen müssen. Hallo Mädels. Bob. Hey, natürlich erkennen die dann Warren Beatty. Wollen Sie tanzen? Ich unterhalte mich mit meinen Freunden vielleicht ein anderes Mal. Was, Sie quatschen lieber mit Burl Hives, als mit mir zu tanzen? Komm schon, Lady. Nein, danke. Ich werd Sie schon nicht beißen. Außer Sie stehen drauf. Ho, ho, da geht's nicht. Hey, wer spricht denn mit Ihnen? Komm schon, wir tanzen. Nein, lass sie in Ruhe. Nein, lass gut sein, ich tanze mit ihm. Lass du nicht, setz dich. Dich hab ich langsam satt. Du gehst mir wirklich auf den Geist. Mann, warum ziehst du nicht Leine? Wer von euch will mich zwingen? Oh ja, immer gleich zuhauen. Wirklich beeindruckend. So bin ich nun mal. Komm schon, Fettflick, wir gehen vor die Tiere. Aber die, die da hat angefangen. Okay, okay, ich glaub ich sag's dir lieber. Ich bin eine Frau. Ja, wenn ich mit ihr fertig bin, ganz bestimmt. Hey, lass Sie in Ruhe. Was geht dich das an? Das ist mein Ehemann. Was? Er gehört mir. Wer sich mit ihm anlegt, legt sich mit mir an. Oh, legst du dich an mit mir? Null Bock. Oh, mein Held. Jetzt steht ein richtiger Mann vor dir. Aber der Bart kitzelt. Bada bumm, bada wing. Heute ist es wieder so weit. 24 Stunden in der Hölle. Also, ich muss einen klaren Kopf behalten. Das Bett ist kalt. Wahrscheinlich hat sie eine halbe Stunde Vorsprung. Ich muss aufstehen. Den ganzen Tag wegbleiben. Den Schaden weitgehend begrenzen. Größtmögliche Entfernung zum Bebenzentrum. Ich werde zu alt für sowas. Mir grauens. Mir grauens. Okay, bevor Dan runterkommt, lasst uns die Details für die Party nochmal durchsprechen. Crystal, was hast du zu berichten? Also, zuerst möchte ich mich bedanken, dass ihr mir die Dekoration anvertraut habt. Das haben wir gern gemacht. Und in Anbetracht unseres 40-Dollar-Budgets habe ich mich für Luftballons entschieden und blöde Hütchen. Ausgezeichnet. Und was gibt's Neues von der Torpenfront? Happy schreibt man mit zwei P. Richtig? Unter welchem Vorwand willst du Dan runterlotsen? Och, ich sag ihm einfach, du im Club isst wieder mal so ein Spaghetti-Wettessen. Da musst du hin und deinen Meistertitel verteidigen. Und was sollen wir tun? Okay, Becky, du kannst Crystal bei der Dekoration helfen. Und Darlene. Ob du nun willst oder nicht, du kommst mit. Ich hasse solche Partys. Man sollte Kinder nie zwingen, ihren Eltern beim Halligalli zuzusehen. Nichts für zarte Gemüter. Guten Morgen, Dad! Crystal, wir stürzen jetzt zum Flohmarkt. Oh ja, auf dem Flohmarkt kann man immer ein Schnäppchen machen. Wo willst du hin? Ageln. Heute? Wiedersehen. Wir haben November, Dad. Der See ist zugefroren. Okay, dann gehe ich zum Bowling bis morgen. Nein, Dan, warte. Moment mal, willst du den Tag nicht mit der Familie verbringen? Was ist das, eine Fangfrage, Jackie? Was ist mit dem Spiel Bears gegen Michigan, Dad? Ist euch noch nicht aufgegangen, was heute für ein Tag ist? Oh, Dan, ich hab's vergessen. Es ist Dans Geburtstag. Oh, Dan, du hast vergessen. Vergiss meinen Geburtstag. Muss ich jetzt erst buchstabieren? P.M.S. Oh mein Gott! Oh, und du irrst dich nicht? Jackie, ich mache das seit 17 Jahren mit alle 28 Tage. Also 204 Mal. Ich kann mich nicht irren. Ich weiß nicht, Dan, Roseanne kommt mir heute absolut friedfertig vor. So, Crystal, war Roseanne jemals im Leben absolut friedfertig? Ich mach Besorgungen. Ich hab Basketballtraining. Ich auch. Nein, nein, halt, lauf nicht. Jackie, das wird eine 24-Stunden-Fahrt auf der Achterbahn mit Alpha im Steuer. Ja, ich weiß, kurz bevor meine Tage beginnen, wenn die Hormone ausflippen, da bin ich auch den ganzen Tag die Bosheit in Person. Ach so, aber ja, einmal hab ich für jeden, der mir das Herz gebrochen hat, eine Straßenlaterne demoliert. Ja, ich erinnere mich an den Stromausfall von 84. Dan, geh nicht. Tu mir das nicht an. Du kannst nicht weg. Dan. Jackie, Jackie, ich warne dich. Wenn du mich nicht loslässt, dann beiß ich mir den eigenen Arm ab. Dan, Dan. Dan, Roseanne hat eine Wahnsinns-Geburtstagsparty für dich geplant unten in der Lodge. Sie hat ungefähr 50 Freunde eingeladen. Nein. Doch. Unmöglich. Also, Dan, keine Panik. Roseanne hat heute kein PMS, sag ich. Dan. Findest du mich eigentlich hübsch? Ich zieh raus hier. Okay, so weit, so gut. Dan arbeitet draußen in der Garage. Weit ab vom Schuss. Dan? Dan, bist du hier drin? Ja. Was tust du hier? Oh, ich reparier nur das Ding hier. Die Frisur. Die Frisur ist neu. Gefällt sie mir? Was, wenn sie ihr nicht gefällt? Ich muss etwas sagen, bevor... Du magst die Frisur nicht? Zu spät. Sie ist fantastisch. Ich glaub's einfach nicht. Ich mein, ich tue etwas, um mich ein wenig... ein bisschen, na ja, attraktiver zu machen. Und du bemerkst es nicht. Glaubst du etwa, ich tue das für mich? Mein Haar wächst auf dem Kopf. Ich kann's nicht mal sehen. Gah, diese Männer! Oh, und du wirst mich und die Kinder um fünf zur Lodge springen. Und damit basta. Mir ist egal, ob du Geburtstag hast. Ich liebe dich. Punkt fünf. Nein, Crystal, er hat nicht den mindesten Verdacht. Natürlich brauchte ich einen Vorwand, um ihn dorthin zu locken, aber er hält's für das übliche, normale Geburtstags-Dinner. Mom, bügelst du etwa die Handtücher? Ach, soll ich etwa darauf warten, bis du es tust? Pfoten weg, ich falte sie nicht noch mal! Warum ziehst du nicht das hübsche, rosa Kleid an, das mit den kleinen Blümchen, meine ich? Ach, du meinst das rosa Kleid, das, das ich vorhin anhatte. Und sag, Darlene, sie soll sich beeilen. Also ich schwör' dir, diese Familie wäre hilflos, wenn ich nicht wäre. Oh, du wirst doch nicht etwa den anziehen. Nein. Und beeilt euch, ich verhungere! Gott, weißt du, die ganze Überraschungsparty kam mir die letzte Woche so unproblematisch vor. Wer hatte diese blöde Idee bloß? Ja, ich weiß, wer's war. Musst du's mir unter die Nase reiben? Schulmeistere mich nicht, Crystal! Wenn du so darüber denkst, brauchst du nicht zu kommen, wenn du nicht willst. Du kommst doch, Crystal. Ohne dich wär's keine richtige Party. Tja. Weißt du, Dan, ich habe nachgedacht. Vielleicht sollte ich ein paar Kurse in der Abendschule belegen, wie zum Beispiel kreatives Schreiben oder Textverarbeitung oder etwas in der Richtung. Oh, jetzt wird von mir eine Antwort erwartet. Okay, probieren wir's mit. Klingt gut, Schatz. Aber vielleicht wäre es ja doch sinnvoller, wenn ich einen Aerobik-Kurs belege und was für meine Figur tue. Und vielleicht ginge auch beides nebeneinander, nur wäre ich dann fast nie mehr zu Hause. Was meinst du denn dazu, Dan? Ähm... Oh, du siehst aus wie der perfekte kleine Gentleman. Zeig deine Hände. Oh, die sind schmutzig. Geh sie waschen. Und du solltest dir deine Hände auch waschen, denn... Oh, den Schlips. Den Schlips hab ich immer gemocht. Hübsches Grün, flottes Muster. Weißt du was? Ich zieh mein Grünes an, dann passen wir zusammen. Ja. Pfoten weg von den frischen Nachtüchern! Dad? Bring dich in Sicherheit. Äh, ich wollte dich bloß um Verzeihung bitten, weil, naja, entschuldige, ich weiß, ich war heute vielleicht ein wenig erregbar. Ist mir gar nicht aufgefallen. Weißt du, was ich Darlene aufgetragen habe? Sie soll in ihrer Freizeit die Werbekoupons ordnen, nach dem Verfallsdatum und nach der Nahrungsmittelgruppe. Und dann hab ich einen Brief angefangen an meine beste Schulfreundin aus der dritten, Sherry Jackie. Und dabei hab ich ihre Adresse schon vor 20 Jahren weggeworfen. Ist schon gut, Schatz. Ich weiß ja hin und wieder, benimmst du dich etwas eigenartig. Was willst du damit sagen? Ich will überhaupt nichts sagen. Nein, sprich es ruhig aus, denn was du denkst, weiß ich sowieso. Du denkst, ich hab PMS? Nein, 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 das hab ich nicht gedacht. Aber ich habe in letzter Zeit einiges darüber gelesen und es gibt jetzt Pillen, die angeblich helfen. Falls du PMS haben solltest, aber du doch. Eine Pille? Eine Pille? Du kommst mir mit einer Pille? Und? Haben die auch eine Pille für dich? Dann? Hilf! Jetzt komm, lass uns fahren. Wir kommen noch zu spät zu Rosannes Überraschungsparty. Es ist meine Überraschungsparty, Jackie. Und warum hast du es nicht verhindert? Du weißt, ich hasse Überraschungspartys. Die einzigen, denen das Spaß macht, sind die, die Bescheid wissen. Na, zu denen gehörst du. Gehen wir endlich, damit wir es hinter uns haben. Dad, was treibt sie da drin? Springt sie schon wieder in andere Klamotten? Oder eine andere Persönlichkeit. Hier ließen wir den Moment der Ruhe vor dem Sturm. Dann, komm sofort hierher! Kopfhund, wir lieben dich, Daddy. Du gehst rein. Das ist vielleicht dein Selbstmordkommando. Achte auf deine Deckung. Immer auf deine Deckung achten. Keine Panik, du wirst es überstehen. Irgendwo wartet deine richtige Frau auf dich. Komm her, du Bär von einem Mann. Das ist nicht die Richtige. Aber du brauchst deiner richtigen Frau ja nicht auf die Nase zu binden. Okay, gehen wir. Schnell. Hey, was habt ihr da drin getrieben? Unwichtig, gehen wir. Schatzi! Beil dich, sonst kommen wir wirklich noch zu spät. Ich komm nicht mit! Okay, okay. Also, diese Nummer ist uns bekannt. Sie hat hundert verschiedene Persönlichkeiten und wir kennen sie alle. Wie kann ich fahren, wenn wir damit die Ozonschicht zerstören? Hundert und eine. Kinder, bitte denkt immer daran. PMS ist ein ernstes Problem. Verursacht Depressionen, Unruhe, physischen Schmerz. Auch für eure Mutter. Okay, hört zu. Ich sehe nur schnell nach, ob unser Tisch soweit ist. Bin gleich wieder da. Ihr wartet auf mich, ja? Halt, niemand rührt das Buffet an, klar? Und dann stellt ihr euch alle hier vor der Tür auf. Die Größeren stehen hinten. Und seid ein Mucksmäuschen. In dem Band rein. Seid ihr alle Überraschung. Genau so, klar? Unser Tisch ist bereit. Überraschung! Vorhiel ist ein Hotel, 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 Komm schon, ich verhungere zum Tisch. Ist das nicht toll, denn alle unsere Freunde sind hier. Es ist toll, Rosalyn. Ich kann es nicht fassen. Wie hast du das geschafft, ohne dass ich was merke? Na, das war eine gelungene Überraschung, habe ich recht? Gelungen? Ich war baff, als ich durch die Tür kam. Wasst du denn? Wir sollten auch sowas haben wie unser Lied. Dann könnten wir dann, wenn wir es hören, immer sagen, das ist unser Lied. Habe ich Sie eingeladen? Oh, Eddie, Eddie, hi, wie geht's? Schön, dass du gekommen bist. Oh, okay, ist schon in Ordnung. Rosalyn, deine Frisur ist Ehre. Siehst du denn? Na, was sagst du, Rosalyn? Wo zu denn? Zur Dekoration. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Ich wette, du hast nicht mal gemerkt, dass hier ganz genau 40 Ballons hängen. 40? Dern ist 39, Crystal. Es tut mir leid, Rosalyn. Es war nur als Vorgeschmack gedacht. Ach, entschuldige dich nicht bei mir, Crystal. Entschuldige dich bei Dan. Du verdörst ihm seine Party. Hey, das wäre schöner als unser Lied. Spielt's nochmal. Ach, komm, mir reicht. Setzen wir uns wieder an unserem Tisch. Oh, Spielverderber. Komm schon, tanz mit mir, Schwesterchen. Nein. Oh, bitte. Na, findest du nicht auch, dass die Party prima läuft? Die Party ist ein Erfolg. Und den Namen ist jetzt nicht königlich, hm? Tja, was für eine Frage. Wisst ihr, wir dürfen eines nicht vergessen. Sie ist eine wunderbare Frau. Außer ihre Östrogene treiben sie in einen psychotischen Feitstanz. Ja, als ich mir den Knöchel verstauchte, war sie da. Sie war auch da, als der Typ mich auf dem Ball sitzen ließ. Und als deine Eltern sich trennten. War sie da. Ja, geben wir's zu. Sie bringt Unglück. Na, sehen wir mal, ob Mom den Dessertwagen total geplündert hat. Möchtest du auch was, Stan? Wechseljahre. Gib's zu, es sind ein paar verdammt gutaussehende Männer hier heute Abend. Oh, hör auf. Komm schon, es ist fast ein Monat her, dass Gary abgesprungen ist. Es war umgekehrt. Ja, und jetzt tanzt du auf einer albernen Party und das mit deiner Schwester. Wirklich, es bricht mir das Herz, das mit anzusehen. Mir geht's gut. Du brauchst mich nicht anzubrüllen. Ich bin der Mensch hier, der dich am meisten liebt. Oh, Stan. Also, wenn du nicht meine Schwester wärst, ich weiß nicht, wer es dann wäre. Hey, Danny Boy, macht es Spaß? Ja, ja. Du wunderst dich, dass Nancy nicht hier ist. Wer ist Nancy? Bei uns gab es Stunk. Sie behauptet, sie muss alles zahlen und ich trage nichts dazu bei. Sie hat mich rausgeschmissen und jetzt lebe ich in meinem Auto. Ist nicht dein Ernst. Naja, es ist ihre Karre. Dann ist es wohl vorbei mit den Pokerabenden bei dir. Wieso? Telegram für Dan Conor. Was ist das? Oh, wir, die Jungs und ich, haben zusammengelegt für eine kleine Geburtstagsüberraschung. Schnall dich an, Geburtstagsbaby. Ha, ja. Hey. Raus. Raus, 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 raus. Sie sind einer der Gründe, warum es nie einen weiblichen Präsidenten gehen wird. Wessen Idee war das? Das hätte ich mir denken können. Aber du bist verantwortlich, Dan Conor. So was kann man vielleicht von deinen schleimigen Freunden erwarten, aber auf keinen Fall vom Vater meiner Kinder. Tut mir leid, Schatz. Was? Als ob damit alles wieder gut wäre. Und was ist mit dem armen Mädchen, das nur seine Arbeit machen wollte und sich jetzt vorkommen muss wie der letzte Dreck? Deinetwegen muss ich jetzt zu der Ernsten und sie trösten. Nicht vergessen, Arnie umbringen. Dan? Dan? Oh, Dan! Dan! Sie zwingt die Leute jetzt zum Limbo! Du scherzst! Nein! Oh mein Gott! Was ist deine Aufgabe? Es ist mein Geburtstag! In der Hölle gibt es keine Geburtstage, Dan. Jetzt geh da rein, bevor jemand drauf geht. Lass mich einen Moment nachdenken. Gerade wird mir klar, ich bin 39 Jahre alt. 39 und im kommenden Jahr werde ich 40. 40? Fast das halbe Leben. Was habe ich getan mit meinem Leben? Was habe ich geschaffen? Hör mit deinem Selbstmitleid auf und geh endlich da rein! Warum mache ich das nur Monat für Monat mit? Okay, sie hat Hormone. Na und, wieso kommt sie einfach damit durch? Was ist mit mir? Wann komme ich dran? Wann geht alles meinetwegen auf Zehenspitzen? Wann bekomme ich mein PMS? Geht es jetzt besser? Ja, viel besser. Hey, kommt wieder rein! Wir wollen jetzt die Geschenke zusammen aufmachen. Die Geschenke? Dann haben wir es geschafft, ne? Nein. Erst nach der Torte. Los Leute, aufstehen! Dan macht jetzt seine Geschenke auf. Vorwärts! Och, seht mal her! Was ist denn ein kleiner Clown? Hat DJ ganz allein gemacht. Ach, ein Makaroni-Gesicht. Och, schau mal, Schatz, hier hat er sogar hingeschrieben. Dad. In winzig kleinen Spaghetti-Lettern. Du sagst, er hat kein Talent. Jetzt schau mal nach, was in dem da drin ist. Durchhalten, Champ. Die letzten zwei Runden stehst du durch. Du hältst dich prima. Also, Freunde, hört mal zu. Ich möchte einen Toast auf meinen Mann ausbringen. Dan Conner, bitte hebt alle mal eure Gläser. Höher! Auf dich, Dan Conner. Meinen Mann. Meinen besten Freund. Den Vater dieser Kinder. Du bist die Tinte in meiner Feder. Du bist das Papier, auf dem ich schreibe. Wir sind 17 Jahre verheiratet. Es gab viele wunderbare Augenblicke. Es gab viele, viele böse Augenblicke. Alles Liebe, Schatz. Weißt du noch, als du im Yellowstone Park vor dem Geysir geheult hast und ich versprechen musste, es niemand zu erzählen, dass du geheult hast? Und ich hab's nicht erzählt in all den Jahren und ich tue's niemals. Ich trinke auf dich, Dan Conner, meinen Mann, meinen Gefährten, meinen Freund, meinen Fels. Gott gibt, dass es bald vorbei ist. Ein unglaublicher Fels sitzt da auf meiner Couch und schaut ununterbrochen Football. Alles klar, Gott ist ne Frau. Oh, gelegentlich schreit der Fels nach nem Bier und dann muss ich in die Küche und ihm eins holen, denn ein Fels ist ein Fels. Und ein Fels kippt nicht so einfach von der Couch und rollt von alleine zum Kühlschrank. Also muss ich es ihm holen. Ja, ein fernsehbesessener, biertrinkender Fels. Aber mein Fels. Und ich muss damit leben. Und ich muss damit leben. Danke, er hat meinen Wunsch erfüllt. Happy Birthday, Dan. Mein Geburtstag war gestern, oder? Weiß ich, aber wir haben was vergessen. Dein traditionelles Geburtstagsfrühstück. Also schön, was soll ich dir machen? Pfannkuchen, Waffeln, Omelette, was du willst. Du weißt, nichts ist zu gut. Für meinen Mann? Weißt du, ich glaube, ich verziehe mich wieder ins Schlafzimmer. Lese den Sporthall und rede mit keiner Seele, wenn du erlaubst, Roseanne. Gott wird der launisch. Und das einmal im Monat. Ich sag nicht so laut, du Giftfrosch. Du bist nicht mein Boss. Ich werde dir die Haut abziehen, du Kröte. Dann versuch's doch mal. Entschuldige. Du findest es also auch cool, hm? Ja, wer sagt das? Du weißt inzwischen wohl die ganze Schule, hm? Was weiß die ganze Schule? Klassenfoto. Vierte Reihe, zweite von links. Oh mein Gott! Becky, du zeigst den Finger. Lass mal sehen. DJ, ab vor die Glotze. Ich glaub es nicht. Hoheit steigt vom Ross. Ich ruf zurück, okay? Ja. Komm schon, du kratzt dich nur an der Schulter, stimmt's? Aber nein, warum willst du mir das nicht abkaufen? Weil du dich immer ranschmeißt und nie wirklich in Schwierigkeiten kommen willst. Ich bin stark beeindruckt. Irrtum, Jackie. Es war Paul Revere und die Raiders. Aber Mark Lindsay war der Sänger. Als ob's den gäbe, Paul Revere. Dann lies mal die Rückseite vom Cover. Paul Revere war der Blonde, der Knabe am Keyboard. Er war der Leader. Warum hat er dann nicht gesungen? Weil Mark Lindsay besser gesungen hat. Und warum nannten sie sich nicht Mark Lindsay und die Raiders? Na, weil Pauls Mutter sie bei sich proben ließ in der Garage. Ah. Becky hat ein Foto bekommen und sie will es mir nicht zeigen. Es ist mein Klassenfoto. Ich wollte nur nicht, dass er es dreckig macht. Ich hab's bezahlt. Ich möchte es sehen. Hier. Ich will's sehen. Erst ich. Warum? Darum. Ist nicht fair. Weißt es doch. Zeig mal, Becky, wo bist du? Meinst du, du findest mich nicht? Oh, seht doch mal. Dad kommt heim. Oh, hey, Daddy. Hi, Prinzessin. Spatz. Kätzchen. Margaret. Ist das ölverschmierte Ding da dein Präsent zum Hochzeitstag für mich? Soll das bedeuten, du reparierst endlich ihre Karre und ich muss nicht mehr Chauffeur für sie spielen? Komm schon, wir beide hatten Riesenspaß miteinander. Ja, Riesenspaß. Wenn du das Kommando an dich reißt, los, Tempo, verlangsam, jetzt links, jetzt rechts, triff dich mit dem, aber nicht mit dem. Keine Panik. Ich hab das Teil gefunden, hinter dem ich her war. Ich werd's erst mal abspülen und nachsehen, was es ist. Oh, sieh dir das an. Da zeigt auch tatsächlich jemand rotzfrech den Finger. Ja, ja, wo? Siehst du, das ist sehr, sehr clever. Unter dem Kinn. Oh, da ist noch jemand mit dem Arm hinterm Rücken. Da, seht, ein Doppelter. Der mit den gekreuzten Augen. Witzig, bravo. Da ist noch einer, der rückt sich seine Brille zu rein, der reibt sich das Auge. Nein, achte auf den Ellbogen. Oh, falsche Pferde. Ja, ich möchte auch gern einen finden. Vergesst bitte nicht, wie komisch ihr es bei den anderen fandet. Ja, aber die anderen waren auch nicht mein Kind, oder, Dan? Nicht, dass ich wüsste, Schatz. Tja, ich verziehe mich auf mein Zimmer. Ich weiß, wie enttäuscht ihr von Becky sein müsst. Übrigens, ich krieg eine 4 in Mathe. Dann zieh dich auf dein Zimmer. Was hat Becky gemacht? DJ. DJ, sie wieder fern. Ich glaub's nicht. Unsere Becky. Passt so gut wie seine Version von Wir sind die Nummer 1 auf dem Football-Foto. Das war ein Klassiker. Deine Eltern waren nicht gerade überglücklich. Die waren sowas von uncool. Ich weiß nicht, denn. Ich find, naja, wir sollten da was machen. Ich werd Sie auf keinen Fall dafür bestrafen. Nein, das ist klar, aber Eltern sind wir auch irgendwo. Wir sind aber nicht unsere Eltern. Und dass wir dafür bestraft wurden, fanden wir ungerecht. Schon, aber ich mein, einerseits möchte ich nicht, dass Sie glaubt, wir wären begeistert. Auf der anderen Seite, da fühl ich mich hier gerade jetzt so nah. Aha. Übrigens, euer Sohn zeigt gerade Gilligan den Finger. Dan. Na, der ist ja auch schuld daran, dass Sie noch auf der Insel hocken. Dan. Schon gut, schon gut. DJ, hierher, du Rabauke. Becky? Ja? Setz dich und hör zu. Ah, wie erklär ich's dir am besten? Ja. Also, das ist die Kirche. Das ist der Kirchturm. Du öffnest die Tür. Siehst du den Bengel, der da in der dritten Reihe sitzt? Der muss immer sitzen bleiben. Zeig ihn niemandem. Aber Mama hat ihn gezeigt beim Autofahren. Dieser Idiot hat mich fast gerammt. Hau ab. So, mal sehen, ob das passt. Die machen solche Fotos jetzt seit Ewigkeiten. Man sollte meinen, die Fotografen werden mittlerweile gewarnt. Ach, jede Generation glaubt, sie hätte es erfunden. Du kennst das Bild, wo Washington den Delaware überquert? Der Kerl am Heck, der so tut, als würde er rudern? Siehst du, man sollte glauben, der Maler hätte es gemerkt. Wie tief sitze ich in der Patsche? Setz dich. Also? Also, das passt überhaupt nicht zu dir, Becky. Kanntest du die Typen? Ich meine, war das etwa eine Mutprobe oder sowas? Nein, ich hab's einfach so getan. Ich weiß nicht, wieso. Dann tu das nicht wieder, sonst gibt's Hausarrest. Okay. War's das? Du übernimmst den Abwasch heute Abend. Doch damit basta. Aber, Mom, damit wär ich sowieso an der Reihe. Ja, aber das muss ja niemand erfahren. Ja, ganz richtig, Amy. Vierte Reihe, die zweite von links. Ja, ihr Name ist Becky Connor. Meine Schwester. Ja, auch ich hab ne Schwester. Sie kommt grad aus einer... ...besserungsanstalt. Darlene, gibst du mir bitte die Schüssel? Schluss jetzt, Amy. Finger braucht mich. Zu Diensten. Schwester Herz. Danke. Das war Amy Williams. Ihre Schwester ist Oberstufe. Sogar die weiß davon. Die Oberstufe spricht von mir? Alle reden sie. Als wär's so schlagartig. Cool. Ich war schon immer cool. Aber manchmal ist es... ...cooler zu verbergen, wie cool man wirklich ist. Wir sollten uns ein neues Auto leisten. Das Auto ist dasselbe Baujahr wie Becky. Da steckt viel Geschichte drin. Wir haben es vor einem Jahr gekauft. Mit der Geschichte von unbekannten Leuten. Eine eigene können wir uns nicht leisten. Dann sollten wir uns vielleicht einen Gebrauchten... ...mit einer jüngeren Geschichte leisten. Zum Beispiel einen 81er. Oh, einen 81er. Träum weiter. Ja, einen Augenblick. Es ist für Mrs. Connor. Oh, klingt nach Ärger. Wer ist das? Es ist Becky Schule. Hallo, hier ist Mrs. Connor. Aha. Herrgott! Nein, okay. Ich werde da sein. Was? Du und dein Finger wurden suspendiert. Cool. Cool? Du findest es cool, dass ich mich beim Direktor melden... ...und mir dafür extra freinehmen muss? Das findest du cool, hä? Becky? Und bilde du dir nur nicht ein, dass du hier auf der faulen Haut rumliegen kannst... ...und Fernsehen schon gar nicht. Hier im Haus gibt's ne Menge zu tun. Denn, du bist doch da und reparierst den Wagen, ja? Dann sorg dafür, dass sie was tut. Klar. Aber Mom, vorhin hast du noch gesagt, es wäre keine Affäre. Ja, aber da saß ich noch nicht im Schlamassel. Jetzt kann ich in deine Schule gehen. Aber ich will nicht in die Schule gehen. Keine Angst, Schätzchen, du bleibst nicht sitzen. Ach, genau. Solltest du diesem Stellvertreter vom Direktor begegnen, der meinte, ich bringe es nie zu was. Sag ihm, Dr. Conner lässt grüßen. Die folgenden Schüler möchten sich bitte im Verwaltungsbüro melden. Brian McDermott. Danke sehr. Ich, äh, ich bin Rebecca Connors Mom. Ich bin zum Direktor bestellt. Er wird gleich kommen. Bitte, setzen Sie sich zu den anderen Müttern. Finger? Die Finger sitzen alle hier. Rosen Harris? Hieß ich mal. Ich kann es einfach nicht glauben. Ich auch nicht. Sind das 15 Jahre? So lange ist sicher her. Ist es nicht komisch, sich so wiederzusehen, besonders im Vorzimmer vom Direktor? Nein, es ist wirklich komisch. Was? Ich habe auch nicht die leiseste Ahnung, wer Sie sind. Anne-Marie. Dixon? Mitchell jetzt. Etwa die Frau von Shaki Mitchell? Wer hätte das gedacht? Und du? Tja, erinnerst du dich an den gutaussehenden Blonden, der mit mir zum Tanzen ging? Ja. Der hat mich sitzen lassen. Und ich blieb sitzen auf. Dann kam er. Wirklich schön, dich zu sehen. Ja. Mann. Das Büro lässt alte Zeiten wieder auferstehen. Wie damals, als wir beide unsere Büstenhalter verbrannten und du zu Direktor Leed sagtest, das wäre ein politisches Statement. Weißt du, Anne-Marie, es war nicht einmal mein BH, der da brannte. Es war Sally Glimtschers klitzekleiner BH. Sie brauchte ihn nicht und ich hatte Sport den Tag und ich dachte, ich könnte nicht... Ich könnte nicht rauf aufs... Du weißt schon, Trampolin und ich wollte niemanden verletzen. Ich weiß noch, Sally Glimtscher, die saß immer in der Patsche. Ich glaube, die haben Sally nicht mal mit Jungs zusammen nachsitzen lassen. Jetzt zeig mal, welche ist deine? Die da. Aha. Ihre erste obszöne Geste. Ihr Vater, ich sind ja so stolz. Das ist Chucky Junior. Ach, ganz der Finger seines Vaters. Der Herr scheint uns warten zu lassen. Ich hoffe, ich komme nicht zu spät zur Arbeit. Ich auch. Und ich hoffe, ich kann dem Kerl das mit der Drei-Tage-Suspendierung ausreden. Ich hoffe, ich kann überhaupt reden. Gott. Ich komme mir vor, als wäre ich wieder 15 und müsste mir vom ollen Lied vorbeten lassen, was für eine schreckliche Person ich bin. Mann. Und ich saß immer da und knabberte an meinen Fingernägel. Weißt du noch? Jetzt sind Sie nachgewachsen und ich glaube, Sie werden es überstehen. Direktor Hiller empfängt Sie jetzt. Ich habe nichts getan. Anne-Marie war es. Danke, dass Sie gekommen sind. Bitte setzen Sie sich. Mädels, mir kommt hier alles viel kleiner vor. Nichts für ungut. Nun, was soll man wohl davon halten, Mrs... Mitchell. Mitchell, ja. Und Ihr Sohn wurde suspendiert für drei Tage. Richtig. Nun, Sie müssen doch eine Meinung dazu haben. Und die würde ich gerne hören. Also, ich muss sagen, drei Tage Suspendierung sind ein bisschen viel. Ich finde, sie hat recht. Und ich bin der gleichen Ansicht. Ich will nicht behaupten, dass es richtig ist, den Finger zu zeigen. Aber ich meine, drei Tage sind ganz schön üppig. Geht es nicht vielleicht eine Nummer kleiner? Sagen wir, mit einer Verwarnung. Und dann vielleicht nachsitzen. Etwas in dieser Richtung. Okay. Sie mögen recht haben, aber ich glaube das nicht. Sehen Sie, das ist bereits die Verwarnung. Und nächstes Mal, wenn so etwas wieder geschieht, heißt das zwei Wochen. Gott, zwei Wochen daheim vor der Glotze. Ich sag dir, das wird die aber bitter treffen. Und Sie sind, ähm... Roseanne Harris. Äh, Connor. Jetzt wird mir klar, woher Becky ihre Einstellung hat. Ja, was soll das heißen? Sie hat, sie ist 16, sie hat ausgezeichnete Noten, sie ist nicht schwanger. Sie ist also beinahe perfekt. Nun, äh, ich habe Beweise für das Gegenteil hier, Mrs. Connor. Sie meinen also, Sie wären ein schlechtes Kind oder bin ich eine schlechte Mutter? Ja, ich weiß, es ist nicht einfach, die Kinder und die Karriere unter einen Hut zu bringen. Sie, äh, meine Kinder sind meine Karriere, klar? Sie sprechen wohl von meinem Job, zu dem ich jetzt zu spät komme. Ich auch. Ich habe Verständnis, Ladies, das versichere ich Ihnen. Aber Sie können nicht einfach alles mir überlassen. Vielleicht kümmern Sie sich die nächsten Tage mal um Ihre Kinder und bringen Ihnen ein klein wenig Achtung bei. Nein, Achtung vor anderen und Achtung vor sich selbst. Äh, machen Ihre Kinder das auf Familienfortos? Niemals. Nein, Sie machen es hier. Allerdings. Oh, ich verstehe. Gemäß Ihrer Logik, Mrs. Connor, ist es nicht Ihre Schuld, wenn Sie einen Krämerladen überfallen, solange Sie nichts aus Ihrem Wohnzimmer mitgehen lassen. Hey, wir sprechen nicht von einem bewaffneten Raubüberfall hier, oder? Es geht um Jugendliche, die obszöne Gäste machen und ich glaube, wir können das endlich vergessen. Sie mögen Recht haben, aber ich glaube es nicht. Ebenso wenig wie die aufgebrachten Eltern, die sich beschwert haben über das Foto. Wir sollen es auf unsere Kosten nochmal machen und das überschreitet ganz offen gesagt unser Budget. Was für eine Erklärung soll ich dafür abgeben, was Ihre Tochter getan hat? Äh, das wäre ein politisches Statement. Witzig. Ich bezweifle, dass Sie lachen. Ich bezweifle, dass Sie es vergessen wollen, liebe Mrs. Connor, denn Sie haben Ihre elterlichen Pflichten erfüllt. Und wenn Sie Ihre nicht erfüllen, dann muss ich dafür sorgen, dass so etwas nie mehr passiert und das erreiche ich durch eine noch längere Suspendierung beim nächsten Mal. So. Beginnen wir von vorn. Wie gehen wir vor in dieser Angelegenheit? Okay, hast du das Öl jetzt abgelassen? Ja. Und den Filter abgenommen? Aha. Hast du auch das Öl aus dem Filter in die Wanne gelassen? Ja, die ganze schwarze Brühe ist rausgespritzt. Okay, dann roll jetzt vor. Gott sei Dank. Ja, jetzt kannst du mit dem Abschmieren anfangen. Weißt du, Dad, nicht, dass ich das alles nicht gern tue oder so, aber ich glaube, Mom wollte, dass ich Arbeiten im Haus verrichte. Mom ist nicht da. Dad, ich hasse das. Das weiß ich, Becky, aber du leistest deinem alten Dad-Gesellschaft und wir haben noch einen Riesenspaß. Und jetzt roll mal schon wieder runter. Dad? Ja? Was soll ich jetzt hier unten tun? Oh, tut mir leid, Becky. Siehst du die spitzen Dinger, die ich dir gezeigt habe? Ja. Da hängt die Spritze dran und drück ab. Okay. Hey, da quillt widerlicher gelber Schleimrohr. Großer Gott, komm, schnell raus, da unten. Entschuldige, war nur ein alter Werkstattwitz. Sehr witzig, Dad. Oh, meine Hände, die sind ganz ölig und schmutzig. Hier, bitte, wisch sie dir am Sandwich an. Du, Dad, warst du mal suspendiert? Nur einmal. Und weswegen? Hab beim Nachsitzen zu laut geschnarcht. In den drei Tagen hab ich den alten Rambler von meinem Vater frisiert. Dann ist das sowas wie eine altehrwürdige Familientradition, hm? Du, halt. Roll jetzt wieder drunter. Hi, Mom. Hi, wo ist dein Dad? In der Garage. Was, kein Küsschen für deine gute Tochter? Sobald ich eine habe. Hi, Mom. Was machst du da mit Beckys Foto? Ich hatte es in meinem speziellen Geheimversteck. Da hab ich's gefunden. Mom, wieso hat Becky drei Hände auf dem Foto da? Drei Hände? Ja, da. Lass mal sehen. Das war gar nicht sie. Die zerreiß ich. Das war ausgezeichnete Arbeit. Solltest du von der Schule fliegen, kannst du immer noch Abschmierer werden. Du hast es rausgekriegt. Was denn? Sieh dir das an, denn. Das ist nicht dein Finger, stimmt's? Aber fast. Hey, Becky hat drei Hände. Schalt doch mal. Was meinst du mit fast? Es war der Junge neben mir. Und warum hast du nichts gesagt? Naja, wir bekamen das Foto und alle fanden mich so cool und euch beiden schien es nichts auszumachen. Da dachte ich, ich bin Mittelpunkt, warum bleib ich nicht dabei? Und dann wurdest du suspendiert. Und ich musste ins Büro von diesen Popanz und mich runterputzen lassen. Wie lange wolltest du das durchhalten? Bis jetzt. Du lässt deine Mutter das ausbaden, um im Mittelpunkt zu stehen? Tut mir leid, aber ich muss es auch ausbaden. Ich bin suspendiert worden. Ja, aber morgen wirst du in die Schule marschieren. Ich kann da morgen nicht aufkreuzen. Und ob du kannst. Ich nehme mir nochmal eine Stunde frei, dackele da hin und kläre die Sache mit diesen Popanz. Mom, wenn ich da aufkreuze, wissen alle, dass ich's nicht war. Ja, man hat's nicht leicht, was? Das kann nicht wahr sein. Ihr habt nicht gedruckt, als ihr dachtet, ich wär's gewesen. Und jetzt, wo ich's nicht war, seid ihr sauer? Gott, vielleicht muss ich nächstes Jahr meinen Po vor der Klasse zeigen, damit ihr stolz auf mich seid. Ich hoffe, es ist dann dein Po. Mrs. Connor, Sie müssen warten. Oh, darauf hab ich mein ganzes Leben gewartet. Ich bin es. Was gibt's, Mrs. Connor? Vierte Reihe, die zweite von links. Hey, haben Sie nachts schon mal wachgelegen und gedacht, Gott, wenn ich diesen Moment nochmal erleben durfte, dann würde ich es anders machen? Der Moment ist gekommen und Sie sind dran. Okay, offenbar hat's einen kleinen Irrtum gegeben und ich widerrufe, Becky suspendiert. Und, ich denke, eine Entschuldigung wäre wohl angebracht. Okay, Sie haben recht. Ich bedauere, Mrs. Connor. Was ist mit den anderen Müttern, die gestern mit mir hier gewesen sind? Na, deren Kinder haben es ja getan. Na und, das Kind macht einen Fehler und schon werden sie zu schlechten Müttern? Nun, ich glaube, dass sich die Haltung der Eltern im Verhalten des Schülers widerspiegelt. Und wenn ich Ihnen sage, dass unsere Becky wollte, sie hätte die obszöne Gäste gemacht, was wäre ich dann für eine Mutter? Ich habe mich bereits entfügt. Ich werde Ihnen sagen, zu welcher Mutter mich das macht, Mr. Hiller, zu genau derselben Mutter, die gestern Morgen hier vor Ihnen stand. Wir können uns noch so bemühen, zu kontrollieren, was unsere Kinder tun. Irgendwann machen sie doch, was sie wollen oder wozu sie Lust haben. Da sind sie wie alle Menschen. Hm. Ist es nicht unsere Pflicht, Mrs. Connor, sie zu verantwortungsbewussten, reifen Menschen zu erziehen? Absolut, absolut. Aber vergessen wir niemals, Mr. Hiller, dass das nicht leicht ist. Wenn ich zum Beispiel nächstes Jahr hier bin, wegen etwas, das meine Darlene getan hat. Und bestimmt bin ich hier. Dann vergessen Sie nicht, heute war ich eine gute Mutter. Das werde ich, Mrs. Connor. Bis zum nächsten Jahr. Dienstags passt es mir fast immer. Achtung an alle Lateinschüler, ihr vergeudet euer Leben. Das war ich, Mrs. Connor. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hey du Ferkel, wasch dir nie wieder in unserem Waschbecken die Haare. Das sind nicht meine Haare. Wessen Haare denn sonst? Ist doch futz egal, sie sind tot. Ich such mir eine Wohnung. Weißt du, von allen Menschen auf der Welt, die für einen Jungen ein Vorbild sein können, sucht unser Knabe sich Eddie Munster aus. Du hast gesagt, es wäre schön, deinen Sohn zu haben. Ja, das wäre es ja auch wirklich. Du, Rosi, ich gehe noch runter ins Lobo. Da treffe ich Devi. Wir trinken ein paar Biere und besprechen nochmal unser Angebot für die Hannover-Ausschreibung. Aber du kommst nicht zu spät nach Hause, oder? Ich weiß nicht, wieso. Darleen, mach dich dünn. Hast du vergessen, welcher Tag heute ist? Es ist Mittwoch, Schätzchen. Oh, ja. Ich beeile mich. Ich warte auf dich. Mit Glöckchen in den Haaren. Willst du wissen, wie viele? Überrasch mich. Dann komm nicht wieder besoffen nach Hause. Dann komm nicht wieder besoffen nach Hause. Dann komm nicht wieder besoffen nach Hause. Aha! Ein Haar und es ist nicht seins. Oh, von mir. Nein! Gott! Hat einer von euch euren Vater gesehen? Ich hab ihn nicht gesehen. Auf der Anrichte ist ein Zettel. Hey! Hey! Oh Gott! Man, ist irgendwas nicht in Ordnung? Nein, im Kühlschrank ist noch Orangensaft, Kinder. Hey Ma, kann ich einen Fünfer haben? Einfach so für nichts? Nimm ihn aus meiner Handtasche. Hier stimmt irgendwas nicht, das ist sicher. Ja, ich hab einen Zehner verlangen sollen. Hast du einen Entkalker für mich? Ja, ich habe einen Entkalker. Ich habe aber keine Ehe. Oh. Und wo ist der Entkalker? Jackie, die Sache ist ernst. Was hat der ihn angestellt? Es muss heißen, was hat er heute Nacht im Schlafzimmer nicht angestellt? Na, wegen einer Nacht. Es war Mittwochnacht. Die Nacht. Das ist ein Scherz. Ihr zwei habt eine Nacht? Ja, wir haben eine Nacht. Es ist nicht nur Mittwoch, aber es ist immer Mittwoch. Habt ihr auch eine Zeit ausgemacht? Ja, 20 Minuten oder so lange, bis er einen Krampf kriegt. Dann solltet ihr nach dem Essen mindestens eine halbe Stunde warten. Hör mal, das System funktioniert seit 17 Jahren. Und gestern Nacht schleicht er sich um drei Uhr nach Hause wie ein Einbrecher. Und dann haut er vor dem Frühstück wieder ab und hinterlässt nur einen Zettel als Entschuldiger. Und er hat einen Mittwoch ausgelassen. Schon zwei Mittwochs. Also gut, dann hat er zwei ausgelassen. Das ist doch kein Grund zur Panik, Roseanne. Schon mit 14 verlieren viele die Lust am Sex. Hey, ich spreche hier nicht über sexuelle Frustrationen. Ich aber. Ich glaube, dass Dan eine Affäre hat, Jekyll. Jetzt hör aber auf. Doch nicht Dan. Wieso nicht? Denkst du, er ist hässlich? Denkst du, er ist dämlich? Denkst du, es gibt keine Frauen, die mit ihm ins Bett hüpfen würden? Ich denke, es gibt eine Menge Frauen. Es gibt Millionen von Frauen, die gern mit Dan hüpfen würden. Wer? Sag's mir! Du nimmst das ja wirklich ernst. Was denn sonst? Er kommt sehr spät nach Hause. Er ist ganz komisch und abwesend. Dann schleicht er sich in die Federn und im Schlaf grunzt er glücklich und zufrieden vor sich hin. Und wenn wir unseren Mittwoch nicht hatten, was hat er dann für einen Grund, glücklich rumzugrunzen? Ihr habt zweimal nicht gemittwocht. Und? Was soll's? Deswegen ist er nicht untreu. Ich meine, das muss nicht heißen, dass er mit irgendeiner anderen rumgemittwocht hat. Aber ist das nicht typisch, dass Männer so was tun, bevor sie ihre Frauen verlassen? Wieso stellst du mir solche Fragen? Also gut. Wir überprüfen das nach der Liste. Was macht er als erstes, wenn er nach Hause kommt? Er geht ins Badezimmer. Was war das? Nichts. Wirklich gar nicht. Es war ein Geräusch. Es war so ein verdammtes, sieht schlecht aus, Geräusch. Das war's nicht. Ich meine nur, wenn du davon überzeugt bist, dass er dich betrügt, dann bedeutet das vielleicht, dass er sich wäscht, damit du nichts riechst. Parfum, meine ich. Ich hab an ihm gerochen. So oft ich nur konnte, Jackie. Und? Er roch immer nur nach kaltem Rauch. Ich weiß, er raucht nicht. Aber er hat gesagt, er geht runter ins Lobo. Und im Lobo ist es ja immer verraucht. Ich will das Haus. Er kriegt die Kinder, aber ich behalte das Haus. Mach aber mal einen Punkt, Jarosan. Ich glaube nicht, dass der dich betrogen hat. Du solltest ihm ruhig mehr Vertrauen schenken. Also gib ihm noch eine Chance. Vielleicht. Ja, du hast recht. Okay. Ich meine, was kann schon groß passieren. Nicht aufhören. Dan? Psst. Da kommt meine Frau. Wach auf! Warum? Was hast du gerade getan? Geschlafen. Mit wem? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Wer ist sie denn? Wer? Sei ehrlich, betrügst du mich denn, Connor? Ne, doch nicht so ein Quatsch. Ich darf jede Nacht mit ansehen, wie du dein Kissen abknutscht. Mich knutscht du schon lange nicht mehr. Also frag ich mich, wer ist die Frau, die du abknutscht? Niemand. Niemand? Und wer ist denn? Also gut, Roseanne. Ich habe eben meinen Traum gehabt über, naja, Sex. Ich betrüge dich aber nicht. Ist es nur ein Traum? Ja. Und die Frau in deinem Traum, bin das ich? Klar, wer denn sonst? Nein, ich glaube dir kein Wort zu. Kommst spät nach Hause, schleifst zu mir ins Bett und träumst, dass du es mit anderen Frauen machst. Roseanne, du übertreibst wieder mal maßlos. Es sind keine anderen Frauen, es ist bloß eine Frau. Sinnlos, das hilft mir nichts. Die selbe Frau in allen Träumen? Na, wenigstens bin ich treu. Roseanne. Roseanne, ich habe es nur geträumt und nicht getan. Aber du hast geträumt, dass du es mit ihr tust. Ich kann nichts dafür. Und wer ist sie denn? Als von den Pflichtchen aus deinen Magazinen? Oh, jetzt werde ich nicht beleidigen. Denkst du, ich fliege auf sowas? Es ist nur die kleine Rothaarige aus dem Eisenbahnladen im Einkaufs- Oh, halt's Maul denn! Roseanne, ich kenne sie so gut wie gar nicht und ich weiß nicht, warum ich von ihr träume. Und es sind nur Träume, ich kann nichts dafür. Hör zu, es ist spät und wir sind beide müde, okay? Lass uns morgen früh darüber sprechen. Du kannst es gar nicht erwarten, gleich wieder mit ihr rumzuknutschen, oder? Verzieh dich auf die Couch, du Betrüger! Roseanne! Und nimm deine kleine Schlampe mit! Ach, nimm's nicht tragisch, Roseanne. Das bedeutet gar nichts. Ja, aber stell dir mal vor, ich hätte jede Nacht dieselben erotischen Träume über denselben Mann. Und ich führe mich darin auf, als sei ich vom Sex-Teufel besessen. Dann solltest du öfter ein Nickerchen machen. Du liebst die Gosse, nicht wahr? Oh nein, Roseanne, Jackie hat recht. Ich halte das für normal und gesund. Weißt du, ich habe auch Träume voller Sinnlichkeit. Und ich schäme mich nicht, es zu sagen, sie sind oft von geradezu vulkanischer Intensität. Und ist es immer derselbe Mann in diesen Träumen? Ja, natürlich. Wer? Das verrate ich nicht. Oh, na, Rose, sag schon, komm raus damit, wer? Pat Sajek! Oh mein Gott, das darf doch nicht wahr sein! Doch, und ich sage euch, ihr wärt überrascht, wenn ihr es sehen könnt, denn er ist ein wirklich zärtlicher Liebhaber. Mit einem drahtigen und vitalen kleinen Körper. Bitte entschuldige, wir haben jetzt nicht stundenlang Zeit, um deine sexuellen Probleme zu besprechen. Wir sind hier, um meine Probleme zu lösen. Ist das wahr, was du vorhin gesagt hast? Du hast wirklich niemals solche Träume? Na ja, solche Träume habe ich auch, aber die handeln immer von Dan. Och, ist das romantisch. Natürlich sieht er da wie Sean Connery aus, oder? Oh, und er hat diesen Akzent, aber ich weiß, dass es Dan. Ja, ich hoffe, von wegen. Da siehst du, was für eine Spießerin du bist. Du träumst hemmungslos von Sean Connery. Aber du wirst eifersüchtig, wenn Dan im Traum was mit der Rothaarigen hat. Ich habe dir doch gesagt, es ist nicht Sean Connery. Hey, Roseanne, gib mir einen Kaffee. Wir führen hier eine Privatunterhaltung, verstehst du, Kau? Was habe ich gesagt? Nichts weiter als gib mir einen Kaffee. Dann muss ich wieder an die Arbeit und ihr könnt weiter über Entharungscreme schwatzen. Obwohl ich da auch ein Wörtchen mitreden könnte, glaub mir. Also, einen Kaffee. Zum Mitnehmen, Karl. Hey, willst du mich nicht deinen Freundinnen vorstellen? Ja, das sind meine Schwester Jackie und meine Freundin Crystal. Crystal, Jackie, das ist Karl. Ein kompletter Versager. Willst du sogar ein Milch, Karl? Ja, danke. Hey, sind Sie die Schwester, die ein Cop isst? Oh ja, aber ich bin im Moment außer Dienst. Ich wurde während eines Einsatzes verletzt. Wirklich? Das ist ja klasse. Gott, ich hoffe, ich werde auch mal angeschossen. Mögen Sie Kanonen? Zuhause habe ich ein paar Prachtstücke. Am Wochenende könnten wir vielleicht losgehen und was abschießen. Was? Ja. Welcher Tag passt Ihnen? Freitag, Samstag? Niemals. Okay, dann lassen wir das vorläufig offen. Die Pflicht ruft. Wiedersehen, Ladies. Ähm, Karl. Ich hole ihn nicht nochmal zurück. Ja? Du sagst doch, du kennst jeden hier im Einkaufszentrum. Das ist mein Job, Rosanne. Weißt du, da ist eine Frau, die arbeitet... Kenn ich. Sie arbeitet in Fillmore's Eisenwarenladen. Ist eine kleine Rothaarige. Oh nein, Rosanne. Hör doch endlich auf. Nein, ich möchte wissen, was sie hat und ich nicht. Du meinst Marz Stollmann da drüben. Was ist mit ihr? Nein, unmöglich. Das kann sie nicht sein. Arbeitet da vielleicht noch eine andere Rothaarige? Klein, süß und sexy? Nein, sie ist es. Teufel nochmal. Die ist ja wirklich süß. Warum träumt er von ihr? Vielleicht ist sie ein bisschen jünger als du. Ja, das wäre möglich. Ist das euer Ernst? Oh ja, du bist viel älter als sie, Rosanne. Glaub mir, du könntest beinahe ihre Mutter sein. Ich will ausnahmsweise so tun, als hättest du nichts gesagt, Crystal. Gut, ich auch. Willst du mir nicht verraten, was los ist? Nein. Okay. Versteh schon. Ich bin schon weg. Ruf mich an. Ich werde mal rübergehen und mit dir reden. Nein, tu das nicht. Doch, süßig ist sie Dance-Traumfrau, Jackie. Und ich muss wissen, was an ihr dran ist. Hi, ich bin ihre Bedienung. Rosanne Connor, Dancefrau und die Mutter seiner drei Kinder. Kann ich endlich was zu essen haben? Ja. Ich nehme ein Specksalat-Tomaten-Sandwich, aber nicht in der Reihenfolge. Mayonnaise aufs Brot, dann Tomaten, dann der Salat, dann der Speck auf Vollkorn-Toast, aber nur leicht getoastet. Warten Sie, geben Sie mir die Mayo extra. Es wäre besser, Sie bringen alles extra. Sie machen das wahrscheinlich sowieso nicht richtig. Okay. Und? Sie ist nicht nur süß, sie ist auch eine großartige Persönlichkeit. Na, Dad, heute Nacht wieder das alte Sofa geritten, hm? Was ist mit dir und Mami? Schlaf doch sonst niemals getrennt. Keine Probleme, ich bin nur vor dem Fernseher eingeschlafen. Zwei Nächte hintereinander. Halt die Klappe. Hör mal, Dad, wir sind keine Wickelkinder. Wenn ihr beiden Schwierigkeiten habt, möchten wir, dass ihr uns die Wahrheit sagt. Ja, und dann können wir uns überlegen, bei wem von euch wir bleiben wollen. Ich geh hin. Hi, Danny. Oh mein Gott, was willst du denn hier? Ich hab draußen gewartet, bis deine Frau weggefahren ist. Ich wollte mal wissen, wie du so wohnst. Jetzt hast du's gesehen. Wiedersehen. Oh nein, wir brauchen keine neue Religion. Wir haben schon eine. Erlaubst du, dass ich kurz telefoniere? Oh, das muss dein Sohn sein. Ist er nicht allerliebst, der Kleine? Bin ich. Du bist süß. Das hat er sicher von seinem Daddy. Sie will nur telefonieren. Da ist es. Schnell. Hast du das gesehen? Nee, ich kann's einfach nicht glauben. Was? Dad, sie hat mit dir geflirtet. Was redest du für ein Quatsch? Diese Religionsvertreterin hat dich angemacht, Daddy. Du hast einen Knall. Dad, sie ist dir an die Wäsche gegangen. Du bist süß. Das hat er sicher von seinem Daddy. Das bedeutet gar nichts. Dad hat eine Freundin. Warte noch, was Mama das hat. Jetzt reißt's ab mit euch in die Schule. Ist die Religions-Tante meine neue Mama? Ja. Los, hau ab. Such dir einen Job. Wie konntest du das nur tun? Oh, Danny, sei mir nicht böse. Das ist mein Heim, meine Familie. Oh, ich brauche dich. Ich halte's nicht länger aus ohne dich. Oh, ich sagte nein. Ich bettel nicht, Danny. Ich nehme mir, was ich will. Oh! Dad! Oh, ich wusste es. Nein, warte, Rosent. Mach jetzt keinen Fehler. Den mache ich garantiert nicht. Nein! Nein! Nein, tu's nicht! Nicht schießen! Nein, nicht schießen! Nein! Ben! Was machst du? Du wächst das ganze Haus. Oh weh, der war schlimmer. Hat Marge dir vielleicht die Pistole auf die Brust gesetzt, hm? Ja. Du weißt schon, deine Traumfrau vom Eisenbahnladen, Marge Dolmen. Du kennst ihren Namen? Marge Dolmen. Ja, sie kamen heute ins Restaurant essen. Ich finde sie ja ganz süß, aber Jackie und Crystal haben gesagt, du könntest was Besseres haben. Hm, großartig. Du hast es Jackie und Crystal erzählt. Ich versuche nur herauszufinden, woran ich bin denn. Ich meine, was ist an dieser Frau so besonderes? Ist sie sexy? Mehr als ich? Nein. Macht sie es lustiger? Nein, überhaupt nicht lustig. Ist sie besser im Bett? Ich habe Durst. Hast du auch Durst? Hilf mir weiter, denn ich möchte das verstehen. Ich meine, wenn du von jemandem träumen würdest, wie zum Beispiel Kathleen Turner, dann würde ich sagen, okay, er ist ein Schwein. Aber bei dieser Frau bin ich ratlos. Ich verstehe es einfach nicht. Was hat das zu bedeuten? Ich weiß es auch nicht. Ich kenne sie ja kaum. Ich gehe in den Eisenbahnladen. Ich will irgendwas. Sie weiß genau, wo sie es findet. Sie weiß genau, was sie mir berechnen muss. Also wenn du schläfst, dann kriegst du genau das, was du willst, ja? Dafür muss ich mich hinlegen. Okay, Doktor, ich hasste meinen Vater und wollte meine Mutter heiraten. Jetzt du. Was für Sachen sind das, die sie in deinen Träumen tut? Hör auf! Nein, sag mir, was sie in deinen Träumen mit dir anstellt. Ich will wissen, was daran so großartig ist. Dann kann ich es vielleicht auch tun. Es ist persönlich. Ich bin deine Frau. Ich wasche deine Unterhosen. Du kannst es mir sagen. Kann ich nicht. Wird es dir vielleicht helfen, wenn ich dir sagen würde, dass ich auch ein paar Bedürfnisse habe? Und welche? Ich habe dich zuerst gefragt. Und ich frage jetzt. Also sag's mir. Na gut. Gut. In den Träumen ist sie zu mir, als ob, als wäre ich ein unwiderstehliches Sexspielzeug. Das ist nicht der Ernst! Ich bin so froh und erleichtert, dass ich es endlich losgeworden bin. Und sowas gefällt dir? Geh weg! Nein, ich meine, wenn wir es tun können, wieso können wir nicht darüber reden? Ich weiß nicht. Das kommt vielleicht von der Routine. Ich meine, du möchtest vielleicht mal was anderes ausprobieren, was Neues. Na ja, wir müssen es ja nicht unbedingt immer mittwochs tun. Ich meine, wir könnten ja auch spontaner sein. Okay, fein. Weißt du, jetzt reden wir wenigstens miteinander. Das ist großartig. Was sonst noch? Das ist alles. Na ja, aber was tut sie in den Träumen? Rosanne, das ist wirklich schwer für mich. Ich weiß, aber es ist heilsam, Schatz. Bitte. Komm schon, sag's mir. Träum weiter! Hier. Oh, hallo. Er liebt mich? Er liebt mich nicht. Nochmal, Rosanne. Er liebt mich. Oh, sieh doch, sieh doch, sieh doch. Oh, bitte, 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 bitte nicht. Bitte, bitte, bitte. Hi, Marge. Ich wollte nur sagen Danke und jetzt gehört er wieder mir. Okay. Hey. Was hast du denn gedacht, was ich sage? Ich weiß es nicht. Ich weiß aber, bei dir muss man auf alles gefasst sein. Ja, ich bin verrückt, impulsiv, spontan. Rein mit dir. Nicht, Rosanne, wir sind in einem Fahrstuhl. Na und? Dann bleib ich hier. Was für ein Saftladen ist dieses Gemeindeteater? Ich verstehe das nicht. Du spielst den Camelot und hast überhaupt keinen Text? Ich hab einen Satz. Was für einen? Tritt ein, Lancelot, die Königin wartet. Das ist alles? Tja, wenn ich's nicht sage, tritt er nicht auf und das Ding platzt. Oh, du kennst doch Phil Henley. Von Henleys Sportartikel? Ja, er ist Lancelot. Er treibt's hinter den Kulissen mit Charlie Clemens. Vom Tasty Freeze? Genau, sie spielt die Königin. Sie wussten nicht, dass ich da bin. Ich sehe um die Ecke und die beiden fangen gerade an sich gegenseitig aufzufressen. Und ich dachte, er hat was mit der Kleinen aus der Schnellfotobude. Neulich sollen sie ja fast in den Entwickler gefallen sein. Oh, und weißt du, was noch passiert ist? Bill Shiva, der seit zehn Jahren das Make-up für das Theaterstück liefert, ist wieder bei seiner Mutter. Ja, ich weiß doch alles über ihn. Weißt du auch, dass er jetzt hinter Frauen herst? Der doch nicht. Die Freundin seiner Mutter hat's mir gesagt. Nein, warte, ich muss erst die Kinder anschreien. Hatte ich nicht gesagt, es gibt was hinter die Ohren, wenn ihr euch wieder verspätet. Ja, wenn du glaubst, du schaffst es, dann los. Dann los, dann los, dann los, dann los. Was gibt's? Deine Töchter sind nicht da. Mann, ich verstehe nicht, wozu wir überhaupt einen Zapfenstreich festsetzen, wenn die Mädchen sowieso immer zu spät nach Hause kommen. Eine Viertelstunde ist doch nicht tragisch. Es ist schon eine ganze Stunde und es macht ihnen gar nichts, dass ich mich um sie zu Tode sorge. Gin. Ja, du machst dir wirklich Sorgen. Hey, wir stellen die Regeln auf und sie ignorieren sie. Und zwei hübschen Teenagern kann innerhalb einer Stunde, nachdem das Einkaufszentrum geschlossen ist, eine Menge passieren. Darum wollen wir sie zu Hause haben. Wir wollen sie nur nicht da draußen haben. Ich mach uns einen Kaffee. Willst du auch einen haben dann? Ja. Jetzt! Halt, 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 halt! Wo wart ihr zum Teufel? Entschuldige, es tut uns leid. Was genau tut euch leid? Dass ihr zu spät gekommen seid? Dass ihr nicht wisst, wie man ein Telefon benutzt? Oder, dass ihr vielleicht niemals das freundliche Tageslicht wieder seht. Das tut mir am meisten leid. Es ist doch erst zehn. Verspätung eine Stunde. Und es ist jeden Abend eine Stunde. Wenn das so ist, ähm, dann sind wir ja pünktlich. Wir sagten neun, wir meinten neun. Ja, wir gehören nämlich zu einer verrückten Sorte Eltern. Wir denken, dass unsere Kinder zuhören, wenn wir sprechen. Und wenn ihr dann um neun nicht hier seid, glauben wir, es gibt dafür vielleicht einen Grund. Aber wenn ihr uns nicht verraten wollt, was für einen, müssen wir annehmen, dass ihr irgendwo in der Gosse liegt oder euch ist irgendwas passiert. Wir wollten anrufen, aber es gab kein Telefon in der Gosse, in der wir lagen. Ha-ha. Hausarrest. Ha-ha. Das heißt, ihr gebt morgen Abend nicht aus. Und das tut euch wirklich schrecklich leid, hab ich recht? Ja, ihr wart um uns besorgt. Das machen wir nie wieder. Na gut, rauf mit euch. Diesmal hast du es ihnen aber richtig gut gegeben. Danke, danke. Denkst du, es wirkt? Na, mindestens so gut wie die letzten zwölf Mal, hoffe ich. Warum probiert ihr nicht einfach ne andere Methode? Mhm. Ich mein's ernst. Redet einfach so mit ihnen wie mit vernunftbegabten Erwachsenen, dann werden sie es einsehen. Schatz, Jackie ist noch da. Nicke bloß und lächle. Habt euch nicht so, das ist ein vernünftiger Rat. Hey. Hey. Was machst du? Ach, ich packe nur DJs kleinen Campingbeutel. Er wird heute bei seinem Freund Klein Warren übernachten. Hältst du das für ne gute Idee? Ich meine, hat Klein Warren nicht all diese Eichhörnchen gefesselt? Nein, das war DJ. Klein Warren hat ihm die Narkose gegeben. Schatz, gehst du hin bitte? Sicher, wieso nicht? Ich hab ja weiß Gott nichts anderes zu tun. Ich versuche ja nur den Campingbeutel für DJ zu packen und du hast wirklich gar nichts zu tun. und denkst, du kannst einfach sagen, los, alte Springer. Und ich darf nur fragen, wie hoch? Heim ist es Connor? Ja? Blumen für sie. Wo ist der Haken? Soll ich irgendwas kaufen? Nein, nur annehmen. Okay. Hast du mir die Blumen geschickt, Dan? Nein, warum sollte ich? Na, weil du ein alter Romantiker bist. Du würdest so was Unvernünftiges jederzeit tun. Hey, Rosanne, das war gelogen, ich hab sie doch geschickt, Dan. Haha, du alter Lump. Ich liebe dich auch, Schatz. Warum hast du sie geschickt? Ich werd's dir erklären. Vor genau 20 Jahren hab ich dich im El Camino von Dad abgeholt. Ich hatte eine Zapperkassette in der Stereoanlage und im Handschuhfach schmorte ein Apfel als Reiseproviant vor sich hin. Unser erster Ausflug. Unser erster Ausflug war auf dem Motorrad zum Highway Drive-In. Heute ist der 20. Jahrestag unseres ersten Mal. Unser zweiter Ausflug. Nein! Soweit ich mich erinnere, hab ich's mit großer Mühe geschafft, dich noch ein bisschen länger hinzuhalten. Jetzt erinnere ich mich, wir fuhren in ein gemütliches, kleines Restaurant. Das Blue Swan Café. Ja? Es ist der malerische Anbau neben dem Blue Swan Motor drüben am Highway 72. Ich hatte ein Steak New York und du ein Shrimp-Cocktail und Hühnchen-Parmesan. Ich hielt das für sehr schick. Der Kellner nannte dich immer Sir und dann sagte er, das ist für die junge Lady. Er meinte mich. Ich war wahnsinnig stolz und aufgeregt. Es war die Nacht, in der ich dich offiziell bat, meine Freundin zu sein. Und du hast gesagt, du machst mich zum glücklichsten Mädchen in den ganzen Vereinigten Staaten. Mama, die Toilette ist kaputt! Lügner. Erinnerst du dich? Wir haben uns doch versprochen, ein bisschen verrückter und spontaner zu sein. Ich war so frei, uns für heute Abend einen Tisch zu reservieren im Blue Swan Café. Wie romantisch! Ich hoffe, wir kriegen den selben Tisch wie vor 20 Jahren mit, Aussicht auf den Highway. Oh, wenn der zarte Duft von Diesel in der Nase kätselt. Ja, den kann ich auch nicht vergessen und ich denke immer an dich, wenn ich einen Lastwagen rieche. Wiedersehen! Wo wollt ihr hin? Ihr habt Hausarrest! Nein, du irrst dich. Wir waren Donnerstag zu spät zu Hause und hatten gestern Hausarrest. Heute sind wir wieder frei. Oh, na gut. Und wo geht ihr hin? Ich fahr mit Dana in die Pizzeria. Und ich steig unterwegs bei Marcy aus. Gut, weil Samstag ist, verlängern wir den Zapfenstreich auf 11 Uhr. Aber kommt pünktlich. Wir sind vor euch zu Hause. Wenn ihr unpünktlich seid, dann schmied ich euch ans Haus. Du siehst heute süß aus, Mama. Danke. 11 Uhr, klar. Nicht süß, du Idiot. Dünn! Dünn! So, erzähl mal, warum ich dir überhaupt aufgefallen bin. Ah, du bist gerade aus dem Kolleg-Saal gekommen und du hattest eine hautenge Korthose an. Und die machte so ein komisches Geräusch beim Gehen, so als riefe sie meinen Namen. Dan Connor, Dan Connor, Dan Connor, Dan Connor. Steak für Sie, Hühnchen-Parmesan für Sie. Ja, 45 Minuten für ein halb rohes Steak. Ich würde ja um Steaksoße bitten, aber ich muss Montag arbeiten. Du, es ist schon 10.30 Uhr. Wir werden es wohl kaum schaffen, vor Mitternacht zu Hause zu sein. Na und ruf an und sag, dass wir später kommen. Okay. Nein! Was heißt nein? Weißt du, diese Hausarrest-Geschichte funktioniert ja nun offenbar gar nicht. Also sollen sich die Gören mal um uns Sorgen machen, dann wissen Sie, wie das ist. Aber ich ruf Jackie an, sie soll rüber gehen. Und ich sage ihr, sie soll ihnen ein bisschen Angst einjagen. Und erst wenn sie mit den Nerven am Ende sind, darf sie ihnen die Wahrheit sagen. Rosie, du hast einen üblen Charakter. Und einen Körper, der dazu passt. Erzähl weiter, was hat dir noch an mir gefallen? Was, was, was? Ah, deine hübschen braunen Augen, die so gierig aussahen wie zwei dummer Männer, die darauf warten, mich zu zerfleischen. Gut, gut, gut. Mach weiter. Nein, jetzt bist du dran. Was gefiel dir an mir? Ach, dass du mich gebeten hast, mit dir auszugehen. Und was noch? Das war's schon. Also wenn Tommy Jorgensen dich ausgeführt hätte, wärst du jetzt Mrs. Tommy Jorgensen, meinst du? Quatsch, Tommy Jorgensen wäre doch niemals mit mir ausgegangen. Jetzt hör aber auf, nach Komplimenten zu fischen. Eine Menge Jungs sehnten sich danach, dass du sie wie ein Stück Dreck behandelst. Ich hatte das Glück, dass ich der Schnellste war. Und jetzt fällt mir wieder an, was mir an dir gefallen hat. Es war die Tatsache, dass niemand so aufschneiden konnte wie du. Jetzt mal ehrlich, Roseanne. Was an mir brachte dich zum Erschauern? Na schön, wenn ich ganz ehrlich sein soll, es waren deine Unterarme. Wirklich? Ja. Es waren die mächtigsten, männlichsten Brocken Frischfleisch, die mir je unter die Augen gekommen sind. Die Pythans, hm? Ich erinnere mich noch, wie ich während des Unterrichts draufstarbe. Und du hast es gesehen und angefangen, deine Ärmel ganz genüsslich höher und höher zu krempeln. Das war gefährlich, denn ich war kurz davor, über die Bänke zu steigen und dich auf den Boden zu werfen. Weißt du, nachdem wir jetzt nicht nach Hause müssen, habe ich mir gedacht, wir könnten drüben fragen, ob unser altes Zimmer frei ist. Ich hätte nie gedacht, dass ich sowas hier sage, aber verzichten wir aufs Dessert. Darlene! Okay, zehn Minuten, zehn Minütchen, das macht doch nichts, oder? Hör auf zu schwitzen, Sie sind noch nicht wieder da. Dann bin ich pünktlich, oder? Ja, keine Bange, Darlene, ich verrate dich nicht. Aber irgendwie ist das komisch. Es ist doch sonst nicht Ihre Art, dass Sie unpünktlich sind. Das stört mich nicht. Ich frage mich, wo die beiden sind. Willst du ein Eis haben? Gern. Was machst du hier? Ich wasche meine Wäsche. Nein, es ist nicht. Es ist bestimmt alles okay. Au! 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 Sie sind noch nicht wieder da. Roseanne? Oh, Becky. Ja. Hi. Hi. Was macht sie denn hier? Waschen. Keine Angst, sie sagt nichts. Irgendwie merkwürdig, nicht? Ich meine, nach dem Zirkus, den sie mit dem Zapfenstreich gemacht haben, dachte ich, ich mache die Tür offen und hab lebenslänglich Hausarrest. Tja, Hausarrest ist ihr Lebensinhalt. Hier ist dein Eis. Danke. Und du willst keins? Nein. Mir ist plötzlich der Appetit vergangen. Also, ihr hattet einen schönen Abend, ja? Ja. Ja? Es war okay. Wo wart ihr? Ich war mit deiner... Ich muss dringend telefonieren. Crystal? Ja, ich weiß, dass es sehr spät ist. Entschuldige. Äh... Hast du vielleicht was von Roseanne gehört? Ja. Ja. Okay. Sicher. Ja, danke. Schlaf gut. Crystal ist, grüßen. Tante Jackie, was ist denn los? Dass sich eure Eltern so sehr verspäten, begreif ich nicht. Vielleicht ist wieder mal das Auto kaputt. Ja, das kommt vor. Ja. Ja. Oh, Mann. Das ist eine von diesen Nächten, die alle Cops hassen. Wegen der Unfälle. Aber... Ich bin sicher, es geht ihnen gut. Ich frage mich, was sie so lange aufhält. Du denkst doch nicht, dass ihnen was passiert ist, oder? Danke. 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 Und, was willst du jetzt tun? Dasselbe wie vor 20 Jahren. Mal sehen. Du warst im Bad und hast dir eine frische Lage weißen Lippenstift aufgetragen. Und du hast deine Kumpels angerufen und geprotzt. Das tue ich heute noch. Jetzt weiß ich's wieder. Wir haben die riesige Badewanne vorlaufen lassen und 20.000 Meilen unter dem Meer gespielt. Oh ja, du warst das Nebelhorn. Los, lass uns das wieder tun. Okay. Und diesmal darf ich Käpt'n Nemo sein. Und nicht mit dem Handtuch schlagen. Ich verspreche gar nichts. Oh, sieh dir das an. Die Wanne ist damals viel kleiner geworden. Es friert, es ist schon Eisernfenster. Was treiben die da draußen so lange? Du machst dir Sorgen? Ach was. Du? Nein. Wie lange kann denn so ein Abendessen dauern? Ja, und wenn sie aufgehalten wurden, warum rufen sie denn nicht an? Haben die den Verstand verloren? Die wissen doch, dass sie anrufen sollen, wenn sie sich verspäten, damit wir uns kein... Der Satz heißt, damit wir uns keine Sorgen machen, stimmt's? Komischer Zufall oder Lektion für die Kinderchen? Dreimal darfst du raten. Und Jackie ist ganz zufällig hier, als wir nach Hause kommen und wäscht ihre Wäsche? Aber da ist keine Wäsche drin. Also das ist doch wirklich eine unglaubliche Nummer. Ich find's echt kindisch, dass sie zu solchen Mitteln greift. Das liegt nur daran, dass die beiden zu viel fernsehen. Stimmt. Und Jackie ist nur hier, um dafür zu sorgen, dass wir uns Sorgen machen. Und wir können sie doch jetzt nicht enttäuschen, nicht wahr? Noch nichts von Ihnen zu sehen, hm? Also ich muss Schuh geben. Langsam fang ich an, mir wirklich Sorgen zu machen. Jetzt reicht's. Ich alarmiere die Polizei. Nein, 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 das kannst du nicht machen. Warum nicht? Weil, äh, weil du sonst eine Vermisstenanzeige aufgeben musst. Und, äh, und sie, ähm, mögen das nicht. Aber vielleicht sind Mom und Dad vermisst. Aber sie sind noch nicht vermisst genug. Sie müssen nämlich erst 48 Stunden vermisst sein, bevor die Polizei eine Vermisstenanzeige aufnimmt, weißt du? Gut, nehmen wir an, sie sind nicht vermisst. Aber wo sind sie dann? Ich meine, selbst Vielfraße wie Mom und Dad essen doch nicht über vier Stunden lang. Oh mein Gott. Sie sind am Ende schon tot. Hey, wir wollen doch nicht gleich durchdrehen, okay? Sie sind tot. Ich wette, die beiden sind überfahren worden und jetzt liegen sie tot auf dem Highway. Oh, ein riesiger Achterachs hat die beiden überwalzt und unsere Arme hat zerquetscht. Oh, wie, Daddy! Haben wir genug getrauert? Wir haben solche Angst um sie. Ihr seid widerliche, ungezogene Kinder. Und es ist eine unglaubliche Schande, mit sowas wie euch verwandt zu sein. Oh, soll das heißen, du adoptierst uns nicht, Tante Jackie? Oh, was wird denn bloß aus uns, Darlene? Wir kommen ins Waisenhaus. Die Sonne kommt raus jeden Morgen. Ihr zwei seid witzig, wirklich witzig. Jetzt hört endlich auf! Also, eure Mom hat sich geirrt, es hat nicht funktioniert, vergessen wir es. Warum setzen wir uns nicht und diskutieren diese Zapfenstreich-Geschichte wie Erwachsene, okay? Setzt euch! Hört zu. Tja, also vor allem, solltet ihr wissen, Zapfenstreich ist keine Bestrafung. Klar. Zumindest ist es von euren Eltern nicht so gemeint. Es ist für sie vielmehr der Ausdruck ihrer Sorge um euch. Also, ihr müsst den Zapfenstreich so verstehen, als ob eure Eltern zu euch sagen, ich liebe dich. Ich Zapfenstreiche Darlene. Und ich Zapfenstreiche Beck. Los jetzt, los, auf mit euch beiden! Ich schwöre euch, ihr werdet Hausarrest kriegen, bis ihr schwarz werdet! Ihr bösartigen, schlimmen Kinder! Was machst du da? Nichts. Du hast dir den Käse geholt. Äh, der fiel von meinem Stück runter, ich habe ihn mir wieder geholt. Und der Käse von meinem Stück klebt auch drunter? Dann ist eins von meinem. Ich will das aber nicht, ich will das wieder, wo die braunen Blasen drauf sind. Hör zu, meinen Käse kriegst du nicht. Dan? Was? Ich finde, wir können uns ebenso gut zuhause rumstreiten, anstatt hier im Hotel, wo wir 14,50 für die Stunde zahlen. Was soll das heißen? Willst du heimfahren? Ich weiß nicht. Du? Nein, wir können jetzt noch nicht heimfahren. Das ist eine romantische Nacht, wir feiern einen der, der größten Momente unseres Lebens. Na gut. Ey, Bonanza läuft! Nein. Das ist die Folge, wo Hoss auf die Gnome stößt. Heute Nacht wird nicht ferngesehen. Was wollen wir denn sonst tun? Hey! Das vibrierende Bett. Oh ja, ich hatte vollkommen vergessen, wie viel Spaß das gemacht hat. Ja, wir konnten überhaupt nicht genug kriegen und dabei hatten wir nur zwei Viertel Dollar Münzen. Und eine davon war für den Wein. Nur das Beste für mein Baby. Na was sagst du, fahr mir ab? Ja, fahr ab, mein Lokomotivführer der Liebe. Juhu! Rette den Bullen, Koma! Das ist einzigartig, Liefling. Dad? Ja? Ich muss gleich kotzen. Schnell! Schnell! Lass uns nach Hause fahren. Wir sind wohl schon zu alt für sowas. Nein, nein, es war großartig, Schatz. So großartig wie letztes Mal? Ach, besser. Und weißt du warum? Weil wir diesmal verliebt sind. Ich war das letzte Mal genauso verliebt. Ich auch. Danke, dass Sie mich an die Tür bringen, Mr. Connor. Ja. Ist mir ein Vergnügen, Miss Harris. Rufen Sie mich irgendwann wieder an oder war das nur so ein Rumsbums Wiedersehen, Rosanne? Sagen Sie das nicht, Sie sind meine Freundin. Und jetzt will ich Ihnen was erzählen, was ich noch niemandem erzählt habe. Es war mein erstes Mal. Ich weiß. Bekomme ich einen Gute-Nacht-Kuss? Ja, aber bloß einen. Und noch einen. Okay. Es gab mal eine Nacht, da haben wir dieses noch einen Kusstheater eine halbe Stunde durchgehalten. Dann ging die Tür auf, es war mein Dad. In der Unterwäsche. Da hat uns eine Moralpredigt gehalten. Daddy ist jetzt nicht hier. Wo habt ihr euch rumgetrieben? Wisst ihr eigentlich, wie spät es ist? Wisst ihr denn nicht, wie mal ein Telefon schon geht? Ihr habt verliebt? Ich dachte, ihr liegt tot in der Gosse rum. Sagt mal, schiebt ihr euch gar nicht zu spät, nach Hause zu kommen? Ah, ich habe eine Idee. Versuchen wir doch was ganz Neues. Ihr habt Hausarrest. Ihr dürft. Hey! Hey! Lasst uns rein! Hey! Auf die Tür rein! Das hätten wir von Anfang an tun sollen. Jetzt können's unsere Mädels kaum erwarten, nach Hause zu kommen. Auf die Tür rein! Auf die Tür rein! Auf die Tür rein! Was machen wir am Wochenende? Können wir nicht Bier trinken, vor dem Fernseher rumhängen und uns Football-Spieler ansehen? Mein Liebling, bitte, bitte, bitte! Okay, ausnahmsweise. Hallo? Oh, hi Ma! Wiedersehen, Ma! Oh nein, du störst bei gar nichts. Stan und ich, wir treiben nur etwas Sex. Hallo DJ, was siehst du dir denn zum Frühstück an? Hey, dick und doof! Na, freut mich, dass mein Sohn einen so ausgefallenen Geschmack hat. Hat er nicht. Er sieht ihn sich an, weil alle Schauspieler darin schon tot sind. Hey, Leute! Spitzt die Ohren! Ich hab ein paar schlechte Nachrichten. Omar Harris wird ihren jährlichen Urlaubsbesuch dieses Jahr leider ausfallen lassen. Oh, was für ein Jammer. Also, irgendwie wird sie mir fehlen. Ich weiß aber, ich kann dich beruhigen. Heute Mittag ist sie da. Wieso hast du nicht gesagt, wir haben die Masern? Oh, ich find's großartig. Kein Wunder, dich liebt's hier. Stopp, ich bin nett zu ihr. Ja. Weil du so ne Schleimerin bist. Ja. Heißt das, wir müssen den ganzen Samstag irretwegen hier festsitzen? Hey, sie ist meine Mutter und eure Oma, die wir alle lieben. Abgesehen davon hätte ich sie allein am Hals, wenn ihr euch alle dünn macht. Und das will doch keiner, oder? Kinder, freut euch auf einen Nachmittag von langweiliger Unterhaltung, gefolgt von einem Abendessen, bei dem es euch wirkt. Genau. Also räumt jetzt das Zimmer von DJ auf, weil sie dort schlafen wird. Ich will, dass es blitzt. Na schön, beseitigt nur den gröbsten Dreck. Ich beseitige den gröbsten Dreck hier unten, Mama. Lass die Schleimerei. Ich verbarrikadier mich in der Garage, schmeißen Stein ans Fenster, wenn sie weg ist. Angsthase. Ich hasse es, wie diese Familie sich aufhört, wenn sie da ist. Du drehst durch, die Kinder spielen verrückt und ich werde zum Käpt'n Schwiegersohn, dessen gefürchtetes Stählernes Grinsen seine einzige Waffe gegen die Beleidigungen der Verwandtschaft ist. Ich muss noch Jackie anrufen und dir sagen, dass Mom kommt. Ja, als ob sie scharf drauf wäre nach dem Streit, den sie letztes Mal gehabt haben. Sie wird kommen, es ist ihre Mutter. So siehst du aus. Nein, warte und lerne. Hi, ich bin's. Was machst du heute? Ja, ich wollte eigentlich einen Apfelauflauf machen und gemütlich diesen Kevin-Kostner-Film ansehen. Der ist auf Kabel und angeblich läuft er da dauernd fast nackt rum. Gut, drei Uhr ist prima, Schwester. Sie liebt ihre Mutter. Es ist ganz zauberhaft in der Wüste. Wir waren drei Tage da. Hier ist ein Bild von deinem Vater mit einem Kaktus. Es sieht aus, als ob der Kaktus seine Hände hebt. Und siehst du, hier spielt Dad mit dem Kaktus Hände hoch. Und hier spielt er dasselbe. Und hier schon wieder. Er fand das offenbar witzig. Willst du noch ein bisschen Kaffee, Oma? Danke, lieb von dir. Darlene! Sag, wann wird Jackie endlich kommen? Die ist doch nicht mehr böse auf mich. Nein, die wird kommen. Aber sei bitter ein bisschen netter zu ihr als letztes Mal. Ich bin doch immer nett zu ihr. Nein, das letzte Mal hast du ihr eine Stunde lang erzählt, es wäre der schlimmste Fehler ihres Lebens gewesen, dass sie mit Gary Schluss gemacht hat. Und dass sie bestimmt mal als verbitterte alte Jungfer ins Gras beißt. Das ist doch normal, dass ich so rede. Nur keine Angst, ich werde lieb zu ihr sein. Hallo, Oma. Na endlich! Warum bist du nicht vorhin schon runtergekommen und hast guten Tag gesagt? Und geh schon und gib Oma einen dicken Begrüßungskuss. So, hier ist dein Kaffee, Oma. Mit Magermilch und zwei Stück braunem Zucker. So wie du es magst. Becci ist erstaunlich hübsch. Sie ist dabei, sich zu einer blühenden jungen Frau zu entwickeln. Also, wenn's dir nicht zu viel Mühe macht, dann sag's ihr doch lieber selbst. Sie ist die Blonde, die da neben dir auf der Couch sitzt. Na, gibt es einen besonders netten Jungen, von dem ich noch nichts weiß? Ähm, ja. Er ist erst vor kurzem hergezogen und er will, dass ich heute mit ihm ausgehe. Und gehst du mit ihm? Tja, ich hab noch nicht zugesagt, aber ich... Aber sie weiß, dass ihre Oma nur ein- oder zweimal im Jahr hier ist und deswegen bleibt sie heute Abend brav zu Hause. Das ist doch albern. Wieso soll das arme Kind meinetwegen zu Hause sitzen, wenn ein junger Mann sie ausführen will? Wieso denn nicht? Danke, Oma. Und ich zieh die Seidenbluse an, die du mir zum Geburtstag geschenkt hast. Tja, ich werde auch ausgehen. Und wenn's regnet, dann zieh ich die Gummistiefel an, die du mir zum Geburtstag geschenkt hast. Nein, du bleibst hier schön bei uns. Nein, ich will nicht. Was soll ich denn hier? Ich will auch ausgehen. Oh, was du nicht sagst, wo willst du schon hingehen? Was soll diese dämliche Anspielung? Oh, na hör mal, Darlene. Wenn du ein großes Mädchen bist wie Becky, wirst du auch von Jungens Einladungen kriegen. Hör mal, das geht dich überhaupt nicht an. Ruhe, Darlene. Geh raus in die Küche. Komm schon. Die kann doch nicht einfach hier ankommen und bestimmt, wer ausgehen darf, was weiß ich. Geh weiter. Was denkst du dir? Rede nicht so mit deiner Großvater. Warum soll Becky ausgehen können und ich nicht? Weil Becky eingeladen ist. Ich könnte auch eingeladen sein. Ich muss mich von ihr doch nicht behandeln lassen, als wär ich drei Jahre alt. Dann führ dich nicht so auf, als ob du erst drei Jahre alt bist. Ich glaube, Becky hat gar keine Verabredung. Die will sich nur rausschleimen, die alte Ziege. Okay, jedenfalls reicht's mir, dass meine Mutter und meine Schwester sich streiten. Jetzt fang du nicht auch noch damit an. Ich hasse sie. Na, wie geht's, Schatz? Nichts wie weg. Nichts wie weg. Ehrlich gesagt, Rosanne, finde ich es eine Schande, dass Becky an dem einzigen Abend, den ich hier bin, weggehen will. Mutter, du hast dir gerade gesagt, sie soll ausgehen. Och, sag ihr doch, sie soll wenigstens nicht vor dem Essen gehen. Nein, sag du's ihr doch. Aber ich will nicht, dass sie auf mich böse ist, Rosanne. Ach doch, du denkst dir, sie kann ruhig böse auf mich sein. Danke. Entschuldige, ich geh nur schnell für kleine Mädchen. Sie ist 62, hat zwei Kinder und drei Enkel und geht immer noch für kleine Mädchen. Hier mit dem Auflauf von Kevin Costas nacktem Körper. Ich werde meine Zähne in beidem versenken. Wie geht's dir, Jackie? Rosanne, sind diese Handtücher sauber? Ach, du hinterhältige Teufelin! Ist das Jackie? Nein, du kriegst mich nicht! Jackie! Du bleibst hier! Lass mich los, bevor ich dir weh tue! Du benimmst dich jetzt wie ein erwachsener Mensch, stehst auf und bleibst hier. Klar, mir hat endlich erwachsen, du Kindskopf! Komm, Jackie! Nein! Kein Schluss jetzt! Oh, Marc! Sag mal, hast du jemals eine Frau gekannt, die so hübsch ist wie deine Schwester, ohne volle Make-up zu sein? Und dann heißt wundervoll! Danke, Mom! Und wisst ihr was? Ich bin eigentlich froh, dass euer Vater nicht mitgefahren ist. Da können wir drei uns ungestört amüsieren. Das ist warm, oder? Ich weiß nicht, ich kontrolliere lieber ihr Mutter mal, das ist sicher. Nein, da steht 6-6-5. Na, das können wir durchgehen lassen. Ach, übrigens ist letzte Woche eine Karte für Mrs. Quigley gekommen. Unsere Ex-Nachbarin? Sie schreibt, dass es ihr wieder gut geht und ihr kleiner Jeffrey noch vor den Feiertagen aus dem Gefängnis kommt. Mann, diese 8 Jahre sind ja vergangen wie im Flug, meint ihr nicht? Weißt du noch, wie du mit kleinen Jeffrey mal Flaschendrehen gespielt hast? Ja, dann küsste er mich und auf einmal hatte ich seine Zahnspange im Mund. Mein kleiner Engel hat diese verbotenen Flaschendrehspiele gemacht. Oh, du Schnattergans-Jackie, jetzt hast du mich aber reingeritten. Hausarrest, Mom! Hausarrest, Hausarrest! Na, ihr Sünderinnen, wollt ihr sonst noch was beichten, solange ich diesen billigen Chardonnay schlürfe? Okay, da gab's mal ein Wochenende, an dem du und Dad zu so einer komischen Messe für Terrassenmöbel gefahren seid. So, erinnerst du dich? Oh, ja. Seid ihr da etwa ausgebüxt auf eine wilde Party? Ja, in Chicago. Siehst du, jetzt denkt sie nach. Sie wird doch wohl nicht durchdrehen und uns für etwas ausschimpfen, was für über 20 Jahren gewesen ist, oder? Oder? Das ist die richtige Einstellung. Ja, mein Seid, furchtbar. Hey, ich weiß sogar noch was Besseres. Okay, hör zu. Erinnerst du dich an meine Freundin Janine? Oh, ja. Du hast immer mit ihr gelernt. Du warst jede freie Stunde dort. Also, die Wahrheit ist, es gab keine Janine. Aha. Janine, wann denn? Was für eine Hinterlist. Ich dachte, du würdest studieren, Kind. Meine Noten waren trotzdem gut. Ja, in Sexualkunde. Okay, jetzt bin ich dran. Ich hab meine Bewerbung an die Kunstschule geschickt und hab gesagt, sie haben nie geantwortet. Und das war gelogen. Sie hätten dich angenommen? Ja, und ich hab den Brief weggeworfen, bevor ihr eine Chance hattet, ihn zu lesen. Dein Vater und ich haben uns so gewünscht, dass du auf diese Schule gehst, das wusstest du. Das wusste ich nicht. Hey, wisst ihr auch noch, wie ihr drauf reingefallen seid, als ich euch erzählt hab, ich hätte ein Radioquiz geworden und Ringo Starr ruft aus Hollywood an? Aber jetzt siehst du wenigstens, was einem passiert, wenn man seine Chance so leichtfertig aus der Hand gibt. Das ist doch Schnee von gestern, Mom. Wärst du dort hingegangen, hättest du jetzt deine Karriere, anstatt wertvolle Zeit damit zu verbeugen... Mich von einem Job zum nächsten zu quälen, ohne jemals was Vernünftiges zu tun. Hey, wenn ihr was Vernünftiges tun wollt, dann kommt her und helft mir aus dem Gemüse, Kleinholz zu machen. Nein, zuerst krieg ich mal zu hören, was ich in meinem Leben alles falsch gemacht hab. Los, Mom. Du kannst es doch kaum erwarten. Ich wünschte, es wäre nie nötig gewesen. Ich mach es dir etwas leichter. Ich weiß, dass ich eine Versagerin bin. Jackie, ich weiß, dass du keine Versagerin bist, Mom. Du solltest es ihr auch sagen. Bitte. Ich bin schon draußen. Jackie, warum machst du das? Warum tust du ihr das an und lässt sie nicht so leben, wie sie will? Weil sie ein großes Potenzial hatte. Vor Intelligenz sprühte. Und weil wir nicht wollten, dass sie ihr Talent vergeudet. Dein Vater und ich, wir sagten immer, Jackie hat unbegrenzte Möglichkeiten. Sie kann alles tun. Ist das dein Ernst, dass ich vor Intelligenz sprühte? Oh ja. Und dein Vater war davon überzeugt, dass du einmal Anwältin wirst, weil du so gern gestritten hast. Wirklich? Natürlich. Darum haben wir uns ja auch Sorgen um dich gemacht. Wir haben uns nie Sorgen um Rosanne gemacht, weil wir wussten, was sie einmal wird. So. Was? Eine Hausfrau, die für ihre Familie sorgt. Eine gute Mami. Und das bist du ja auch geworden, nicht wahr? Sekunde. Was sagst du da, Mutter? Soll das heißen, ihr wolltet das mir nie etwas anderes machen als eine gewöhnliche Hausfrau? Oh, Rosanne. Du hast ein hübsches Haus. Drei zauberhafte Kinder. Einen Ehemann. Und es ist keineswegs erniedrigend, eine einfache Hausfrau zu sein. Hey, wie geht's euch so? Nichts wie weg. Nichts wie weg. Also meine Mutter, die sich sonst dauernd nur beschwert hat, überschlägt sich auf einmal wegen Jackie. Ich hab's zu was gebracht. Jackie ist die Niete und wird noch gelobt. Lebt damit, Schatz. Lebt damit? Wie soll ich das verstehen zum Teufel? Keine Ahnung. Ich dachte nur, du erwartest, dass ich was sage. Ist schon gut. Ich hab sowieso schon das ganze Spiel gesehen. Das hier war nur die Nachspielzeit. Ich meine, das verletzt mich. Verstehst du? Ich kann's nicht glauben. Sie tut auf einmal, als ob Jackie Pilotin oder Astronautin oder Präsidentin sein könnte. Und Rosanne nur zum Blut- oder Organspenden taugt. Dad? Oh. Was ist denn, Darlene? Oh, ich wollte eigentlich nur mit Dad sprechen, Mom. Spricht? Da sitzt er. Oh, Margie hat angerufen und mich zum Essen eingeladen. Nein, du gehst nicht aus. Nicht heute. Und es hilft dir gar nichts, wenn du hinter meinem Rücken zu deinem Vater gehst. Denn wenn ich Nein sage, sagt er auch Nein. Richtig denn? Ja. Nein. Es ist nur ein einziger Abend, Darlene. Okay? Ein Abend in deinem ganzen Leben. Und ich finde, dass du... Naja, ich finde, dass du damit leben kannst. Dieser Rat klingt vernünftig, Darlene. Also geh wieder rein. Mach schon. Und du kommst auch dahin. Komm jetzt. Wir werden ein schönes Abendessen im Familienkreis haben. Das ist dir sehr gut gelungen, Mom. Ach, ich weiß nicht. Der Braten schmeckt recht gewöhnlich, glaub ich. Ich habe nie kochen gelernt. Du hast andere Talente, Kind. Hm? Welche zum Beispiel? Willst du vielleicht etwas Salz? Rosen, du weißt, dass ich auf einer salzlosen Diät bin. Kann ich noch Kartoffelbrei haben? Da hast du ihn, Schätzchen. Tja, Jackie, Rosen kocht nicht nur gut. Bei ihr läuft auch der Haushalt wie eine gut geölte Maschine. Es ist toll, wie sie das schafft, neben ihrer Arbeit und all den anderen Sachen. So, was denn für Sachen? Tja, naja, der Elternbeirat. Ich meine, der wäre ohne ihre Mitarbeit hilflos. Da bin ich vor mehr als zwei Jahren ausgestiegen. Was bedeutet, dass er seit der Zeit hilflos ist? Und sie verkaufte über 50 Karten für den Wohltätigkeitstanz Abend der Elche. Was bedeutet, ich kann offenbar ein Telefon bedienen? Ich fahre DJ jeden Samstag zu den Pfadfindern, Jackie. Was bedeutet, ich beherrsche offenbar die Kunst des Autofahrens. Ich bin bloß eine ganz gewöhnliche Renaissancefrau. So, Becky, nun erzähl mir mal was über diesen netten Jungen. Er sieht gut aus und meine Freundinnen finden ihn süß. Du hast Glück, Darlene, dass deine Schwester so beliebt ist. Wenn du mit Jungs ausgehst, kann sie dir wertvolle Tipps geben. So, dann frag sie mal, wem von uns beiden schon mal ein Junge das Hemd aufgeknoppt hat. Hä? Warum? Darlene, geh auf dein Zimmer. Ja, ich wusste, das reicht. Ich habe eine Idee. Lassen wir das Dessert ausfallen. Ja, ich bin dafür, Jackie. Nein, nein, setz dich hin. Roseanne, wie wäre es mit deinem fabelhaften holländischen Apfelkuchen? Du machst ihn doch immer mit Zimt, stimmt's? Nein, mit Muskatnuss. Ich nehme eine Viertel Teelöffel Muskatnuss, fein gemahlen. Oh, da wir gerade vom Backen sprechen, passt auf. Eines Abends, ihr beide wart noch ganz klein, nicht viel größer als ein Grashüpfer, da habe ich euch gerufen, ihr solltet zum Essen kommen. Nun, Jackie spielte im Garten am Zaun. Sie baute eine Fantasiestadt aus diesen Legosteinen. Na, und das war ein ganz schönes Großprojekt, das könnt ihr mir glauben. Sie hatte ein paar Wolkenkratzer, eine Verkehrsampel und ein Krankenhaus gebaut. Schon gut, was sind die Bilder, Mom? Wer nicht da war, war Roseanne. Sie war nirgendwo zu sehen, was sollte ich tun. Ich suchte und suchte, und nach einer Weile fand ich sie unter dem mächtigen Ahornbaum in der Nähe des Teiches. Also da saß sie nun in ihrem frisch gewaschenen weißen Kleidchen mitten in einer riesigen Pfütze und hatte eine Menge Schlammkuchen gebacken. Siehst du, Roseanne, das Backen lag dir von Anfang an im Blut. Apropos Blut. Wann musst du morgen abdampfen, Schwiegermama? Äh, entschuldige, Oma, ich muss jetzt wirklich gehen. Aber wir haben uns doch noch gar nicht richtig unterhalten. Okay, unterhalten wir uns. Und worüber? Na, wie wär's, wenn wir uns ein bisschen über meinen Kartoffelbrei unterhalten? Wie zart, frisch und cremig der ist, zum Beispiel. Oder über meine Blätterteigteilchen, die so zart und luftig sind, dass sie von ganz alleine durchs Zimmer fliegen. Oder möchtest du dich vielleicht über die anderen zehn Millionen gewöhnlichen Dinge unterhalten, die ich in meinem ganz gewöhnlichen Läden tue? Entschuldige mich. Anscheinend kriegt sie zu wenig Eisen. Hey, hey, kannst du mir sagen, was du für ein Problem hast? Mein Problem ist, dass ich nicht vor Intelligenz spreue. Roseanne! Ich wär vielleicht nicht bloß eine gewöhnliche Hausfrau geworden, wenn sie auch von mir etwas mehr erwartet hätte, so wie von dir. Oh, du meinst, du möchtest auch dauernd als neurotisches Wrack am Boden liegen. Ein armes Baby. Aber das war nicht recht von ihr, Jackie. Das hätte sie nicht tun sollen. Sie hätte uns beide gleich behandeln müssen. Denkst du, dass du Becky und Darlene gleich behandelt? Ja, das tue ich. Denkst du, ich tue es nicht? Ich will damit nur sagen, es ist für mich ein Fluch, dass sie dachte, ich hätte Potenzial, denn jetzt wirft sie mir vor, ich vergeude mein Leben. Und auf dich wird sie immer große Stücke halten, weil du die beste Schlammbäckerin der Welt bist. Das steht für sie seit ewigen Zeiten fest und das wird sich auch nicht ändern, weil Mütter nun mal so sind. Nicht diese Mutter. Ich komme nicht mehr nach unten, das kannst du ruhig vergessen. Ich habe das Abendessen mitgemacht und das reicht. Ich brauche keinen Becky, deine wunderschöne Schwesterquatsch von deiner Mutter. Hey, zeig gefälligst ein bisschen mehr Respekt für deine... Vergiss es, du hast recht. Du meinst, du bist mir nicht böse wegen vorhin? Nein, nur am Anfang. Da dachte ich, das sei ungehörig und dann warf ich selber mit Blätterteig Teilchen. Was? Blätterteig Teilchen auf Oma? Nein, nur in die Luft. Ich wollte DJ nicht treffen. Du weißt, wie weich sein Schädel ist. Ich habe das Schönste wieder versäumt. Du, Darlene, würdest du sagen, dass ich dich, naja, sagen wir dazu ermutige, Unfug zu treiben? Was? Ich verstehe nicht. Wie hast du das gemeint? Wie? Naja, denkst du, dass ich, äh, dass ich mehr von Becky erwarte als von dir? Keine Ahnung. Naja, du erwartest mehr Becky-Dinge von Becky. Wie, gute Noten. Na, gute Noten erwarte ich eigentlich auch von dir. Nur, dass du nie welche bekommst. Dafür wissen wir beide, dass ich klüger bin. Nur auf eine andere Art. Stell dir vor, du setzt uns beide mitten im Wald aus. Ich würde nach Hause finden. Die arme kleine Becky würde in ein Erdloch kriechen und verhungern. Weißt du jetzt, warum ich zwei Töchter wollte? Damit ich Ersatz im Haus hab. Tut mir leid, dass ich gesagt habe, ich hasse Oma. Eigentlich mag ich sie ganz gern. Ich kann sie nur manchmal nicht ausstehen. Ja, das verstehe ich. Manchmal geht sie mir auch auf die Nerven. Aber dann... Dann gibt es wieder diese Momente, da möchtest du ihr Gesicht in deine Hände nehmen und so lange drehen, bis ihr Kopf abfällt. Ist nur ein Glück, dass ich nie vorhatte, das mit dir zu tun. Ja, das ist wirklich ein Glück. Ich hab da eine Theorie. Ich denke, Oma war eine bessere Mom als ihre Mom. Und ich weiß, du bist todsicher eine bessere Mom als Oma. Das ist ne gute Theorie. Und wenn ich Mom bin, werde ich eine Spitzenmom sein, weil ich aus den Fehlern von euch beiden gelernt habe und sie nicht nachmache. Wow, sehr weise. Ich würde jede Wette machen. Oma sitzt jetzt da unten mit Becky und zwingt sie, sich die Bilder ihres Arizona-Urlaubs anzusehen. Ja, Becky wird heute Abend nicht wegkommen. Gut. Ich geh runter und stürz mich wieder in die Schlangengrube. Kommst du mit? Wirfst du auch wieder mit Blätterteig-Teilchen? Wenn ich freie Schussbahn kriege. Oh, Donald, das ist Eiersalat. Sie wollten doch Speck und Salat. Tut mir leid. Nein, tut mir leid. Ich hab Ihnen das falsche Essen serviert. Ich geb Ihnen dafür ein Stück Apfelkuchen aufs Haus. Gut, Apfel mag ich am liebsten. Okay, drücken Sie die Daumen, dass Sie nicht wieder das falsche kriegen. Es gibt ja noch Kavaliere. Ich mach einen Fehler und er entschuldigt sich. Ich muss Ihnen Dan vorstellen. Das färbt vielleicht auf ihn ab. Hallo, Marcel. Hallo, Crystal. Willst du einen frischen Kaffee? Nur, wenn du zufällig einen gemacht hast. Ich hab so viel, dass ich ihn sogar verkaufen muss. Oh, dann nehm ich einen. Vielen Dank. Weißt du, Roseanne, ich liebe den nachweihnachtlichen Umtausch. Die Läden nehmen einfach alles zurück. Ich habe einen elektrischen Walk umgetauscht, den ich seit 82 irgendwo in der hintersten Ecke der Küche stehen hatte. Wie hast du denn das geschafft? Er war noch verpackt. Und dafür habe ich eine von diesen kleinen elektrischen Maschinen geholt, mit denen man sich die Körperhaare ausreißt. Sie funktionieren wirklich sehr gut. Der einzige Nachteil ist, sie zippen so, dass du heulst. Entschuldige mich. Die soll ruhig heulen. Ich habe ihr den Walk geschenkt. Hier, Donald, essen Sie das. Was ist das für Geld? Ihr Tipp? Das sind locker 40 Prozent. Wenn eine Bedienung einen Fehler macht, sollten Sie ihr nicht zu viel Trinkgeld geben, Donald. Merken Sie sich das für die Zukunft. Na komm schon, Dad. Ich will jetzt endlich den Film sehen. Oho, nur keine Hektik, Baba Louis. Erst wollen wir uns die hübsche Bedienung ansehen. Entschuldigen Sie, Miss. Hätten Sie eine Minute Zeit? Wenn ich die habe, sage ich es Ihnen. Was ist mit dir, DJ? Willst du einen Kuss von deiner Mutter oder hättest du lieber einen glühenden Pfeil im Auge? Pfeil im Auge. Na, Jungs? Was habt ihr heute Nachmittag vor? Wir sehen uns einen Film an, im Kino. Und was? 101 Dalmatiner? Nein, das wird er sich nur ansehen, wenn man sie alle in die Luft sprengt. Ach, kauf auf dem Heimweg eine Büchse Champignonsuppe und Macaroni. Ich koche deinem Vater sein Leitgericht. Thunfischauflauf. Ich weiß, denn es ist etwas Grauenvolles, ganz besonders, wie ich hinmache. Weihnachten im Januar mit dem alten Ed Connor, das habe ich schon als Kind gehabt. Immer auf Achse. Und so war er auch immer den anderen Vertretern voraus, die Weihnachten zu Hause bei ihren Familien waren. Du, Dan, hier darfst du nur über deinen Vater herziehen, wenn du ein Getränk dazu bestellst. Komm, Dietrich, wir gehen. Wiedersehen, Christel. Macht's gut, Jungs. Du auch. Also, du weißt Bescheid. Du gehst an die Kasse und verlangst zwei Kinderkarten. Und bleib cool. Ich versteh's nicht. Warum geht Dan dauernd auf seinen Vater los? Ich finde ihn fabelhaft. Er ist ein wundervoller Mann. Ich mag ihn auch. Wir können gut miteinander. Andererseits komme ich mit fast jedem gut aus. Entschuldige, Telefon. Hallo, Reibels, schnell im Biss. Keiner ist schneller. Was? Ich versteh dich nicht, Darlene. Becky soll aufhören zu brollen. Okay, also, was hat DJ getan? Und wieso denkt ihr, es war DJ? Der ist doch noch nicht mal zu Hause. Ach so. Und wo hast du ihn gefunden? Gut, hör zu. Pack ihn in eine Mülltüte. Ich begrabe ihn dann nachher. Ja, bis dann. Gibt's Ärger? Ach, DJ hat wieder was angestellt. Der Junge braucht Freunde, die mit ihm spielen. Komm doch am Wochenende mit Lonnie zu uns. Ich weiß, die beiden spielen gern miteinander. Äh, Lonnie fährt seine Großmutter besuchen. Na dann nächstes Wochenende. Rosanne, Lonnie hat Angst vor DJ. Na dann nicht. Wenigstens ist er nicht ganz allein. Er hat einen Vater. Ich finde es ein Jammer, dass mein Lonnie ohne Vater aufwächst. Ach Christel, reg dich nicht auf. Ich bin sicher, irgendwo in dieser Stadt findet sich ein perfekter Vater für ihn. Entschuldige bitte mal. Hey Donald, essen Sie gerne Thunfischauflauf? Nicht besonders, Rosanne. Egal, Sie kriegen's schon runter. Und Christy weiß nicht, dass du sie nur einlegst, um sie zu verkuppeln? Nein, sie weiß auch noch gar nicht, dass sie zum Essen eingeladen ist. Sie denkt, sie bringt unseren Fondue-Topf zurück. Oh, und was sagt er dazu? Nichts weiter. Er ist Junggeselle und weiß, er kriegt bei uns was Gutes zu essen. Das ist alles, was er wissen muss. Hey, schmeißt mehr Käse rein. Den gewöhnlichen Käse oder den Stinker-Käse? Den Stinker. Verdammt, der stinkt wie Dads Socken. Das Essen riecht heute aber gut. Hey Darlene, schmeiß noch eine Packung Macaroni rein. Äh, wie viel nimmt man da eigentlich? Auf der Packung steht für 10. Na, wir sind 8. Ich würde sagen, 2 Packungen. Ach, mit meinem Vater sind wir 6. Ganz zufällig habe ich Crystal heute Morgen gesehen. 7. Und sie ist ein bisschen allein, also dachte ich... Ach, Rosanne, kannst du nicht mal mit der Kuppelei aufhören? Das gibt doch bloß wieder ein Fiasko, wie immer. Da bist du aber schief gewickelt. Ich habe die Ehe zwischen Piet und seiner Frau gestiftet. Die lassen sich schon wieder scheiden. Ehrlich? Er wäre der perfekte Mann für Jackie. Opa ist da! Oh cool, es gibt Geschenke. Na, kommst du? Warum? Ich habe es nicht eilig. Macht es dir so einen Spaß, deinen Vater warten zu lassen? Nein, ich will nur den Artikel zu Ende lesen. Ach, du liest Cosmo? Ja. Ihr werdet gleich mal hübscher. Ihr seid schon richtige junge Damen. Mie! Für Becky. Dankeschön. Für Darwin. Für euren Opa. Was bekomme ich? Was bekomme ich? Dein Geschenk ist hier drin. Du kriegst von mir eine Bücherkassette. Ich habe gescherzt. Ich habe nur gescherzt. Es ist ein Todesstrahl. Oh, klasse! Was bekomme ich? Was bekomme ich? Hey, Rosenkrospe, du wirst ja immer hübscher und jünger. Ich bin einfach überwältig. So unverfahren wie du lügt keiner, Ed. Und dafür liebe ich dich. Wie geht es dir? Könnte nicht besser sein, Roseanne. Wo steckt denn der Trottel, dem du erlaubt hast, dich zu heiraten? Draußen in der Küche. Ich nehme an, ich soll zu ihm gehen. Ja, so ist es geplant. Okay. Dad! Dad, mein Junge! Komm her! Wie geht's dir geschäftlich? Großartig! Das Geschäft läuft besser als jemals zuvor. Ganz besonders mein Sortiment von extravaganten Kaffees. Holländisch Mokka, Amaretto Creme und der extravaganteste Chocolat Parfait. Für den haben wir auch den besten Werbespruch. Für die stillen Momente im Leben. So. Ich hatte nicht einen stillen Moment in den letzten 17 Jahren. Was weißt du noch für mich? Ganz zufällig habe ich noch eine kleine Überraschung. Pack aus. Das war nicht nötig, Dad. Und was soll ich dagegen, dass ich ihr was schenke? Wenn man jemand was gibt, was man nicht muss, ist das ein Geschenk. Das, was man geben muss, sind Alimente. Ha, 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 ha. Opa, du hast uns Videos mitgebracht. Befallen euch die Filme etwa nicht? Oh doch, aber wir haben nur keinen Videorekorder. Wir haben doch einen. Oh, Wahnsinn, danke Opa. Ein Videorekorder back. Die Connor-Familie springt in die 90er. Ja, okay. Hört zu, tragt ihn schon mal drüber ins Wohnzimmer und stellt ihn neben den Fernsehapparat. Ich helfe euch mit den Karten. Ja, ist gut, Opa. Und jetzt lieben wir dich wirklich. Hört zu, da ist noch was, was ich euch sagen möchte. Heißt das, der Videorekorder sollte uns für dich einnehmen? Der Videorekorder war der zweite Preis für den Verkäufer des Jahres. Wenn ich den ersten gemacht hätte, würde ich mich jetzt in Hawaii sonnen und du müsstest mich nicht ertragen. Entschuldige dich, Dan. Entschuldige, was war das, was du uns sagen möchtest? Ich glaube, es ist nicht der richtige Moment. Reden wir nach dem Essen. Gut, gut. Wo willst du hin? Den Wagen ausladen. Soll das jedes Mal so sein, wenn dein Vater uns besucht? Dass du dich aufhörst wie ein falsch gewickeltes Baby? Der reißt Witze über Alimente. Er hat meiner Mutter niemals Alimente bezahlt. Das sollte ein Witz sein. Du lachst ja auch, wenn Johnny Carson seine Alimentenwitze im Fernsehen reißt. Da liegst du am Boden und kannst dich nicht mehr halten vor Lachen. Okay, ich lache. Ich sehe nur, dass er bei meinen Kindern dasselbe versucht, was er bei mir versucht hat, sich mit Geschenken freizukaufen, als ob er der Weihnachtsmann wäre. Und dafür war er nie zu Hause. Na und? Wenigstens lieben sie ihren Großvater. Das ist gut, weil sie alle anderen Menschen hassen. Du solltest nicht so hart zu ihm sein. Er hat sicher eine Menge für dich getan. Dir gezeigt, wie man Rad fährt und mit dir Ball gespielt. Das hat er ihm nicht getan. Nie. Dafür hat er uns einen Videorekorder geschenkt. Das ist doch das selber, oder? Rosanne! Hier! Ich bringe deinen Fondue-Topf. Hoffentlich komme ich nicht zu spät. Nein, nein. Du kommst gerade recht. Gib ihn her. Hey! Ich lade dich zum Abendessen an. Oh nein, Rosanne! Ich dräng mich nicht auf. Ach nun, rät keinen Unsinn. Hey! Du trägst das immer noch. Du siehst grässlich aus. Ist die heute charmant? Oh! 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 Hi, Chrissy! Hey, Ed! Wie geht's dir? Komm, Opa! Digi! Gib mir ein paar Minuten Zeit, damit sich meine Moleküle wieder richtig sortieren können. Oh! Okay! Dann zerleg ich jetzt Dad! Sieht so aus, als wäre gleich Essenszeit. Ich geh mir die Hände waschen. Nett, dass wir uns mal wiedersehen, Crystal. Weißt du, Rosanne, ich denke, es ist besser, wenn Ed mit euch allein ist im Kreis der Familie. Nun zieh dich nicht wie ne alte Jungfrau, das sehen Männer gar nicht gern. Geh in mein Schlafzimmer, nimm dir ein paar Ohrringe und einen Schal oder sowas. Becky, geh mit, ja? Na gut. Weißt du, was das Beste ist? Dass sie keinen Verdacht geschöpft hat. Das ist der Bräutigam. Hallo alle miteinander. Hi, was willst du denn hier? Ich bin hungrig. Ich hab dich nicht zum Abendessen eingeladen. Als ob ich darauf warten würde, dass du mich einlädst. Geh an die Tür, Darlene, und lass den Mann rein. Und sei nett zu ihm. Er ist ein scheues Reh. Wer ist scheu? Einer aus dem Einkaufszentrum. Du wirst ihn nicht kennen und nicht mögen. Woher willst du wissen, dass ich ihn nicht mag? Er ist so gar nicht dein Typ. Er ist scheu und wirklich ruhig. Ich meine, er ist ein Kameraverkäufer. Wessen Typ ist er? Er ist Crystals Typ. Also pack dich gefährlich. Oh. Oh, du findest also, ich verdiene keinen Mann mit einem festen, gut bezahlten Job. Crystal sieht heiß aus, Marc. Ich hab ihr den blauen Schal gegeben und die silbernen Ohrringe. Ich hab dich angefleht, mir die Ohrringe zu leihen. Was ist hier los? Erst verlangst du von mir. Ich soll mir endlich einen neuen suchen und dann staffierst du Crystal aus, damit sie sich einen tollen Kerl mit einem gut bezahlten Job schnappt. Mh, und er ist süß. Er ist nicht dein Typ. Wie, er ist mein Typ, Roseanne? Vielleicht ein arbeitsloser Rodeo-Clown? Oho, es sprach Junggeselle Nummer zwei. Halt die Klappe, halt die Klappe, halt die Klappe. Hey, Mom. Hey, unterschieß deine Schwester. Okay. Also, ich verspreche dir, der nächste Kandidat ist für dich, aber der ist für Crystal. Und wenn du mit uns essen willst, dann schnapp dir einen Stuhl und nimm Platz, okay? Aber lass die Hände von dem Kameraverkäufer. Ja. 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 Donald, ich glaube, Sie kennen meine Schwester Jackie noch nicht. Ich freue mich, Sie kennen sie. Sie waren auf der Schule in Lenford, ja? Ja, Donald. Es waren die wilden Tiger, richtig? Mhm. Waren Sie immer die wilden Tiger? Ich weiß es leider nicht. Ich werde mal versuchen, es herauszufinden. Also denn, Sie haben ein Baugeschäft, ja? Es waren zwei Fragen hintereinander, falls es dich interessiert. Oh, er ist nur nervös. Er versucht dadurch, die Fragen zu überspielen, weißt du. Schaff ihn mir vom Hals. Erst hast du gebettelt, ich soll euch zusammenbringen. Das war, bevor ich wusste, dass er einem Löcher in den Bauch fragt. Was für einen Wagen fahren Sie? Wie hoch ist der Verbrauch? Was ist Ihr Lieblingssober? Wer ist auf die Idee gekommen, Sie so einzurichten? Ich hab Sie nicht eingerechnet. Wer dann? Ein Mann namens Garbonetti. Jackie, waren Sie Cheerleader? Nein, Donald. Sind Sie nicht genommen worden, oder wollten Sie das gar nicht? Äh, wissen Sie, Crystal war bei den Pompom-Schwingern. Wirklich? Oh Gott. Hatten Sie damals eigene Pompons, oder waren Sie Schuleigentum? Die waren Schuleigentum. Und Jackie war Spielerin im Feldhockey-Team. Ehrlich? Hatten Sie Bälle oder Pucks? Hey, wisst ihr was? Nach einem guten Essen ist eine Spazierfahrt einfach ideal für die Verdauung. Jackie, warum entführst du Donald nicht auf eine kleine Spazierfahrt, hm? Roseanne? Oh, ich weiß schon. Du möchtest dir einen von meinen Isadora Duncan-Charles dafür bohren. Mit Angst, was dein Herz begehrt, hab ich im Schlafzimmer. Kann ich den im Laden kaufen, oder krieg ich den nur auf Bestellung von Ihnen? Äh, hey, entschuldigen Sie. Ich hab den Kindern versprochen, ich seh mir mit Ihnen einen Videofilm. Oh, den will ich auch sehen. Also, Donald, Sie arbeiten in einem Kamerageschäft, geben Sie die Filme zum Entwickeln in ein Labor. Was für ein Labor, ein Speziallabor? Schaff diesen Kerl hier raus. Sag ihm, er soll verschwinden. Ich kann doch zu ihm nicht sagen, verschwinde. Zu mir hast du's gesagt. Also geh und nimm ihn mit. Nur über meine Leiche. Jackie, das glaubst du einfach nicht. Ich komme heute Nachmittag ins Schlafzimmer und wen, glaubst du, sehe ich hier auf dem Bett sitzen? Crystal und Ed, und sie küssen sich. Im Ernst? Es sah aus, als wollten sie sich gleich besteigen. Mein Gott! Und ich denke mir, ich werde schon rausfinden, was mit ihnen los ist, wenn du dich mit dem Quizmaster verdönisierst. Okay. Aber nur, wenn du mir dann Bescheid sagst. Ich ruf an, du kannst dich drauf verlassen. Aber was ist, wenn er sich auf mich stürzt? Keine Angst, er vergewaltigt dich nur seelisch, nicht körperlich. Was ist denn mit DJ? Sein Todesstrahler ist kaputt. Ist denn das passiert? Das ist nicht so wichtig. Okay, Donald, ich bin abfahrbereit. Gehen wir? Gut, wo wollen wir hinfahren? Mit wessen Auto fahren wir? Ist das weit? Oh, das erfahren Sie, wenn Sie dort sind. Auf Wiedersehen, Donald. Und danke für Ihren Besuch, auch bald. Okay, wachsene Zeit. Kommt drauf mit euch. Geht in euer Zimmer. Geht schon, geht schon, geht schon. Ja, wir sehen uns gerade einen Film an. Ja, du hast recht. Wieso schaltest du aus? Was für eine Logik ist das? Ich kann's gar nicht erwarten, selber Kinder zu haben und sag denen, ihr habt recht. Ignorier einfach ihre Wünsche. Wirklich klasse, wie Jackie Donald hier rausgelotzt hat. Ich würde ja sagen, Donald wäre eher Crystals Typ, aber was weiß ich schon. Ja, du bist ahnungslos wie immer, Schatz. Also, Ed, Crystal, was gibt's Neues? Na ja, Danny, ich wollte schon vorhin mit dir reden. Jetzt muss ich mich bei dir entschuldigen. Ich habe mich sehr dumm aufgeführt. Du kommst zu Besuch, bist nett und freundlich und ich spiel den Idioten. Ich glaube, es ist besser, wenn ich euch jetzt alleine lasse. Das ist ein Familiengespräch. Nein, Crystal, ich möchte, dass du bleibst. Hör zu, Danny. Ed, das ist ziemlich schwer für mich. Würdest du mich ausreden lassen? Was auch immer zwischen dir und Mom passiert ist und zwischen dir und mir, wollen wir jetzt vergessen. Lass uns neu anfangen. Das ist großartig von dir, Junge. Du ahnst gar nicht, wie sehr ich mich nach diesen Worten gesehnt habe. Du hast recht. Du hast recht, wir sollten neu anfangen. Weil, ähm, neu anfangen ist gut. Ich meine, neu anfangen ist eine gute Sache. Ich habe übrigens schon im letzten Jahr angefangen, einen neuen Anfang zu machen, seitdem ich mich, ähm, seit ich Crystal regelmäßig sehe. Was heißt regelmäßig sehen? Weißt du, seit dem letzten Thanksgiving haben wir zwei uns gesehen, wann immer ich Zeit hatte, meine Verkaufstour unterbrechen konnte. Tut mir leid, dass ich nichts gesagt habe, Roseanne, aber wir wussten nicht, wie ihr zwei dazu steht. Wie? Seid ihr glücklich miteinander? Ja, ich bin es. Na ja, dann... freut mich das für euch. Ich, äh, kann allerdings nicht sagen, wie Dan dazu stehen wird. Also, stell dazu. Du bist 20 Jahre älter als sie, Dad. Das weiß ich selber. Du kennst sie seit ihrer Kindheit. Sie ist jetzt eine erwachsene Frau. Mit einem Kind. Das ist mir bekannt. Und? Was wollt ihr von mir? Wir wollten's dir nur sagen. Es war idiotisch, ich kam her und konnte nicht vorbeikommen. Wir wollten, dass die Heimlichkeiten aufhören. Jetzt weiß ich's. Gut. Dan. Ich versteh's, Roseanne. Du regst dich nicht darüber auf? Wenn du meine ehrliche Meinung wissen willst, es tut mir für Donald leid. Donald, der Quizmaster? Oh, ich freu mich, dass du's verstehst, Junge. Wir wollen nämlich heiraten. Jetzt reicht's. Wo willst du hin? Woanders. Dan! Entschuldige. Geh rein, Crystal. Das mach ich nicht, Dan. Crystal, es friert hier draußen. Wir wollen aber deinen Segen, Dan. Du weißt noch nicht, worauf du dich einlässt. Du denkst, du kriegst einen Ehemann, einen Gefährten, einen Vater für Lonnie. Vergiss das mal. Der ist nämlich nie für dich da. Dan, ich liebe ihn aber. Warum? Er ist nett und er ist großzügig und er ist witzig. Irgendwie hast du sehr viel Ähnlichkeit mit ihm. Du lässt auch kein Fettnäpfchen aus, Crystal. Das war genau die falsche Antwort. Aber es ist doch wahr. Und trotzdem traust du ihm überhaupt nichts zu. Ich kenne ihn schon mein ganzes Leben lang. Und ich weiß genau, was passieren wird. In einem Jahr wirst du einsamer sein als jemals zuvor. Und weil du dann verheiratet bist, wirst du nicht mal mit den Clowns ausgehen können, die Roselle immer anschleppt. Ich nehme das Risiko auf mich, keine Angst. Na schön, dann haben wir uns nichts mehr zu sagen. Dan, wir können es nicht einfach dabei belassen. Ob du es nun magst oder nicht, dein Vater und ich werden heiraten. Und dann werde ich für dich so etwas wie eine Mutter sein. Ich will deinen Segen haben, Dan. Tut mir leid, Crystal. Wenn das so ist, dein Connor, dann werde ich deine Jacke eben behalten. Danke, Mom. Hast du noch ein bisschen Kaffee? Einen frischen Topf. Bitte schütt ihn über mich. Ganz wie du wünschst, Herzblatt. Weißt du, ein geringerer Mann wäre nur gekommen, um seine Jacke zu holen. Ich wollte nur meinen Vater nicht sehen. Und ich musste nachdenken. Wie wollen wir uns verhalten, Roselle? Wie wir uns verhalten? Wir werden ein Geschenk kaufen und zur Hochzeit gehen. Ich schenke ihr am besten einen elektrischen Wok. Ich weiß genau, dass sie keinen hat. Ich komm nicht mit zur Hochzeit. Oh doch, Ben, weil du Trauzeuge bist und ich bin Brautjungfer. Wir beide werden zusammen den Gang runter marschieren, wie bei unserer eigenen Hochzeit. Nur brauchen wir diesmal einen breiteren Gang. Oh ja, wer hat sich den Unsinn ausgedacht? Meine beste Freundin Crystal hat mich gebeten, die Feier auszurichten und das tue ich. Hast du den Verstand verloren? Du weißt, dass diese Hochzeit ein Fehler ist. Nein, das sehe ich nicht so, Dan. Ich sehe zwar Menschen, die sich von Herzen lieben und äh... Und sie erwarten nichts weiter als ein bisschen Verständnis von ihren Familien und Freunden. Du richtest diese Hochzeit nicht aus. Schatz, du bist richtig sexy, wenn du diesen befehlenden Ton anschlägst. Ich mach keine Witze. Du gehst nicht hin, ich ebenfalls nicht und die ganze Sache ist erledigt. Nein, ist sie nicht. Mögen Sie den Kuchen? Es ist Apfelkuchen, stimmt's? Mein Lieblingskuchen. Was ist Ihr Lieblingskuchen? Ist Ihr Kaffee heiß genug? Ich hasse Kaffee. Sie nicht? Ah, ich schon. Ich komme jeden Tag her, weil ich hier arbeite. Was machen Sie? Ich wette, Sie sind auch gut in Ihrem Beruf. Ich verkaufe Kameras hier im Einkaufszentrum. Fotografieren Sie gern? Brauchen Sie vielleicht eine Kamera? Oh, das muss ich wehgetan haben. Brauchen Sie ein Aspirin? Hat jemand ein Aspirin da? Wollen Sie ein normales oder mit Vitamin C? Jackie? Jackie? Was für die Lupe? Ich hoffe, die Lupe ist wieder immer noch mit dem Zuge. Nein, levelend. Die Lupe ist da und die Lupe ist weg. Die Lupe ist ein anderes hier. Die Lupe ist wirklich ein Michelle.